3 Tage, ich komme so wie 10.519 Tage, wo ich mich nicht nackt bin. Ich schüsste, ich atme schon so, als ob ich aus dem Hintern ausatmen würde, oder? Ey, ich verstehe ehrlich nicht, was los ist. Eine Runde Arena Solo auf Ehre. Kurz die Leute begrüßen, damit es ruhiger wird passiert. Komm, ich war überhaupt heute bei Amsterdam, so hat gar kein Bock. Chat im neuen Fenster. Aufmachen. Oh mein Gott, Lisa. Ah, du Topless, wie geht's dir? Frohes Neues, frohes Neues, wie geht's? Willkommen im Stream. Kurz geht raus an euch. Oh mein Gott, Samet, was geht ab, Bruder? Ninja to go, dir auch schön, du grüß dich auf alles bestens. Oh, ich hab immer noch keine neuen Kontrolle, Alter, wie hässlich ist das? Ey, Jungs, ich hab einfach gestern, vorgestern nicht gestreapt. Warum? Keine Ahnung. Ich hab die ganze Zeit verschlafen, ich hab sogar heute verschlafen, aber... Nein, ich war gestern, vorgestern, ihr wisst doch, vorgestern war ich bei Mama, gestern war ich bei Schwiegermama, wegen Neujahreswünsche, dies, das... immer ein bisschen länger und dann, wenn ich dann zu Hause bin, so nehmann so ins Bett bringen und so ein Scheiß, dann... Ja, schlaf ich mit ein, dann stehe ich irgendwann nachts um 12 auf oder so, oder 11.30 Uhr und dann hab ich gar keine Lust mehr, irgendwie zu streamen, ne? Das ist ein bisschen so problematisch. Bosna, wie geht's dir? Aleikum Salam, Bruder. Willkommen im Stream, ich hoffe, alles gut bei dir, äh, frohes Neues auf jeden Fall. Äh, Fati, wo warst du? Oh mein Gott, nix. Ich bin hier, wieso hab ich keine Sounds? Oh moin. Ey, ich hab ein Problem hier, äh, ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Ich weiß nicht, ob mein Internet abgefuckt ist oder... Das ganze, äh, Fortnite bisschen, das lädt alles viel zu spät. Ich weiß ja aber nicht, warum. Es lädt immer ein bisschen zu spät, keine Ahnung. Äh, Berat, wie geht's dir, Bruder? Willkommen im Stream. Guten Morgen, schreibt, ich bin erst gerade aufgewartet. Echt jetzt? Oh mein Gott. Ja, dann moin. Erstmal Kaffee gönnen, ey. Boah, ich spür's dir, ne? Bei meiner Kaffeemaschine. Mmh, da fehlt Dings, dieser Entkalk... Ich hab keinen Entkalkter-Tabletten und ich hab keinen Bock mehr. Das schmeckt schon ganz anders. Ich muss immer scheiß... Andere, dieses andere Kaffee trinken. Ey, gar keinen Bock mehr drauf. Voll hässlich, zumindest. Oh mein Gott, Juri, guten Abend, wie geht's dir? Willkommen im Stream, Bruder. Ich wünsche dir auf jeden Fall frohes Neues. Ich wünsche jedem frohes Neues, die gerade neu im Stream da sind. Auf jeden Fall. Alter, die auch schöne Grüße. Malo, wie geht's? Wie war Silvester bei euch? Erzählt mal, bitte. Erzählt mal auf Ehre, wie ihr das fand. Ey, ich wüsste, ich weiß nicht, wo die ganzen Leute ihre Böller und Raketen gehatten. Das war niemals von letztes Jahr. Kannst du mir erzählen, was du willst, Junge? Die haben so viele Raketen angezündet. Was kommt jeder hier hin? Ich wollte eine Runde Arena. Guck dir das mal. Eins, zwei, drei, vier, neun. Neun Leute. Auf einen Ort. Voll hässlich. Justus, was geht ab? Unser Bäckermeister ist auch am Start. Eigentlich ganz okay, Lisa, ne? Was soll sein? Eigentlich ganz gut. Nur, guck mal. Hä? Wieso braucht das so lange? Wieso lädt das so lange? Guck mal, ich hab die Waffe nicht mal gesehen, die dort war. Ich weiß nicht, ob das... Liegt das im Internet? Kann gar nicht. Ich weiß nicht, woran das liegen soll. Irgendwie lädt das viel zu langsam bei mir. Oh, die ganzen Autos und so. Weißt du? Ich seh die irgendwie... Ich muss ganz nah dran und dann zeigt er mir die erste. Oha! Aha! Nicht mal die Steps hab ich gehört. Oha, ich muss... Die Runde zählt nicht. Hässlich. Voll überall C-40 ausverkauft. Oh, der ist nicht. Aus... Aus Tschechien? Ja gut, wer ist dann extra nach Tschechien von... Von... Sag ich mal, von Osnabrück? Wer... Fährt nach Tschechien und holt sich da Böller? Jungen, dann wäre ja Autobahnstau, wenn jeder dort mit dem Auto hingefahren wäre. Oder nicht? Ja, Berat, aber das ist so eine... Das ist... Bruder... Stell dir vor, ich tue Essig in meinen Kaffeeautomaten rein. Wir haben extra so Versicherungen gemacht, dass man fünf Jahre sozusagen, oder sieben sogar... Ja, ich stelle vor, ich tue da Essig rein und es geht kaputt aus. Nur dann ist die Garantie sogar abgelaufen sozusagen. Dann gilt das ja nicht. Wenn wir einfach Essig reinpacken, Bruder. Aber trotzdem, danke. Kurz geht raus. Oh mein Gott, Mad Max, Mad Max, Mad Max, was geht da? Ey, Jungs, ich muss ganz kurz hier was gucken. Ich weiß nicht warum, aber ich denke, ich habe irgendwas hier falsch eingestellt. Ich habe hier irgendeinen Kack eingestellt. Und das muss irgendwie zurück. Das muss... Was war das hier? Betrachtungsdistanz oder was war das? Da hatte ich mal nah, glaube ich, auf den Mittel eingestellt. Ne, seitdem? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich mache das wieder nah, Bruder. Das lädt viel zu spät. Also, guck mal, selbst... Keine Ahnung. Sounds, die Sounds. Ich habe den Typen gerade gar nicht gehört. Ich habe den gar nicht gehört. Der war auf einmal vor mir, voll erschreckt. Sonst hörst du den... Keine Ahnung, Kilometer vorher schon eigentlich. Aber dann ist das so ein Scheiß, Alter. Na, Polenböller, hör auf, Alter. Da war doch so ein Fußballspieler, so ein Gala-Fußballspieler. Habt ihr gar nicht gesehen, was passiert ist? Katastrophe. Der Typ hat auch in der Türkei irgendwie so eine Bombe vor seinem Gesicht explodiert. Der Typ ist... Also, der wird... Ja, der wird wieder zu sich kommen. Aber die sagen, dass sein ein Auge wird ein leicht... Also, wird schwächer sein, ne? Dass er nicht mehr so gut da dran sieht. Mein Bruder war das... In Schweiz. Ja, gut, okay, Lisa. Ich sage mal so, wenn das in der Nähe ist, ist das ja kein Problem. Mikael, wie geht es dir? Machst du auch Verlosung? Äh, Mikael, heute nicht. Kuss geht raus, ich bekomme einen Stream. Wo steht der? Da mache ich eine Verlosung hier, Bruder. Ach du Scheiße, steht... Nein, steht doch gar nicht. Aber trotzdem, Mikael, Willkommen im Stream, Bruder. Kuss geht raus an dich. Krieg eine Nachricht. Tupus Lupus Leaks. Jemand macht da Werbung für sich. Wer ist das? Wer ist denn dieser Mensch, der sich da... Werbung für sich macht? Die Ehren muss. Gucken wir uns mal. Krim Einun. Wer ist das? Was für ein Mensch. Das macht er bestimmt bei jedem, oder? Krim. Wer ist das? Der versucht mich zu hacken, direkt wegschmeißen hier sowas. Wer? Ich kenne den nicht mal. Ey, ich habe den nicht mal in meiner FA drin. Hä? Brr. Voll hässlich, Mann. Ich hatte elf Cobra, elf Böller, dreihundert Stück mitgezogenen Kollegen. Tschüss. Lumberda. Was willst du mit... Jungs, warte, die Runde zählt. Ich mache jetzt noch eine neue Runde. Was ist das da? Richtig behindert. Wer ist dieser Krim Einun? Wieso sehe ich den in meiner Freundschaftsliste nicht, obwohl wir befreundet sind? Ganz komisch. Muss ich gleich mal schauen. Wie war dein Silvester jetzt? Zehn mal, Junge. Äh, ganz gut. Wie geht's mir? Ich war gestern, vorgestern leider nicht online, Alter. Ich wollte unbedingt online kommen, aber es wird immer zu spät. Ich habe keinen Bock mehr um zwölf Uhr, wenn ich online komme. Zwei Stunden, Alter. Richtig ohne Sinn. Bist du live und dann bringt nichts. Man muss schon mindestens vier sein und ich hatte keinen Bock bis morgens früh irgendwie so richtig Kopfschmerzen. Vati, du musst ja Alon Holmes noch was schenken. Sie hast jetzt Rilly Raid und hätte gerne die Festtags abgehört. Ja, ich guck mal gleich mal. Können sie das nicht selber schreiben oder was? Wer ist diese Alon Holmes? Danke, Killer. Was geht ab, Bruder? Dir auch frohes Neues. Danke dir. Ehre. Ich war vorgestern abends mal ein bisschen so mit meinem Bruder zocken. Ein paar Leute haben gefragt, mit wem warst du zocken oder haben mir eine Einladung geschickt. Und so habe ich gar nicht in die Gruppe reingegangen. Es tut mir auf jeden Fall leid. Ja, ist halt mal spontan passiert, weißt du. Ich war so um 11.45 Uhr oder so. Ich bin leider eingeschlafen, aufgestanden. Und dann hat mir mein Bruder irgendwann um 12 geschrieben. Er so, ey, Vater, wie sieht es aus? Zockst du oder nicht? Ich so, ja, okay. Warum nicht? Kann man machen auf jeden Fall, ne? Wer ist dieser Baby-Sharon? Was für ein Mensch. Weiß ich Bescheid, Tanke-Giller. Ich wünsche dir auf jeden Fall morgen noch... Wie alt bist du lang? Er so arbeiten. Hä? Oh mein Gott, Lennart, wie geht's dir? Ey, ich schwör's, ich hab meine Boxen grad so laut, ich hör mich selber nicht mal reden, Alter. Ich bin bestimmt so laut gleich, das ist echt krass. Oh, warum kommen immer so viele, wo ich lande, Junge? Tschüss. Voll die Reinscheißer, Junge. Ja. Guck. Ja, ich kann nur noch verlieren. Hier. Ja, moin, warte auf mich. Stirb doch einfach. Ich kann nur noch verlieren. Mann, da können wir was dagegen... Gibt es denn nur AKs oder was? Sowas hasse ich, ich bin ganz ehrlich. Einfach tausend Leute, es ist... Er hat nichts mehr... Er hat nichts mit Können zu tun, hier alles auf gut Glück. Ich sag's dir. Guck, guck. Hier noch so ein Stream-Sniper am Arsch. Der weiß ganz genau, wo ich war. Guck, guck. Oder wir sind anders am Arsch, Junge. Da sind wir auch 100% welche, oder? Oder geh mal weg. Tschüss. Lann, ne, scholle Schäckler, Junge. Lann, ne, scholle Schäckler, was ist das, Junge? Ich check die Lage nicht mehr. Er macht den Doppelscheiße. Was für eine Scheiße, Mann. Scheiß drauf. Harun, was geht? Okay, warte mal. Wir gucken mal jetzt hier die Geschenke mit... Alon rollen. Mist, bevor das hier... In die... Ey, guck mal, ich hab dieses Crew... Wer von euch hat dieses Crew-Paket? Schreibt mal bitte ein Eins rein. Ey, ich bin... Normal, wenn... Ich hab keine Dings, keine Tag. Was willst du da machen? Dings kommt einer, rechts kommt einer. Man hat ja auch nicht mal genug... Eigentlich mehr zertig. Genau, ne, wenn ich jemanden umbringe. Schade. Ja, keine Ahnung, richtig asozial, Mann. Keine Ahnung, wenn ich keine Tag habe, bin ich immer lost. Ich bin ganz ehrlich, ne? Wenn ich keine Tag habe... Die Leute waren ja auch lost. Ich sag mal so, der eine wusste nicht, was der andere machen soll. Der eine hat nur Pistole. Schade. Ich hab da mal, glaube ich, drei Leute mitgenommen, ne? Passt ja, glaube ich. Was für einen Tanz will sie haben? Festtagshacke? Was ist denn die Festtagshacke? Da, die Festtagshacke. Den oder was? Mal und schreib mal bitte rein. Ey, so richtig stabil. Ich hab nichts gemacht, sagst du mal. Abdullah, wie geht's dir? Willkommen im Stream. Jungs, alle, die gerade neu im Stream sind, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr den Like da lassen würdet. Ja, ich sag mal so, mein... War halt nicht ganz okay, ne? Ich sag mal so, es war halt nicht ganz okay. Ich war bei einem Freund, haben erstmal schön gegrillt, gegessen. Ja, bisschen was getrunken. Und, ja. Das war's. Und ich hatte Wunderkerzen noch, wow. Mit Wunderkerzen bin ich reingegangen. Weil mein Bruder auch so ehrenhaft war. Oh mein Gott, Vylogs, was geht ab, Bruder? Willkommen im Stream. Ich hoffe, alles gut. Wie heißt sie nochmal? Jetzt schreib doch den Namen nochmal, Ramalon, Junge. Und dann schreibt er her, ich bin die ganze Zeit da, Bruder. Also, ich, Digga, jedes Mal dasselbe. Also, Fatibus, Aluna Holmes. Aber die heißt jetzt anders. Wie denn? Really right. Okay, was ist denn? Bevor die rumholt hier. Really. Oh mein Gott, Jan, was geht drauf? Wir suchen hier keine Benachrichtigung. Aber ich weiß es nicht. Oh mein Gott, wo sehe ich den Namen jetzt? Really right. Habe ich einen Really right hier? Ich sehe leider keinen Namen. Really right. 500er war das, ne? Irgendwas haben wir da gespielt, glaube ich. Ja, genau, die letzte Runde da. Wo ist das? Aber die sind Namensuchereien, ne? Ich, 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 warum ist das einfach nicht ganz, wie, wie früher alphabetisch nummeriert? Gott sei Dank habe ich ja alle gelöscht, ne? Ich habe wieder tausend Leute, die ich, äh, viele nicht kenne. Äh, ich habe keinen Really right hier. Ich habe, ich habe das Gefühl, irgendwie, Marlon will mich verarschen, ne? Das ist mir irgendwie so ein anderer. Really right. Ich weiß, dass dieses Alona irgendwie in meiner FA drin hat, oder? Gar nicht so. Ich glaube, ich hatte ihn mal in der Freundesliste. Einen Moment. Oh Gott. Oh, meine Augen juckt so übel. Ich muss... Übernächste Woche zum Zahnarzt wieder, ey. Ich habe gar keinen Bock. Da ist dieser Krim-Ein-Nun, Junge. Den muss ich löschen. Wo ist der denn? Real, I... Da, really right, da. Oh mein Gott. Einfach verpasst. Voll hässlich. Na, ich habe schon mal noch alles gut. Ich weiß nicht, Harun. Jan, wie geht's? Aleikum Salam. Willkommen im Stream. Wie war dein Silvester? Frohes Neues auf jeden Fall. Ey, lässt sich einer von euch überhaupt, ähm, irgendwie impfen, wenn das nicht Pflicht sein sollte? Michael fragt, würdest du mir die Pickaxe schenken, wenn ich dir das Startup-Paket geben würde? Welchen Startup-Paket, Bruder? Welchen Startup-Paket würdest du mir geben? Hä? Gibt es einen neuen Startup-Paket? Fünf Euro-Paket oder? Gibt's gar nicht. Zählst du damit keine? Achso, den habe ich doch. Mit dieser Diamanten-Frau oder was? Oh, Janek. Wie geht's dir, Bruder? Willkommen im Stream. Frohes Neues auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, Ryloks. Vielleicht hast du, vielleicht hast du ja, ganz ehrlich, vielleicht hast du Glocke aktiv. Jan, du auch. Aber kann ja sein, dass ihr bei YouTube vom Handy aus oder so, vielleicht habt ihr Dings geschlossen. Wie heißt das? Wie heißt das nochmal hier? Diese Benachrichtigung aus. Das kann ja auch gut sein. Oh mein Gott, Kingmaster, was geht denn? Ich hoffe, alles gut. Danke, danke, mir geht's gut. Wie geht's dir? Wie war dein Silvester? Lishi, dir auch schöne Grüße und danke nochmal für deine Wörter. Ehrlich, ganz krass. Ey, das hat mich sowas von mitgewissen. Ohne Splat. Die Wörter von dir, die waren anders krass. Ey, ich mache mal kurz Duo-Random, Alter. Lange nicht mehr gezogen. Freut mich, Kingmaster. Danke, mir geht's auch ganz gut. Ey, ich habe Malone, ich habe das Geschenk rausgeschickt. Ne, ich hoffe, die hat das jetzt bekommen. Jetzt sag nicht Scheiße, Mann. Ja, Bruder, ich habe das schon, Mikael. Mikael, wie alt bist du? Sag mal, wie alt bist du? Ey, ich kann... Die deutsche Sprache behält ich auch nicht mehr so richtig, ne? Ey, Jungs, äh, beschreibt mal. Der Typ wird eh rausgehen. Wann fängt nochmal die Schule bei euch an? Oder ist bis 10. Das ist erstmal geschlossen. Ey, die Sounds kommen immer so spät an. Das ist doch echt abfucker, Mann. Hallo, Raffi? Ja, hallo. Moin, wie geht's? Ja, ganz gut. Ja. Das freut mich, danke auch ganz gut. Frohes Neusen. Ja, dir auch. Danke. Wo wollen wir landen? Mega. Wie mega. Ja, dann lass mal nach, schön nach Retail oder Misty, würde ich sagen. Oder bist du mehr Lazy-Fan? Keine Ahnung. Ja, das ist ein Lazy-Fan. Ich hasse da. Erst um mir egal, und dann... Achso, ja, wo mir die� kundigst 1864, was heißt das? München, oder was? Irgendeine Zahl? man denkt ja an einem jahr was ist deine erste kommt wenn du schon auf den 47 150.000 wie war das ist doch nicht sein ernst dass ich dir vier mal anbieten muss damit er stirbt und dann bist du geplant weil du es nicht gemeldet hast oder was 15.000 150.000 krass für die arschlöcher und dann wir sind doof oder was ja und hast du die angeschrieben irgendwie kann gibt es keine antwort oder was keine ahnung ich würde da irgendwie so eine mail wenigstens immerhin schreiben okay ja aber vielleicht halt wie gesagt ein fehler vielleicht weil mein bruder ist auch einfach weggegangen über der keine ahnung ich denke mal vielleicht keine ahnung warum bei der weiß ist auch nicht seine kommt einfach geboren aber er munkelt bei meinem bruder er munkelt das irgendwie sein sohn weißt du vielleicht irgendwie die ganze zeit die leute beleidigt hat so mein gott branden wie geht's dir scopes die auch schöne grüße ist wie die dennis noch mal 80.000 was nein ich habe sowas ich bin am marsch das war's wir sind am marsch ach so ok kann ja gut möglich sein ey raffi wir brauchen was zum heilen mann ich kann nicht mehr pass auf pass auf warte bei uns die hören bestimmt dass wir trinken und jetzt kommt er bestimmt wie ein geier wir schaffen das auch mein gott janko was geht hier wo es neues hey bro wie geht's wie geht's nichts 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 oh mein gott ich habe angst du bist du hast du gut gemacht hat er noch nicht der eine liegt da ich küsse dich ja deine spielweise halt nicht dich direkt jungen voller übertreiber das ist sowas wie kuss geht raus wenigstens ja guck ein kuss geht raus wo geht der raus weißt du nicht vielleicht trifft er kuss deine arsch backen dann stehst du auch da komm hey komm mal zu mir ok ok alles gut ich dachte bei mir sind welche aber falsch falsch gedacht falsch wo ja da ist einer da ach so diese eine mit 80.000 abonnenten da ach so gedrückt was kann ich dir was anderes geben wehen e michael bruder nein was willst du denn überhaupt ich verstehe oh mein gott karma wie geht's dir willkommen im stream bruder ja ne was soll ich mir was soll ich dann sagen wenn die leute so einen hässigen namen haben bruder bei mir sind welche aber warte nicht so aggressiv wo ist denn jetzt runter mein gott was soll ich sag ich mich mal war das ist jetzt nicht zu zweit da warte mal so aggressiv Mach nicht so Oha Oha der hat sogar Blue Life Du armer Tropf Junge Hast du gut gemacht Ja diese fucking Ecke Aber egal wir haben geholt Breh Was machst du da Heil mich Hab ich gar nicht Hey ich kann mich doch leicht bewegen Passiert doch nix Oh mein Gott Es kommt welche Mach was Nein Hast du gut gemacht Aber ich stehe hier alleine Du musst das irgendwie überleben Versteck dich oder so Fuck Fuck Fuck, fuck, fuck Ich bin tot Nein, wieder der Der ist weiter Wo ist der? Wie ist das? Oha der ist gut ja Oha ich hab voll Angst ich schüsse Warte der ist hier am zaubern Ja der ist keine Ahnung was Nicht mal einmal getroffen Tut mir leid man Schade eigentlich GG So ich hoffe er ist nicht sauer oder so Scheiß drauf Vains wie geht's dir Frohes neues Bruder Einer der letzten Nein Spaß Apo dir auch Schöne Grüße Willkommen zu dir Oh mein Gott Pixel Gun Du Ehrenmann Wie geht's dir Frohes neues Ich hoffe alles bestens bei dir Jungs tut mir leid Ehrlich Apo Ich wollte hier Mein Beiland Karma Was ist passiert Was geht bei euch so Nichts Was geht bei dir Ah ja Warte Oh mein Gott Mein Beiland Karma Ist ganz nah Außer Familie Oder Jetzt sag nicht Wegen Corona Warte habt ihr es genau bekommen Sogar mit 1000 Wie war es Wieso Ja Pixel Gun Das ist normal Hä Ich dachte du machst das nicht Ich dachte du hast Hast du den Abo beendet Hast du den Abo Da gelassen Oder Was ist Cringe John Junko9 Tut mir leid Bruder Kein Mod Ich suche zur Zeit Kein Mod Das wissen Keine Ahnung Freut mich wenigstens Danke mir geht's auch Ganz gut Lichi Erzähl mal Wie war's man Offiziell Mod Dir auch Abo Danke Frohes neues Mal Fatih darf ich mitspielen Sweetie Dennis Anan Nem Oh Ja Allah rahmet Ey Karma Ist schon Wegen Corona Oder was Oder wegen was Aleykumsalam Wie geht's dir Bruder Ey ich muss noch eine Runde spielen Auf jeden Fall Alter Kalbkrise Bei meinem Vater war ja auch Letztes Mal im Krankenhaus Ich hatte so Angst Ich schwör's dir Aber Gott sei Dank Hatte er nichts Gott sei Dank Ich schwör's dir Ich hab mir sowas von Ich hab mir wirklich So viele Gedanken gemacht Oh Aley Da kommt einem Dass du älter bist Aber ich sag ja zu meiner Frau auch Ist halt so Das ist das Leben Wenn man so als Kind Oh dein Kopf ist sowas von leer Aber mittlerweile Weißt du Als Kind macht man Klar gibt's auch Kinder Die dann krank werden Aber selbst bei mir YouTube Oh mein Gott Wer ist das Hallo Hallo Machst du YouTube Machst du YouTube Ja Wie viele Abos hast du 12 Achso 12 Stück Ja Deine Stimme Deine Stimme kommt richtig Hässlich Also Hä Red mal nochmal Was ist denn mit deinem Headset Kannst du Mikrofonpegel lauter machen Oder so Du redest so wie damals So auf dem 3310 Wenn man kein Internetempfänger Äh Wenn man kein Mobilfunk Achso Du redest mit deinem Controller Ja Okay Sorry Jetzt hab ich gecheckt Aber kannst du das ein bisschen ändern Oder so Das ist voll krass Hast du kein Headset Hast du kein Headset Ich hab's verstanden Dass du über deinen Controller Reden tust Ich komm mal zu Ich Ich komm mal zu dir Nein Ich meine Es ist ja nicht schlimm Dass man sich nicht so gut hört Aber Wär halt besser Wegen den Gegnern Weißt du Ja Jetzt kann man reden Das ist gut Aber Ja Nein Ich meine Wenn gleich Schießerei ist Wenn du was sagst Dann hör ich das nicht so gut Also Das Ich hab keine Waffe Was ist das Gib mal was Eine Pistole oder so Guck mal Wie ist ein Geschoss Digga Du stirbst Warte Ah Ich hab was Ich hab was Ich komm Ich komm Ich komm Oha Ich hab blaue Charge Komm Ihr seid Ja Gib mal was Hier Guck mal Ah Gib mal die Pilze Wenigstens Oh Er hat mich getroffen Mal Ihhh Popelfresse heißt der Der hat nur noch ein Leben Ich hab dem 99 gegeben Aber seine Freundin hatte ich auch schon Ey, er hatte so einen Schuss Verletze ihn doch ein einziges Mal, Bruder Schade halt nicht Kuss geht raus an dich Oh, Mensch Warum sind die Leute so? Unglaub nicht Fulkan, was ist los? Hau raus, Bruder, mit der Frage Nein, ich lese mir das Fulkan, komm, erzähl Warte, ich hab beendet Hab aber trotzdem Picks, Ligger Wie? Sicher, dass du's gebandet hast? Ey, ich wüsste, wir hatten gerade jemanden Im Stream, also in der Runde Der Typ hat gesagt Dass er mal für 10 Euro aufgeladen hat 150.000 V-Bucks bekommen hat Was ist dann passiert? Richtig scheiße passiert Und zwar wurde sein Account gebandet Ich glaub mal, ich denke, keine Ahnung Sweetie Dennis, warte, chill, atme mal, Bruder Ich lade dich gleich ein Schreib mal rein Wollen wir ein bisschen Custom Games spielen Oder soll ich lieber ein bisschen Duo Ganz ruhig weg Ein bisschen auffüllen spielen Für die Leute, die gemütlicher unterwegs sind Schreib mal kurz rein Ey, sagt jetzt nicht alle Custom Games Wenn drei Leute reinschreiben Hab ich sowieso keinen Bock drauf Oh mein Gott Acken, was geht ab, Bruder? Willkommen im Stream Er ist so leise Der ist mega leise Der hat das nicht verstanden Und ich glaube, er wollte mich verarschen Also ich glaub nicht, dass er mit seinen Dingsgeräten Sein Vater hat ihn ein bisschen verarscht Er so, hier hast du Headset Bestimmt diese 10 Euro Dinger Von Action oder so Er dachte sich Oh mein Gott, was ist das denn? Gaming Headset? Ja, mein Sohn Hab ich gekauft bei Diese Saturn 22 Euro Ne, ist sowas Oh mein Gott, was geht? Trupa K YouTube Drück halt der 4 Und mein Follower ist dir Okay Trupa K Y T Äh Mach ich Aber später Zählst, wie geht's? Frohes Neues Willkommen im Stream Äh, Acken, ganz gut, Bruder Ich warte gerade auf Fulkern Seine Frage Eine Frage Ja, frag doch die Frage Welche Stadt bist du? Ey, Osnabrück Also Ich sag mal Osnabrück Ich verkeh, sag dir das was Sag dir bestimmt nichts, oder? Die Stadt Ah, mir geht's auch eigentlich ganz gut Nur ich bin so traurig, man Übernächste Woche fang ich fest an zu arbeiten Das wird so hässlich Das wird richtig schwer Jungs, alle, die gerade mal im Stream sind Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen Wenn ihr den Like da lassen Ein bisschen Unterstützung für mich Ein bisschen Unterstützung für euch Aber ich mach mir richtig Angst Ehrlich Ich Meine Streamzeiten werden anders Und ich weiß nicht, wie ich streamen soll Bin mal gespannt Mal schauen Ich schau dann halt, ähm Wie, wie das laufen wird Ähm, also welche Uhrzeiten und so Ich da bin Einfach nur Kohlen Gucken, was ist das denn Ja, machen Kannst du mir ein Follow geben? Freu mich dann sehr Super, okay Bruder, wer bist du? Ich weiß nicht, was du meinst Atme doch mal Du fragst nicht mal Nicht mal frohes Neues wünschst du, du Affe Und dann wünschst du Und dann sagt der irgendwie Follow dies, das, anders Was für Menschen, Junge Lisa Interessant Und hast du dran Hast du dran gekriegt, oder was? Moin Colin Hallo Ja, so wo kann man nie rausgehen Bruder, kannst du reden? Wo wollen wir landen? Markier mal wenigstens Hallo Markier doch, Bruder Hier ist Slurpee Holy Komm nach Holy Boah, tut mir doch leid Nein, viel zu spät Die Leute Oh, guck mal Die töten schon Komm Holy Ganz ehrlich Chili Holy Holy Beste Ort Was erzählst du da? Holy 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 Hä? Was ist so eine Mädchenstimme hinten? Was? Ey, er pickaxe mich Ey, hier gibt es keine Waffe, ehrenlos Echt? Bruder, Wallah, ich habe nicht mal eine Waffe Verpiss dich Du hast mich verarscht Wallah Ey, ey Deine Freundin hört sich voll nice an Irgendwie Ey, hilf mir doch mal Ich habe noch Handgranaten Was ist das für eine dreckige Haus hier Land Ey Hilf mir Ey, ich bin richtig am Arsch Junge Help me, help me Help me, Junge Bitte Komm, du bist doch zwölf oder so Oder nicht Ihr seid doch Kreativmonsters Hilf mir Bist du doof? Ich weiß nicht mal, wie man schießt Hilf mir doch bitte Ich will nicht direkt sterben Was ich machen soll Hilfe Hilf mir mal Hilf mir Ihhh Ja, wir sind tot Toll Ja, lass mal eins gegen eins machen Und warum, weiß ich nicht Ich will dich jetzt nicht nerven Ja, ich will dich jetzt nicht nerven, Bruder Wenn du mit deiner Freundin unterwegs bist, scheiß Nein, bitte Nein, lass mich jetzt Nein, doch Nein Ich will, lass eins gegen eins machen Also, du meine Freundin Und gegen dich Okay Wie, eins gegen eins? Wie würdest du dann gegen Hä? Bitte, komm Wie alt ist deine Freundin da? Ich bin nicht gut Ich bin übel selten Wie alt ist deine Freundin? Ich darf nur selber 14 14 14 14 Wir sind beide 11 Wie Du bist elf Und hast du eine Freundin? Naja, Bruder Oh nee, eins gegen eins Ich hab Angst kreativ Ich will hier keinen Bock kreativ Das ist Ich hab Angst kreativ Bitte, komm Nein Was für die Menschen, Junge Der geilste Der Freund im Hintergrund Der dachte Wirklich Die haben mich jetzt Obst genommen Alter Mit der Verarsche Soll ich annehmen Oder mit elf Hab ich Sand gegessen Nein, Mann Das war doch Regmin Junge, Mann Ich hab die verarscht Also, die haben mich Danach versucht zu verarschen Gott, Alter Ich liebe es Immer den Pass zu geben Und wenn die immer Den Pass annehmen Und versuchen damit zu dribbeln Regenbogenstern Wie geht's dir, Bruder? Kurz geht raus, Andy Ey, mich wundert's heute Dass Can unterwegs ist Was ist los? Wengs hat nicht geantwortet Wie sein Silvester war Ey, ich schwörst du, ne? Ich hatte einen Kollegen Besser gesagt Ein Streamer Der hat einfach Zwölf Stunden Stream gemacht Geht, ne? Wie ist Alina? Willkommen im Stream, Alina Brrrr Brrrr Wollah, Mikael Du bist im Chat Ich leh Irgendwie Würdest du Was denn? Was will der Typ von mir? Wenn ich dir 500 Vibas Was schenke Würdest du mir Eine Pickaxe schenken? Bitte Hä? Welche Pickaxe willst du Dann unbedingt? Kauf dir doch Eine Pickaxe Pixel Alles gut, Pixel Was für ein Bahnhof? Hallo? 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 Wir sind wahrscheinlich Russe, ne? SSJ oder so Hallo? Hallo? Äh, wie geht's? Gut Freut mich mir auch Frust Neues Warum hast du dieses SSJ im Namen? Ich dachte, du bist sowjetunion Irgendwie bist du Russe oder UDSSR oder so Was bedeutet dieses SSJ? Das ist ein Clan Ein Clan? Von Ja Labern Wie viele Member seid ihr? Ja Ja Sieben Wie viel? Sieben Sieben Also so ein kleiner Clan Oder was? Keine Ahnung Ja Okay Nur unter Freunden Oder ist das richtig so Mit, äh Also was bekommt man Was gibt euer Clan denn so? Gibt's da, ähm Logos und so Für den Alles was ein Clan hat so Ja Also richtig so Wenn du zum Beispiel Was, ähm Musik machen willst Ach Musik Ah YouTube irgendwie Keine Ahnung Äh wohin? Bruder Du hast meinen Kopf verwirrt Oha, oha Keine Waffe Keine Waffe Keine Waffe Unten Auch nichts Wo bist du? Hilf mir Die schießen Behindert oder was? Wie ist das? Oha Von da Von da Von da Kommt noch eine Brrr Oha Junge Alter Ich seh schon Oha Ne 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 Also kein Bot Der hat ne Sky einfach Der hat ne Golden Sky Ist er behindert? Scheiße Kann ich machen Wie heißt du denn Auf YouTube Magst du keine Sky? Da ist aber gar keine Munition Drinnen Bruder Wie heißt denn dein YouTube Kanal? So Was? Salem? Ja Ja mach mal Ich guck mal Ja So Warte Warte Ey Tschüss Du tust so als ob ich Jesus wäre Warte S O B A Soda Ist wie dieses islamische Terroristische Ding So Ja Abstand Leert hast du oder Abstand? Ja Leert hast du Okay Dann S A L S A L Ist wie A O L M E M E M Salem Ja Mit M Soda Eis Salem Bist du Ich hab's gefunden Sieben Abonnenten Ja hab ich gesehen Mit sieben Abonnenten oder was Ja Okay Ich setz ein Abo rein Hast du abonniert? Ja hab ich gemacht Hier Achterbus Ja Okay Ja ich mach das Aber dann abonnierst du mich jetzt auch Ja okay So wie hier Also meinen Namen Aber musst du doppelt eintippen Also Faysack Und dann Abstand Nochmal Faysack Okay Okay Aber ich hab nix jetzt Grad Mach doch erst Guck mal du lügst mich an Du bewegst dich Willst du das gleichzeitig machen Ja ich hab mein Handy Grad nicht bei dir Du hast mich verarscht Ey die kommen grad Ja Bruder mach doch erst Ja ich mach aber wirklich Zu morgen Weil ich kann Lass dich Wallah ich deabonniere wieder Nein 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 Ich mach dich Der Ah guck mal hier Sowas Hier sind welche Der feiert sich Pst Ja Ey so hässlich Ich schür's dir da Verarscht ein Ich hab den nicht getroffen Leider Ja wir haben verkackt Was willst du machen Wohin gehst du denn Ja I du hast ein Abo gekrallt Und ziehst weiter Ey guck mal wie die abgehen Oh Oh Mann Tschüss Ich warte auf dein Abo Ja der hat mich verarscht man Er hat mich einfach so verarscht Was für ein Mensch Mikael sagt ja 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 Nein Bruder Ey hör auf Emily wie geht's dir Wir konnten streamen Was geht raus Der Typ hat mich glaube ich verarscht Der hat gesagt wenn ich ein Abo bei ihm drücke Ich muss jetzt gucken Wie viele Abonnenten hab ich Ich muss schauen ob das stimmt Ob der mich verarscht Schade Ey Jungs Oh mein Gott ich kotze Was für einen Titel hab ich überhaupt gerade Ich bin ein bisschen draußen aus der Geschichte Ich weiß nicht mal was für einen Titel Ich hab Public Abo zu Eine Ehre Kuss geht raus Ich schüss dir Ich liebe es Danke 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 Okay das ist gut Berat Berat was geht Ey ich schüss dir Nächstes Jahr Ohne Spaß Ich wollte ja dieses Jahr Ich hab das schon erzählt Ich war so heiß da drauf Ich würde Ich wollte eigentlich Wollte so ungefähr für 300-400 Euro Ohne Spaß Wollte ich Böller kaufen Also Raketen Also keine Böller Ich mag das nicht mehr Diese Bomben die man schmeißt Die explodieren Juhu Nix Weißt du Scheiße Auch wenn es auch Polen Böller sind Oder Kanaken Böller Scheiß egal Was für Böller Ich wollte eigentlich alle Batterien kaufen Und dann wollte ich so ein Video machen Mit den Batterien Das ist die Batterie Mal gucken wie der fliegt Was das ist Schade eigentlich Ich wollte das so machen Und gucken wie das läuft Ey Furkan Sei mir doch nicht sauber Bruder Bin wieder da Lisa Wo warst du Wo ist Kimi eigentlich Und die ganzen Kurden Bande Ich hoffe die fühlen sich nicht Ich hab ja nichts Schlimmes gesagt Kurden Bande Ist nichts Schlimmes oder Weiß ich nicht Mittlerweile ist es ehrlich Früher hat man gesagt was man will Mittlerweile muss man so aufpassen Türke Kurde Albaner Voller Diskriminierte Wenn man so irgendwie Afroamerikaner muss man heutzutage verwenden Das Wort Ganz krass Neige einfach Was geht Oh mein Gott 140 Hertz Wie geht's dir Bruder Hallo Nix mal was geht bei dir Nochmal Seit wann ich spiele Auf PC Auf PC Aber mit Controller Auf was spielst du denn Ah das ist Clan ist das Ich war eben Ich war eben mit einigen Drinnen Da meinte er so Ja ok komm 1 gegen 1 Weil ich bin halt Der ist halt ehrlich Bestorben Und der hat halt Davor mich gezählt Das war ein Und das hat Er hat Ich war Ach so in Fortnite Ich dachte schon in real life Bruder Du erzl Was ist denn los, ey? Ey, alles gut. Hä? Nochmal. Jaja, ich bin schon. Mit einem Bein im Graben, sagt man immer. Also so ungefähr im mittleren Altersdurchschnitt. Sagt dir nichts, ne? Ja, genau. Im Durchschnitt wird man Jahrhundert. Deswegen bin ich 50. Nein, was ist das? Das ist eine Verarsche. Wir sind am Arsch. Guck mal, mein Leben. Wenn er mich hittet, bin ich tot. Tschüss. Ahmed, das Schachbrett. Arschloch, ich hasse diese Ausflug. Er ist doch so. Was, kreativ? Boah, ich... Ehrlich, ich bin halt ein bisschen zu alt für kreativ. Was? Ich kann kreativ nicht. Ich bin zu schlecht da drin. Eins gegen eins. Guck mal, ey, was für ein Aim der hat. Der hat doch gar keine Freunde mehr, oder? Guck mal, wenn man so ein Aim hat. Du hast gesehen. Guck mal, der geht auf Kills aus. Auf wie viel Spieltipp? Auf, äh... Ich glaube, 140 auch. Digga, wenn du... Wenn du 140 hättest, möchtest du schon spielen auf dem... Öff, äh... Öff, äh... Oh, was zockst du da? Auf Playstation, oder was? Ja, ja. Oh mein Gott, guck dir das, Mann. Das ist ein Aura-Gang. Ja, ich bin auf PC mit Kontrolle. Ja, ich würde auch gerne... Egal, Kuss geht raus, Bruder. Schade, nicht für die kleine Runde. Vielleicht kommen wir... Drück mal direkt breit. Vielleicht kommen wir in die gleiche Runde wieder, aber... Okay, warte, warte, wir lassen uns vielleicht noch ein Eins. Warte, wie? Ich bin raus. Ach so. Ja, ey. Okay, eins, zwei, drei. Ich hab gedrückt. Scheiße. Richtig reingeschissen. So ein Simp, Mann. Ey, ich schwirr voll der Hästige. Wir sterben direkt so ohne Sinn. Können wir bitte, bitte Custom Games spielen? Bitte, Bro. Ehrlich, Janko, oder was? Janko schreibt bei, Alter. Janko, sei mir nicht sauer, Bruder. Ich küsse deine Seele. Wie geht's dir, Nightcaved? Willkommen im Stream. Ich hoffe, alles gut bei dir. Frohes Neues auf jeden Fall. Brr, Jan macht das, was Merkel sagt. Äh, hast du gut gemacht, Jan. Ganz ehrlich. Ohne Spaß hast du gut gemacht. Ey, dieser SodaEis, der... Ich glaub, mein Abo zieh ich wieder zurück, wa? SodaEis, wenn du mich hörst, im Stream bist oder so. Ah, da kommt ein HB-Member. Auf 165 jetzt. Ja, grad dem 140 ist 165. Hallo? Hallo? Bist du Deutscher? Boah, ich hör dich so schlecht. Das ist echt krass. Also, ich höre wohl, dass du grad was saß, glaube ich. Warte mal einen Moment, bitte. Oder wait. Nochmal, jetzt? Hallo? Was? Ah, jetzt. Was geht, Bruder? Ich hatte grad jemanden mit 140 Hertz. Jetzt kommst du mit 165 Hertz. Ist das auch ein Clan? Nein, weil der Typ 140 Hertz heißen und er meinte irgendwie, das ist ein Clan oder so. 140 ist ja langweilig. Keine Ahnung, warum. Ey, hör mal auf, was soll das denn heißen? Ich bin doch auch irgendwie, glaube ich, auf 120 oder so. Ah, 165 ist besser. Ah, man kann nicht immer das haben, was die anderen... Was willst du denn machen? Das ist genauso wie, wenn du Auto fährst. Dann gibt's auch viele auf der Straße, die ein besseres Auto haben. Stehst du da? Ja, ich weiß. Okay, landest du direkt hier auf dem Main oder da hinten in diese Container? Äh, ich weiß nicht. Lass mal hinten Container, wenn du kannst. Oder Main? Okay, okay, komm. Mir ist scheiß gar, komm. Hauptsache, wir landen zusammen. Container. Okay. Achso, ja komm, gönn dir, sag doch was. Na, nimm. Nein, nein, nimm, alles gut. Ich heil mich jetzt hier ein bisschen so. Ach Gott, Alter, scheiße. Was für ein PC hast du denn? 165 Erzungs und so, Junge. Weihnachten, geschenkt bekommen. Nö, selber gebaut. Was hast du gekauft so? Also, was hast du geblecht dafür? Dafür geblecht? Ja, ja. PC 1, 4. Ich hab, guck mal, ohne Spaß, ich hab für 800 Euro damals, ne, hat jemand so zusammengestellt. Ich hab keine Ahnung vom PC. Und, ja, mittlerweile will ich was anderes haben. 1.400, bist du zufrieden richtig damit? Oder meinst du, äh, ne, lieber 2? Oder so? Äh, bin schon zufrieden mit. Okay. Hast du selber erstellt und so alles? Ja, ja. Also, hast du selber zusammengebaut und so? Okay, nice. Ja, das ist mal nicht schlecht, wenn man Ahnung hat, weißt du? Sowas wie ich, dann stehst du da. Sowas wie ich, so, ja, ist so. Sowas wie ich, ist eigentlich so ein Playstation-Spieler. Weißt du, alle Jahre kommt irgendwann mal Playstation raus, dann holst du den und brauchst dich, um nichts zu kümmern. Ich hab ja früher immer auf Playstation... Ja, irgendwann mal auf PC... Ja, ich hab vorher auf Handy gespielt, Alter. Ich war komplett arm dran. Wie, Handy? Hast du nie mal Playstation gespielt? Noch nie im Leben eine Konsole gezahlt? Nein, ich hatte noch nie eine. Wie alt bist du? 16. Du 16 und hast noch nie eine Konsole gezahlt? Nein. Du verarst mich. Nein. Nein, auf. Wenn er hätte, dann muss ich mir auch deine Konsole aufzunehmen. Ah, ja, auf. Nicht mal Gameboy oder Nintendo oder so. Nee. Alter, was ist denn da für die Eltern, Bruder? Strenge Eltern oder was? Oder so. Keine Ahnung so. Aber jetzt hast du PC, wow. PC haben die erlaubt, aber Konsole? Nö, haben die nicht erlaubt. Ich hab's mir selber für mein eigenes Geld geholfen. Okay, Ehre. Ja, warum nicht? Also ehrlich zum ersten Mal. Ganz ehrlich, ohne Spaß. Mittlerweile spielen die Leute ja schon auf drei Konsolen. Also die haben alle Konsolen. Xbox. Äh, mein Freund hat da mal ne Blöds... Ey, bei mir! Oh mein Gott, das sind Zwillinge. Hilf mir! Als wenn... Bruder! Bruder, du hast ja richtig reingeschissen. Wollah, ich hab Angst. Ja, ja, die sind zu zweit. Wollah, ich sterbe. Bitte, mach was. Spam Granat, ja. Boah, der kommt noch ins Flugzeug. Ja, ja, ich hab schon gesehen. Richtig ehrenlos und so. Er stirbt nicht. Die haben die ganze Zeit Blue Life. Die haben uns verarscht. Und die scheiß Flugzeuge kacken richtig rein. Ey, ich schwirr's dir. Guck mal hier. Ich hab die so oft gesch... Oh, die sind schon eigentlich One-Shop. Ah, egal. Er hat mich gefinisht, das Arsch. Pass auf. Ja, ist gut gemacht. Der ist voll nett. Der hat dir Blue Life fliegen lassen. Oh mein Gott, Bruder, hast du gut gemacht. Nimm alles. Klau sofort. Hau ab. Nimm die Blue Life. Bruder, Blue Life. Hä? Oh, ich krieg deine Karte erst. Da waren Minis. Na, trink erst unten mit die Minis, bevor du jetzt einen Fehler machst. Ich dachte, du bist hinter mir. Die sind doch richtig heiß. Ach, das ist ein Bot. Scheiß auf den. Ah, Lul. Was machst du da, Bruder? Du bohrst wie König, aber... Irgendwie auch ein bisschen los. Was ist dieses... Was ist HP? Halber... Das war halt Random. Mein Name ist Random in der Stadt. Ach, so Random, aber BVB, Bruder. Das ist doch nicht... Dortmund, oder nicht? Ja. Nee, das ist doch kein Random-Namen jetzt. Scheiß auf das Flugzeug, Bruder. Hol mich hoch. Jetzt hast du einen Feind mehr. Du bist gut. Alter, sch... Nee, er lasert dich. Ich hab schon gesehen, ich schmeiß die Slurpees auf dich. Scheiß drauf. Spiele seit zwei Wochen. Ich weiß nicht. Zwei Wochen? Ja. Ja, zwei Wochen später bist du ja Pro-Gamer. Schon jetzt so spiel. Spielst du auf Master Statue, oder? Boah, stört dich das nicht? Diese Frau mit diesen vierkigen, schwarzen Scheißen da? Na ja, anders Augen. Oder nicht? Nee, 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 ist geil. Die ist geil, oder was? Ja. Fühle ich. Ach, du Scheiß. Aber ich habe einen Pink, fühle ich gerade nicht. Ich habe sieben. Er ist... Siebner? Noch nie erreicht, halt. Das ist nur sechs. Bambus, einfach hoch. Mach unten kaputt. Das halte ich doch direkt, oder nicht? Doch nicht. Scheiße, ich wüsste nicht. Ja, doch. Die ist über dir. Ih! Warte, atme ein bisschen. Geh und hol... Was machst du da? Stefan, er will auch seinen Freund reviven. Tschüüüü, bis das kaputt geht. Wo ist der denn jetzt? Ist doch über dir, oder? Warte mal. Du bewegst die Füße... Ist ganz oben, glaube ich. Volle Hässlinge. Seine Freund kommt! Rechts! Ja, da bist du am Arsch. Hinter dir, ne? Ist noch einer. Ein 24er Hildgriff. Hier, guck mal. Volle Hässlinge. Volle Hässlinge. Oh, sind das jetzt Feinde oder Freunde? Ich glaube, Freunde, ne? Ja, ja. Ja, ja. Schade eigentlich. Kuss geht raus. Ja, tschau. Gott. So. Wer ist dieser Mikael Ballmann? Was schreibt der die ganze Zeit? Ja, ja, ja. Ey Mikael, Bruder, was ist los? Ah, Santetta, wie geht's dir? Wir bekommen einen Stream. Kuss geht raus an dich. Ey Jungs, ich wüsste in der Zwischenzeit. Oh mein Gott, Stani, wie geht's dir? Ey, ich hab grad Kurdenbande gesagt. Wo ist die Kurdenbande? Ich hoffe, das ist nicht so herzergreifend. Ich hoffe, alles gut bei dir. Wie geht's? Frohes Neues auf jeden Fall, mein Scheiß. Ich hab so ein komisches Pieps gemacht. Jungs, alle, die grad neu im Stream sind. Ich würd mich auf jeden Fall mega freuen, wenn den Like da lassen. Wird auf Ehre. Ähm, tut mir leid, das ist ein bisschen Public-Spiele. Warum? Ist doch nicht gefährlich, oder? Sweetie Dennis will dann die ganze Zeit, dass ich ihn einlade. Und Manon schreibt Cringe. Warum? Wenn man diese Ausreden mit er auf MK gespielt oder so merkt. Ist Stani, was los mit dem? Ja, aber er kann nicht mal boxen. Wie boxen? Achso, die streiten sich. Oh Gott. Boah, was ist das für ein Arsch, Alter. Hallo? 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 Hallo, 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 hallo. Hallo, du bist in Deutschland? Ah, in Italien. Ich bin in Deutschland. Berg, Mann? Ah, nein, nein, nein. Ich spreche nicht in Deutschland. Okay, in welcher Sprache du sprachst? Italien und Italien. Okay, ich habe auch ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen Englisch. Katikorna, komm her. Du hast einen OG-Skin? Ja, ja. Ich hoffe, du bist ein guter Spieler, du musst... Ja, du bist OG-Skin in dieser Saison. Fünf, sechs. Sechs, ja. Welcher Saison spielst du? Was ist mit deinem Mikrofon? Ich bin... Okay, okay. Okay. Oh my god. Here, kiss them. Help me. Here, one people are here. Fuck. Can you help me? They come to me, oh my god. One shoot, one shoot. Okay, okay. Fünf, siebziger Hit. Ey, bro, bro. Fünf, siebziger Hit. Ey, bro, bro. Yes, yes. You are... Good, good. Fünf, siebzig. Oh my god. This was... Seventy-Five Hit. Bro, 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 what's los, Bruder? Tornado. Ich glaube, das ist nicht Winterfest. Are you living outside? Oha, bro. What's... What's... What's this? Okay. Hört sich so an, als ob er es gerade frisch aus dem Arsch rausgezogen hat, ne? Echtung, glaub mir. Sorry, bro, mein Englisch ist so bad. Oh my god. German... Wives? You love German wives? I like Hitler. Hitler? Yes. Oh my god. Yes. It was... Good. Perfect. Ah, you are a fan from... Which was the name? What? What? Suchuk? Nein, he is... Bellus Croni, oder... Bellus... What was his... Yes, yes, yes. Yes, it's... Ah, you are a fan from... No, no, I'm Italian, man. Okay. Ey, bist du... Ist doch Italien, oder ne? How old are you? Mein Englisch ist so verfick, scheiße, man. How old are you? Nein, I'm... 18. 18, okay. Are you gay? Why you love Hitler? No. I don't love, but... Ah, okay. Yeah, it was a good fighter. Here, go ahead. Oh my god. Der Typ hat einfach Sympathie gegen Hitler. Obwohl er aus Italien... Ja gut, damals war ja Italien noch... Oh mein Gott, what is this? Hä? Oh, wie heißt der Typ nochmal aus dem Zweiten Weltkrieg, der... Oh, wieso komme ich auf den Namen? Bin ich doof, oder was? Von Italien in der WW2. In der Weltkrieg. In Italien... Was... Was war der Name des... Präsident? Josef Pekonte. Hä? Josef Pekonte. Ja, aber in der Vergangenheit. In der Krieg. In der Krieg. In der Krieg. In der Krieg. Sie, äh... Bei mir ist es auch genau auf der Zungenspitze. Wo kommt der Name aus dem... Nicht raus, Jungen. Benito Mussolini, Bro. Was? Benito Mussolini. Ha, Mussolini. Ah, oh mein Gott... Es war ein lustiger Mann, oder nicht? Mit Hitler... Ich weiß nicht, dass Hitler gut ist und er waren große Brüder mit Hitler. Mussolini und Hitler waren große Brüder. In der Krieg. Ja, in Frankreich, aber ja. Ich weiß nicht, dass ich große Brüder bin. Nicht wirklich Brüder, aber große Brüder. Okay, okay, ich weiß nicht. Was machst du? Oh mein Gott, die fucking Zone, Brüder. Oh mein Gott. Go, 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 go. Oh mein Gott. Brüder. Come on. Ich denke, wir können, wir können, uh, jump in die Zone. Better. Ich komme. Okay. Wir haben keine Musik. Kannst du Musik machen, in der Fahrrad? Ja, das ist gut. Oh nein, wir haben kein Brüder. Benzin. Oh mein Gott, sie kämpfen hier. Come on, der Lamborghini. Können wir kämpfen oder wir gehen? Boah, roll rein, werfen sie Kämpfen! Oh mein Gott, ran ran, brüder. Oh mein Gott. Wie gegangen sie sch져? uns wow mein gott die haben wir nachquellen gib ihn wieso trifft er jeden schuss he make one shot me so baue ich nicht hinten look this hey go 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 oh ha i have one life one hp okay okay i must heal me hey was haben die mit mir gemacht okay wait a little bit danke 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 wir müssen aufbau abhauen my english is bad very very bad i think your english is better than my english what is your classroom note in english i have one i have one hit me i have no baby look look this oh my god shoot him mach was oh mein look 76 schade aber was für ein mensch jungen 76 leben noch treff ihn doch einfach wo ist das problem bruder gott ehrlich traurig schade ach man alter hast du gehört oh mein gott emmy wie geht's dir eckes da ähm ich hoffe dir geht's gut willkommen im stream noats weis noats hat mitgliedschaft ich kenne den typ nicht mal willkommen im stream bruder oder hat er seinen namen geändert ich weiß nicht wer das ist ich hoffe alles gut bei dir bruder oh mein gott greywolf ist auch da frohes neues greywolf emmy dir auch frohes neues freut mich danke mir geht's auch ganz gut ey ich würde das heute mein erster stream ne im neujahr gestern vorgestern bin ich einfach ein bisschen eingeschlafen name geändert ja wie heißt du denn frohes neues wie hieß du denn noats keine ahnung bist du das wer war das hier kilo oder so rage q irre der name rage q sagt mir nicht mal was seit wann hast du mitgliedschaft bruder haben wir uns irgendwie verwechselt wolltest du vielleicht bei einem anderen streamer vorbeischauen äh danke mir geht's ganz gut muss das sein aber ein bisschen irgendwie bin ich erschöpft ich muss sagen ich bin erschöpft ich weiß aber nicht von wo von was ach Raichu mal gucken ob diese chips noch schmecken ja heiße na geht kann man oh mein Gott wie geht's dir hallo paladin ja wie geht's ja wohl gut mehr bei dir auch mehr was sogar ich esse grad ein bisschen pringels was esse pringels achso dauerst du steckst mir gerade ein ich meinte ich esse mich gerade ein ne na was erst mal ähm 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 äh ja hier äh sagst du sein was nein ich sagst mir gerade ein achso ja ein was du hast es falsch verstanden ja ich hab verstanden du hast gesagt ich jacks mir gerade ein ach nee also du hast du jetzt da drauf ey nein kann ja sein warum nicht ja das äh wahrscheinlich ich kann zocken und jacken ein oder nicht falsch gegangen ey na boi soll ich da wissen bruder gibt's doch im internet jeden vogel kann man erreichen hier im internetbereich falsch verstanden wie geht's was geht was ist du denn gerade war ja auch verloren du hast ja dann jackst du dir doch einen hä nein ich trinke etwas aus hä du hast doch gesagt du isst gerade die einen hä nein nein hä hä ja was trinkst du jetzt bier oder was nein ich trinke gar nichts hä du wirst mich die ganze Zeit ich bin auch nicht hier zu wehren bist du ein schimmel oder was ja schimmel bin ich nicht oder Mensch also jackst du dir doch ein ja was hat denn boah da kam einfach egal ich sag dir das nicht nachher holst du mich nicht hoch weißt du wenn du mich umbringst wenn die mich umbringt was ich soll dir ein auto holen ja ne wo es dir geht dann sind ja ne wo es dir geht dann sind ja kühl doch ich esse gerade meine Pringel komm zu mir ich hab was für eine Torte ich spritz dich nass komm mal her ja damit du auch bisschen angefeuchtet bist ich hab ihn gehittet er stirbt einfach nicht ich weiß aber gar nicht warum der ist ein über uns schmerz ja ja juck geh weg du fetter seine freundin kommt ha hab ich gar nicht ja 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 hab ich auch gesagt so jetzt aber die vier alter mach faxen ey man ey ich war chips essen man richtig unfair ooooh vor allem er finisht direkt jungen schieß mal mach doch mal was ey ich war grad am der heißt einfach bella ciao egal jackst äh ich ess mir einen äh ja ciao ne tschüss ne steck mal ne bier was bierflasche stecken was pass auf gläser kann weh tun was mein mensch ich kann was erzählen better wie geht's dir gut gut äh bleepro meine ich danke mir geht's auch ganz gut luis nichts bruder was geht bei dir bruder kommt im stream ich hoffe alles gut ey luis ich hab mal ne frage äh was machst du heute nur random ja ähm greywolf ich denke ja was soll ich denn machen greywolf erzähl mal so wie würdest du sozusagen so ähm was würd dir dann gefallen was ein streamer machen würde einfach nur so weil du bist einer der weil du so fragst halt ja ich hab ein 10 euro pay save ich denke ich werd in der woche irgendwann ich werd das vorankündigen ich hol mir noch ein 10er pay save ich glaub ich mach mal wieder äh so ein duo turnier wie letztes mal custom games wisst ihr doch wo wir ganz geflext haben das war eigentlich ganz recht unterhaltsam find ich jetzt persönlich wo ist die Caprizone die Caprizone die ist tot weg alles aufgetrunken muss mir auf jeden fall welche holen ich bin so faul wir haben jetzt extra mit frau fast zwei wochen nichts eingekauft nur so wasser ähm wir haben zu viel scheiße wir haben zu viel scheiße zu hause wir wollen jetzt wirklich wir schmeißen so viel weg und das ist so traurig und ich hab gesagt komm wir kaufen mal nichts ein damit die reste alle weggegessen werden oh mein gott das duo ist unterwegs oh mein gott ah ein youtuber hallo 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 bist du youtuber oder nee da warst du was steht da da ich hab damals youtube gemacht achso hast du den namen einfach so behalten oder wie viele abos hast du denn gemacht was ist wie heißt du denn auf youtube also ich hab mich jetzt umgenannt hast du dich umgenannt ja aber ich mach halt nicht ich mach mich nicht mehr ist ok boah komm doch mal retail bruder ey die ganze zeit lazy lazy da kommen die leute von hinten von vorne da kommen die leute mit flugzeug und so mir hatte ich nicht mal eine schöne runde bis jetzt ok aber mir egal wenn du unbedingt lazy willst können wir auch lazy also wir können auch retail mir egal ja lass nach retail kommen ich hoffe da hab ich mal eine schönere runde obwohl ich seh schon ein paar gaias landen wieder dort brrrr komm komm lazy oha tschüss richtig nein zu spät nein zu spät ich seh schon warte alter werden wir doch lazy lazy sind auch genug leute mach ich schaff das nur zu den komischen häusern hier ok ja ich geh auch dorthin glaube ich jo oder egal warte mal hier ist noch ein Haus jo aber keine kiste brrrr wo unten müsst ihr werden im Keller ja aber ich hab ich wangst dass jemand hier rein gekommen ist alter ja im Keller ist wirklich einer du hast recht kein blue life war ja klar hast du ein bisschen blue life ich hab ne biggie gönn dir ne trinke einfach dreck schnell die schüsse bevor wir sterben wieso hast du mit youtube aufgehört keine lust mehr keine lust oder nicht so diesen erfolg gespürt was du so ja ja sein freund hat dieses chargepump gun boah er fügt das boah bist du ja zu not war ich auch schon da du hast du gut gemacht ich hab's gesehen wieviel abos hattest du denn wenn ich fragen nerv ich dich denn mit den fragen ne alles gut ja aber du scheiße ich wollte die gar nicht haben so jetzt ey ich hab ein kit na ähm und in wieviel monaten hast du das geschafft 3 4 3,4 monaten boah überleg mal ne ja wie lange ist das her wo du aufgehört hast keine ahnung ich hab 7,2 also 7,3 ja stell vor du hättest du durchgezogen jetzt hättest du mindestens 10k oder so ja ich hab nicht mal ne ar bruder geht's auch nach der wo ne keine ahnung da hinten ist einer ne und unter uns unter uns scheiße was machen wir jetzt wo ist der denn oha wo ist der denn oha was war er brrrr brrrr ich bin irgendwie er hat mich weggeschossen oben ist ne dings ein biggie ich hol den er hat nicht nur ne mp er hat blulife uah uah pfff nein 72er noch wieso haben wir kein blulife und die ganzen arschgeigen schon alter die ganze runden laufen so die ganzen verdammten abgefuckten pimmelrunden die laufen alle so verfickt scheiße jetzt tanzt er noch so wie ein oah junge 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 ja einfach nur scheiße oh mein gott leila wie geht's dir frohes neues willkommen im stream du wolltest ihn raiden wem wolltest du raiden leila war ne raid was für ein raid hä n wenn wir wem oh mein gott was wer streitet sich den last beefa achssssser streit oder was er wollte ehrlich oder was sie wollte dich mit 100 plus leuten wer leila oder was einfach leila echt jetzt leila geht es bei dir richtig ab oder was ja wenn du mädchen das geht es richtig immer ich finde ich jetzt einfach leila schreibe ich finde die kanal nicht einfach lieber schon da muss ja richtig ja ich und nikeft haben streit der ist voll blöd es geht auf schuhe wie auf schuhe da wollte ich mich verarschen jau alter greywolf tut mir leid bruder ich hasse es ich bin ich muss random dos ist nice aber wie wäre random scott lustiger meinst du noch nie gezogen also ich finde so random habe ich noch nie gemacht soll ich mal auffüllen spielen nein das ding ist es macht aber keinen spaß random team ich finde team ist immer so eine ganz krasse sache finde ich persönlich aber mal gucken du musst ja auch vier deutsche in der lobby reinkriegen ist auch schwer ich muss mal was leila ich finde deinen kanal nicht mehr ist nur ein vorschlag schreibt ich muss schauen ja das ding ist ja das ding ist ja keine ahnung hallo die meisten reden ja nicht mal weil die hallo hallo zwei sind im gruppen kanal wahrscheinlich hallo yes yes ich bin deutsch es geht nichts da was da mit den anderen lösungs da dieser wali und so können die nicht reden oder das ist deine freunde das ist so random ja kann ja sein dass sie mit drei leuten mit team gestartet haben ja keine ahnung lass mal ab nach misty oder wie alt bist du also also raketen gestartet und so habt ihr die alle hermann ich hab mich kommt nicht wo bist du ey die landen voll viele guck mal hierhin bei mir ey hier ist nur ein stein ich geh jetzt richtig jetzt aber ein bisschen bei dir ja hast du komm ich versuch zu kommen welcher bist du oh mein gott ich werde angeschossen ich hab angst geh wieder rein unser freund ist tot unser freund geht mega ab der hat schon drei kills warte atme kurz komm zu mir komm zu mir die sind hier am kämpfen hier 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 der holt den der versuch seinen freund zu holen da drin ist er nein jamie jamie die sind richtig jamie die ist richtig aggressiv hier ich hab den jamie ich hab den jamie 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 die ist voll gut ne ich glaub die runde wird was Wie du bist ein realer Nose Skin? Bau mal ein bisschen was. Gib mal den Scar her, ey. Bist du behindert oder was? Als Nose Skin verkackst du doch richtig, Bruder. Zeig mal, bau mal ein bisschen was. Ich hab noch eine. Ich hab noch eine Scar. Ey, da läuft ein Schneemann rum. Ich hab noch eine Scar. Ey, geh weg. Bruder, guck mal, der wird angegriffen. Wir müssen diesem Wally helfen, ey. Komm, lass uns nicht blamieren. Der Bruder geht ganz anders ab. Er ist halt gut. Oh, die Freunde kommen. Die sind richtig krass. Mann. Hast du? Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Der hier ist ein Typ, der kann bearbeiten und so. Hallo. Wie seid ihr? Die sind zu viert auf mich. Jaype. Leon, Junge. Oh, der eine heißt Black Mamba. Guck mal, der lebt immer noch, dieser Wally. Stell dir vor, der geht jetzt anders ab. Aber der hat kein Leben mehr. Brä, der hat wirklich den eingeholt. Boah, ich hab das Gefühl, er wird jeden holen. Oh mein Gott, der holt die einfach. Oh nein. Achso, ja. Aber das war meine letzte Runde, Bruder. Für heute. Okay. Schade, ich kusse. Ich kusse. Ja, okay. Komm, machen wir auf. Kusse geht raus. Nie wieder Team, Bruder. Viel zu durcheinander. Ein blöd Knau auf dem Squad ist ein Chaos, Bruder. Das ist mega. Ja, das Ding ist einfach, wenn die nicht reden, ist das ein bisschen scheiße, ne? Wallah, Grey Wolf, ich dachte auch schon, was ist los hier? Fatih, du bist mein Lieblings-Streamer. Oh mein Gott, Jan. Weiß ich Bescheid, Bruder. Ich schwör's dir, ne? Mach dir grad Pixel-Gran nach. Krieg dich Stress mit. Was machen die Arena-Punkte, Vaynes? Vaynes spielt keine Arena mehr. Warum, Vaynes? Was ist los? Vaynes ist mittlerweile irgendwie nicht mehr so sympathisch gegenüber Fortnite. Das finde ich gar nicht so gut. Vaynes, sag mal, was für ein Level hast du überhaupt? Kann man das irgendwo sehen? Nee, ich bekomm immer noch von... Ey, ich muss da rein. Ich muss da rein. Ich muss da kurz rein. Schuss her. War doch nicht so spät. Hallo? Ich bin auch kein Nachtstier. Das ist ein Thema, meinst du das? Das ist... Hallo? Hallo? Ich hab einen Lul mit der Granate. Ach du Scheiße. Schade. Ich dachte, das kann ja sein. Ey, Vaynes schreibt, weil ich nur Scrims spiele. Was ist das Scrims, Bruder? Bei anderen Streamern spielst du Scrims oder was? Ja, warum nicht? Kann man machen. Hä? Ohne Sinn, bevor du da spielst, spiel doch einfach Arena auf die Dings oder nicht. Verstehe ich nicht. Ey, Leyla. Ich sehe wirklich deine... Dein Kanal finde ich nicht, ne? Bisschen schade eigentlich. Egal, was willst du machen? Ich will es finden. Schade. Warum ist das so? Egal, passt auf jeden Fall. Äh, nein? Was geht? Oh mein Gott! Mike, wie geht's denn? Ich hoffe, alles gut bei dir. Warte, ich bin ein C-A-D. Ist so pixelgan, du Ehre, Mann. Wer ist besser? Arda? Irwains hier. Wer ist dieser Hamburger? Egal, ich mach mal lieber Duo eine Runde auf Irra. Ich mach mal eine Runde. Jungs, schreibt mal kurz im Stream, bitte. Soll ich mal wieder so ein Duo Custom Games Turnier starten? Oder lieber nicht? Ich muss kurz fragen, warum haben manche blaue Namen? Ja, die blauen Namen haben, sind die, die Leute, also die im Stream ein bisschen so aggressiv sind. Bei denen musst du ein bisschen aufpassen. Die sind immer beleidigend oder so. Nein, Speis Hamburger. Ich wüsste, dieser Hamburger, ne? Ich hab das Gefühl, der ist ein random Typ. Der verarscht. Hä, Stunny, letztes Mal hast du auch nicht mal gewonnen. Boah, ich muss diesen fucking Skin ändern. Irgendwie hab ich gar keine Lust mehr auf den Skin. Ich hab den irgendwie anfang an so gefeiert und jetzt so im Scheiß einfach. Jason? Hallo? 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 Was geht, Jason? Ich will ein bisschen bei dir. Oh, nix. Fortnite-Song. Wieso schon Level 109? Wie geht das? Aufgaben. Wo wollen wir landen? Komm, erzähl mal was. Ey, ich hab bis jetzt nicht mal eine Zone überlegt. Lass mal ein bisschen vorsichtig, so, weißt du? Richtig wie ein gutes Duo-Partner. Nicht so dieses ganze salty, lazy. Oder wolltest du sein? Oh, lass sie mich. Tschüss, lass lieber Craigie einfach. Oh, kein anderes Craigie. Ja, das ist ein bisschen sympathischer. Welcher Zeiten spielst du? Ich spiel seit, äh, also ich bin nicht gut, aber seit Season 2. Ich auch. Echt? Hast du so OG-Sachen? Ah, nur Season 3, Well-Post. Okay, ich auch. Aber ich bin nicht so gut. Ich hoffe, du bist wirklich gut. Du bist... Wie geht, Bruder? Letzter Season spielst, Alter. Ah, letzter, sag ich schon, seit Season 2. Egal, scheiß drauf. Lass mal ein bisschen ruhiger einfach. Gutes Aim. Boah, genau so sieht's bei mir aus. Ich wüsste, bauen bin ich irgendwie ein bisschen verlost. Bauen, editen. Ich, ähm, sehe auslande. Wie ein dreijähriges Kindergartenkind. Bei mir läuft ein... Also, läuft nicht, aber... Äh, so sehe ich nicht... Wie ein Dreijähriger nicht, aber trotzdem so. Ich glaube, mit drei Jahren geht man nicht mehr in den Kindergarten. Doch, hä? Und es ist Sinn. Mein Sohn geht doch auch schon in den Kindergarten. Ja, der ist auch drei. Also, wird bald drei. Der ist noch zweieinhalb. Äh, ich glaube, hier ist keiner gelandet irgendwie, soweit ich das gesehen hab. Glaub ich auch. Oh mein Gott, guck mal, hier ist schwere AK in, äh, Lila. Was? Ich hab ein Biggie, aber ich glaub... Du bist schon voll. Tschüss. Ja. Wie hast du das gemacht? Ich hab mir, äh, Leben entschieden. Äh, weiß nicht. Na, aber wie geht das denn? Äh, nein, das war... Das war ein Job. Ich hab halt... Äh, drei Biggies gefunden. Ach so, oh mein Gott, nein. Drei Biggies? Ja. Ah, ist gut. Das war ganz gut. Ich hab auch einen Biggie, aber halt... Ähm, ich trink den noch nicht. Weil hier sind ja mal so diese komischen... Fässer. Ey, ich schüss dir. Ich denke, wir werden diesmal den Wind holen. Könnten wir schaffen. Boah, auch ein Biggie. Was? Hier ist einfach ein Biggie Land. Zwei Biggies hab ich jetzt. Ich trink die einfach an die Scheiß drauf. Wie viel Gold hast du eigentlich? Warte, wo seh ich das? Da, 8.900... Irgendwie, keine Ahnung. 9K glaub ich knapp. Ich hab 3.000. Kaufst du dir immer wieder Sachen oder was? Ja. Ich mach das nie, ich verbiege. Ich hatte schon über... Ich glaub... 20.000 Gold. Ja, aber... Ach nee, ey. Wo kann man das denn Upgrade machen jetzt? Was? Hier kann man doch auch irgendwo ein bisschen Upgrade machen, oder nicht? Die Waffe. Ähm, nein, das geht nicht mehr. Wie, das geht nicht mehr? Das wurde er entfernt. Aber nicht. Doch. Wozu haben wir Gold jetzt? Gold, damit kann man sich ja Waffen von der neuen Säten mittreten. Brrrr, die sind doch alle richtig schwul. Für 600 über 500. Boah, ähm, willst du sowas haben? Guck mal, ich hab hier was Geiles für dich, glaub ich. Guck mal, sowas ähnliches so. Ist ne blaue Stumbe. Willst du nicht? Doch. So haben wir auf jeden Fall. Warte mal ganz kurz. Ich muss jemanden Discord begrüßen. Oh mein Gott, Michael, wie geht's dir? Wie war dein... Silvester? Ich hoffe, alles gut. Oh mein Gott, Majid, er so... Ich bin grad dementsprechend aufgestanden. Majid, wie geht's? Machen wir gleich paar Runden Duos, oder was? Ja. Ich hoffe, alles gut. Kurz geht raus, handel ich auf jeden. Hä? Bin ich auf Stumm, oder die? Scheiße. Okay, wollen wir weiter? Irgendwie die Zone ist bei uns. Wir könnten halt nicht vercampen jetzt. Warte, komm mal zu mir. Warum? Warte. Bei mir... Bei mir ist halt so... Ne Frau, da kannst du halt dein Gold ausgeben. Ja. Aber... Die gibt nichts Gutes hier. Scheiße. Und die exotischen Waffen haben auch besondere Fähigkeiten. Ja, ich hab mal so eine exotische Waffe gekauft. So eine Pistole mit Zielfellrohr. Ah, die ist kacke. Die ist... Die ist nicht nur kacke, die ist richtig scheiße. Scheiße ist ja kacke, scheiße. Egal, ähm, warte mal hier. Und da war ich mal hier, glaub ich. Da gibt's auch nur irgendwie so eine... Sniper mit Raketenwerfer. Ähm, du meinst die Pum... Die Haft... Deiner Sniper. Genau. Die Pumisniper. Genau. Weil die Sniper mit dem Bazooka... Funktion. Die hat ja fünf Schuss und die macht insgesamt 70 Schaden. Du kannst halt fünfmal hintereinander mit Spam. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, aber... Es gibt auch noch eine Sniper. Aber das Ding ist... Ja, wo gibt's noch mal? Ätzig. Die gibt's entweder... Da bei der Hütte. Warte. Oder hier bei Holy Hedges in der Nähe. Okay. Was gibt die? Was macht die? Damit... Wenn du ein Gebäude anschießt, ne... Dann fängt das an zu brennen. Ja, das sind doch ehrenlose Waffen. Was ist das? Es gibt noch... Eine... Finde ich jetzt persönlich. Double Berry. Mit der kann man Double Pummel spielen. Und ähm... Wenn du damit einen Gegner anschießt, werden die so... Ähm... Rückgestoßen. Also... Rückgestoßen. Achso, okay, okay. Ich weiß schon. Diese OG-Waffe da. Ja. Die Double Berry. Ja. Die Piratenwaffe, meinst du? Nein. Das ist eine Schrohflinte. Ja, aber die sieht doch auch wie ein Piraten-Dings. Hä? Ja, könnte man das so sagen. Aber ich weiß doch wirklich. Das ist doch die Waffe von Jack Sparrow, oder nicht? Nee. Keine Ahnung. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Du schießt, dann fliegst du. Aber du verletzt dich. Ich hab die auch schon mal gehabt. Die hab ich genau bei Colosseum benutzt. Ganz oben. Ich hab auf den Gegner geschossen. Ich bin runtergefallen. Ich dachte, dann lebe ich. Aber ich bin gestorben. Und es gibt auch eine schreitgedämpfte Pistole. Wenn du damit einen Gegner anschießt, dann... Fliegt er. Dann wird er markiert. Achso. Jeder auf der Karte sieht den, oder was? Äh... Nein, nur du und dein Team-Mail. Falls du... Du bist oder das. Okay. Warte mal kurz. Es kommt auf jeden Fall... doch eine Minigun. Die schießt Feuer. Brrrrrr. Dein Ernst? Wer sagt das? Das ist in dem Datenfest von Fortnite. Eine Minigun, die schießt Feuer. Ja. Boah, stelljufu... Es kommt doch eine... Ähm, es kommt doch eine... Also Flammenwerfer. So eine Art, ja. Es kommt noch eine... Irgendwie heißt das, ähm... Revolver raus, das schießen Zwerge. Revolver? Ja, im Revolver, da werden die Zwerge als Schüsse. Was machen die Zwerge? Man weiß noch nicht, was die Fähigkeiten sind. Also von der Minigam weiß man ja schon, sagt nämlich schon der Name, also Flammenminigam, sagt man ja schon, was da passiert. Okay, warte mal, ey, hier läuft einer rum, glaube ich. Ah, hier ist dieses Mädchen, das hier. Die verkauft Kohl. Die ist voll beliebt. Ähm, da ist so dieser Tomatenkopf und da kannst du deine Waffen aufnehmen. Ey, da, da, eliminiere Luigi 2, 1, komm. Ja, da müssten wir jetzt noch laufen, weil... Jaja, guck doch mal, da ist auch die Zone. Guck mal, die gammeln da. Da, da, jetzt hier. Aber wir haben noch 5 Minuten Zeit. Schlafen wir locker weg. Komm doch dahin, direkt. Nein, kenn ich nicht. Oh mein Gott, Tio Mir, wie geht's dir, Bruder? Wer? 3 Schuss MP? Nein, nein, 3 Schuss MP. Ist das eine neue Waffe oder was? Nein, die kommt... Nein, die gab schon in Season 2, also in Season 12. 3 Schuss MP. Eine MP, die 3 Mal schießt. Was ist das denn für eine Maschinenpistole, Bruder? Diese Uzi. Ah! Okay, okay. Diese kleine, ähm... Ja, ja, ich weiß mal. Drr, drr, drr. Guck mal, ey, wie schnell die sind. Ja. Was, was ist denn damit? Was? Die schießt, Raketen oder was? Ja, die kommt doch auch, hast du gesagt. Ähm, nein, weiß man noch nicht, was die Fähigkeit ist. Von zwei Waffen weiß man noch nicht, was die Fähigkeit ist. Die, die gehen wieder raus, oder was? Die jetzt sind. Ähm, nein, die bleiben drin. Ja, das ist doch voll asozial. Nein. Warum? Dann läuft doch jeder mit so einer scheiß mystischen Waffe rum. Nein, man kann, man kann die immer nur einmal kaufen für Runde. Das ist ja das Besondere an diesen Waffen. Man kann die nicht zweimal in einer Runde haben. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Das ist ja geil. Ja, die kann jeder, also die kauft. Die exotische... Aber nein, das meine ich ja. Ey, ey, oh mein Gott, die kommen auf uns zu. Ey, die wissen, dass wir da sind. Der schießt schon so hässlich auf mich. Sein Freund ist da, auf dem Dach. Der hat gar keine Angst. Ah, er liegt. Oder eine Sieg, ich weiß es nicht. Ja, ey, die gehen ab, die gehen... Oh nein. Was machen wir da jetzt? Ich versuch... Ich versuch, den anderen zu holen. Ja. Das ist gut gemacht. Nein, ich wurde angehittet, ich wurde angehittet. Ich hau ab, ich hau ab. Oha, die haben einfach Sniper. Sniper würde ich auch gerne haben. Oder ne, das ist diese komische Revolver. Bei mir sind zwei. Bei mir ist auch einer. Ich komme direkt zu dir. Wo bist du? Wo bist du? Ach da. Jason, versteck dich. Hab einen. Das ist gut, ich mach Jason. Ich bin das, keine Angst. Hier. Ach, brauchst du ja gar nicht. Wolltest du das... Ja, weil da nehme ich diese Sniper mit. Scheiße. Fuck. Egal. Komm, ey, wir haben gut gemacht. Ja, ich habe auch einen guten... Ja, meiner war auch gut. Ich habe den ungebracht. Ah, ich muss dich beschützen. Du hast gejagt. Da ist einer. Pass auf. Auf diesem Haus war auch so eine Hässlichkeit. Da, da. Ich versuchte ihn zu snipen. Aber da war auch noch einer. Was machen wir jetzt? Nimm doch die Minis mit. Einfach campen, campen. Aber ich habe Angst. Okay, okay. Okay, wenn du es schaffst, dann sag mir Bescheid dann. Da sind zwei Stück, die haben zwei Türme gemacht. Er hat gepiekt. Er hat gepiekt. Aber jetzt ist er wieder weg. Piekt doch. Der hatte gerade den. Na jetzt, was passiert da? Jetzt, jetzt. Die Pieken, die Pieken. Oh mein Gott, hätte ich die Sniper... Oh, ich hätte ihn sowas... Ich hätte ihn polieren können. Hier bei uns, dieser orange Typ. Er bleibt hier stehen. Oh mein Gott, wer war das denn? Von hinten, von hinten. Von hinten. Ja, lass abhauen. Wir sind richtig Sandwich-Modus. Pass auf. Egal. Komm. Komm, lass die hinteren dann klären irgendwie. Oh mein Gott, nein. Dies da, dies da, dies da. Oder der. Oder das. 42 Kopfschuss. Oh mein Gott, der weint anders. Aber pass auf, wenn er uns jetzt trifft. Guck mal, er versucht zu pieken. Ich versuch drauf. Wie von hinten wieder? Ja, von hinten werden wir wieder angeschoben. Ja, egal. Ich geh auf den Typen drauf jetzt. Ich komm auch. Oh, der ist... Der ist gut. 42. Wir bauen einfach runter, dann stirbt der. Wo ist der jetzt? Oh mein Gott. Er hat Kamikaze gemacht. Voll die Hässigkeit. Wo macht man sowas? Willst du nicht Raketenwerfer? Nein, ich mag Raketenwerfer nicht. Boah, bei mir sieht es genauso aus. Also chillt das dir. Pech, Gott. Ähm. Soll ich den Biggie weglassen? Ich will... Da ist einer drin. Ich will den Biggie weglassen. Keine Ahnung. Ich hab's einfach weglassen. Scheißloch. Kann ich mitnehmen? Ja. Nein, nein. Ich mach hier so ein Dach. Und dann nehmen wir das, wenn's... Versuch eins zu snipen. Ich komm auch. Ich hab jetzt auch eine Sniper. Wir können jetzt Double-Snipe machen. Da. Da piekt einer auch die ganze Zeit. Ja. Ich hab einen Moment erwarten, dann kann ich dem Headshot geben. Warte, vielleicht schaff ich das auch. Wo ist der? Da oder was? Ja, da ist einer und da. Und was passiert, wenn wir einen Headshot kassieren? Also, das ist richtig eigentlich, ne? Da ist er. Da ist einer. Ah, ist einer? Ja, ja. Er piekt aber nicht so... Er piekt. Keine Ahnung, wie war's. Aber ich treff den. Ah, ich muss ein bisschen höher. Ich muss ein bisschen höher. Ich hab halt nicht perfekt geschossen, aber... Ja, das ist, glaub ich, wie ein Fortmann. Okay, ich weiß jetzt ungefähr, wie hoch ich ziehen muss, um den Headshot zu geben, wenn er piekt. Aber er guckt da nicht mehr. Oh, ich hasse, dass sein Freund kommt bestimmt jetzt. Der hat jetzt irgendwas gebaut. Das ist scheiße. Guck mal, oh. Okay, es leben nur noch zwei Duos. Nee. Ein Duo und ein Solo. Ja, was machen wir jetzt? Pass auf, nicht von hinten oder so einer sich versteckt kommt. Nein, von hinten nicht. Einer ist da in diesem Turm. Und die anderen sind da. Ich weiß ja, von hinten sind wir safe. Da ist niemand. Okay, was machen wir jetzt? Ah, dieser Rote, der spielt da immer noch. Also da... Aber der piekt nicht mehr. Ich weiß aber nicht mehr, wo sein Freund jetzt ist. Das ist gefährlich. Da ist auch jeden Fall einer. Sein Team jetzt ist auch nicht mehr. Da unten schießt auch einer von ganz hinten. Von... Oha! Ich bin so der... Nein! Wie konnte ich den nicht treffen? Einfach nur scheiße. Sein Freund ist tot. Sein Freund ist tot. Da, da, da ist er. Ja. Noch, noch zwei Leute leben. Zwei Solo leben nur noch. Ach du Scheiße, wenn wir das verkacken, ne? Ey, ich schieße die ganze Gegend in meinen Boden. Komm, lass da heilen. Scheiß drauf. Oder nicht? Ich bin dafür. Boah, jetzt den Bazooka-Junge. Der wird doch anders klaren. Ich glaube, das wäre anders nice, Mann. Komm. Komm, ich komm, ich komm. Wenn der stirbt, one by one. Ich bin aber nicht gut. Komm, hol uns den Win jetzt. Ja. Der trinkt gerade was. Voll der Hässige. Hier. Er hat da was getrunken. Ich weiß nicht. Oh nein, er ist tot. Der heißt einfach Ghost-Fusion. Das ist ein YouTuber. YouTuber ist das. Pass auf. Der macht bestimmt neue Videos oder so. Nein, der YouTuber ist so tot. Nein, da steht doch. Der YouTuber lebt in ihm noch. Nein. Guck dir den an. Ich bin gerade geknitt. Was erzählst du da? Oha. Von wo? Der hat einen Aim von, keine Ahnung was. Voller, der ist gut. Ohne Spaß, der ist gut. Ey, man ist wirklich, der ist gut. Der ist auch gut. Aber der ist anders gut. Guck mal. Guck dir. Der macht. Der piekt kann nicht in den Headshot gehen. Ja, aber der piekt niemals. Geh nicht, geh nicht. Die Schüsse, der ist, oh. Wie er gerade schon gebaut hat, war krass. Der ist ganz krank. Der ist krank. Oh, die Zone kommt. Wie müssen wir eigentlich raus hier? Ich weiß. Ich habe ihn gesehen. Ich hole den. Ja. Ey, ich habe den von abgestaubt, aber. Oh mein Gott, geil. Geil, 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 geil. Oder GG, Mann. Ja, ich habe es gesehen, Mann. Der war One-Shot. Nice. Das geht raus. Echt? Ja, nice. GG. Oh, geil. Ciao. Jawohl. GG. Mega geil. Nein, schau. Warte, ist was im Shop, das mir gefällt? Kann ich das haben? Oh, mein. Oh, Mann. Was geht? Leila, was los? Ismail, willkommen im Stream, Bruder. Kurz geht raus. Alle, die gerade neu im Stream sind. Kurz geht raus. Ist so, Fatih. Nee, nee, nee. Was ist denn? Der arme Leila, du tust mir leid. Was ist denn mit Leila? Fatih, ich zock eine Runde. Tu das, Pixel. Was hat Leila, äh, nein, warte. Ich hoffe, dass du Albträumst. Und du in die Hose machst. Ist Lishi gerade pennen gegangen? Habe ich das übersehen oder was? Warte, ich muss mal in Magi. Tio mir, habe ich dich schon gegrüßt, Bruder? Ich hoffe, alles gut bei dir. Tut mir leid, falls du raus bist. Magi, ist meine Nachrichten-Face. Magi, ey, kauf mal eine Pan da. Ich weiß nicht, wie die heißt. Warte, Bugga. Ich muss gucken. Belkai, falls du noch da sein solltest, dir auch schöne Grüße. Magi, muss ich mir heute was ausführen? Nein, Magi, bei dir mache ich natürlich Auge zu, Bruder. Was erzählst du da? Aber du schreibst immer irgendwie, du willst irgendwas für 1500 Vivas. Du scheißt voll rein, Alter. Du hast doch 1200 Vivas gewonnen, Alter. Wieso willst du was für 1500, Magi? Voller Übertreiber. Leviathan-Axt. Ja, guck mal, Leviathan-Axt hört sich doch gut an. Der kostet doch 1000, oder? Wo bin ich jetzt? Den habe ich doch auch. Hier, 1000 Vivas. Tu ich gerne. Erzähl, sag mal deinen Epic mal. Du könntest die eigentlich für 1200 Vivas einen Skin holen, verstehe ich nicht. Aber mit Skins spielt man nicht so oft. Also, doch schon. Ohne Skin geht nicht, aber... Habe ich dich jetzt in meiner FA drinne? Ja. Ich hoffe, ja. Da, Twitze Issa 2. Bin ich richtig, ne? Für 500 V-Bucks? Nein, Mike. Bruder. Mike, vor allem, habe ich dir nicht schon mal was geschenkt, Alter? Du bist aus dieser Maurice FB, oder? Ja, komm, mir egal. Wie ist das? Wartet mal ganz kurz. Ja, Idee. Kuss geht raus. Viel Spaß mit dem Scheiß hier. Ne, die Spitzhack habe ich auch. Ey, ich wüsste, ne? Ich wollte die ganze Zeit schon mal mein Skin ändern. Alle Geschenke? An wen habe ich denn verschenkt jetzt? Na, nur einen, Alter. Ich wollte schon sagen, was ist denn los? Da hat jetzt mehrere Geschenke rausgehauen. Das ist ja traurig, ne? Ich verstehe nicht, warum, ähm, so eine Reihe, also von diesem Green Arrow, bei diesem Fortnite Crew-Paket, sowas rauskommt, ne? Das ist auch echt komisch. Dass sowas rauskommt, da, in diesem Paket, ist schon ein bisschen traurig. Finde ich jetzt für mich. Ey, dieser perfekte Hunter, Hut da. Guck mal, er schickt die ganze Zeit wieder eine Anfrage raus und legt mich ein. Mir egal. Ismail, Ismail, ich habe voll viele Leute nicht gesehen. Ich bin gerade ein bisschen random am Zocken, Bruder. Oh, Oliver, wie geht's dir? Ach, Oliver ist dieser perfekte Hut, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ach, kein Ding, Mann. Ich mache gerne. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Und zwar, ich muss... Oh, ich habe das Skin neu bekommen. Na, komm, du. Bin ich schon Level 60? Ich feiere den gar nicht so richtig. Wer feiert den Skin? Ich finde, der steht voll komisch so, ne? Mit seiner Hose und so. Voll breite Hose und so. Keine Ahnung. Ist ein Ninja? Ja, so weißt du. Also, keine Ahnung. So kampfmäßig ist er drauf. Aber irgendwo hat er immer so... Als ob er so ein Klettertyp wäre oder... Ich weiß es. Ich... Aber die Spitzacke, die passt dann nicht mehr, ne? Das ist doch mal ein geiles... Oh mein Gott. Bitte. Das ist wirklich online gewesen. Hier live. Schon läuft das. Die ganze Geschichte mit diesen ganzen Likes nicht mehr. Traurig. Schauen wir das kurz an. Bitte, 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 bitte. Ja, okay, komm. Ich mache kreativ, Alter. Wehe, jemand schreit rein. Ich mache öffentlich. Kommt, Jungs. Äh, ich habe mal... Ist öffentlich auf jeden Fall. Könnt rein joinen. Was denn, Maler? Was ist traurig? Nein, kann ich nicht. Junko, Bruder. Ja, atme mal. Hallo. Was geht? Fakki. Jo. Was ist los? Ich traue euch, dass niemand... Das ist traurig, ne? Das sind Leute kochen. Bei anderen... Aber, Maler, mir ist das auch ehrlich aufgefallen. Bei mir läuft es sowieso irgendwie. Ich glaube, ich bin einfach viel zu alt und 30 und hässlich. Weil, ähm... Ich meine, immer wenn ich was sage, ist irgendwo immer auch ein bisschen Wahrheit dabei, ne? Kriege ich Eisbrecher-Spitzer. Mal auch, Ries, Bruder. Nein, atme doch mal. Was ist los mit dir? So, ey, ich habe jetzt öffentlich gemacht. Keiner kommt rein. Aber scheiß drauf. Wir machen trotzdem ein bisschen kreativ. Dass so weniger Leute da sind, ich glaube, dass so... Nicer. Wir sind doch mal alle bereit, auf jeden Fall. Okay. Ich muss mal einstellen, nicht öffentlich, sondern nur Freunde. Das ist viel besser. Achso, Ismail, warte, Mann. Oha. Oh, ich will nicht alle annehmen, Mann. Sag mal deinen Namen, den nehme ich an. Äh, Ismail. Ich, ich weiß nicht, wer die anderen sind. Könnte ich einfach jeden jetzt annehmen. Oha. 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 Jemand fragt, da habt ihr euch etwas für 2021 vorgenommen. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also gibt es wirklich Menschen, die sich denken, so, oh, 2021, das, 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 das. Niemals, oder? Oh mein Gott, happy 2021. Boah, ich bin zum ersten Mal im Kreativ drin. Sieht mega geil aus. Was ist das denn? Steamboard. Verdeckte Information. Was ist das für Scheiß hier? Alles verdeckte. Ey, was ist das denn? Wie geil sieht das aus, Alter? Kann man in Kreativität, gibt es jetzt solche Sachen, die man bauen kann, oder? Varity Maps. Was sind da Varity Maps? 200 Ler, Death Strand, Death Strand. Death Strand, Hide and Seek. Egal, ich hau jetzt. Ey, wieso kann ich hier nichts ändern? Hä? Das geht hier mal, klar. So. Okay, wo ist die Sonne, was, Junge? So, rein, da hau. Oh, moin, moin, Meister. Pantera, wie geht's dir? Kommt ins Stream, Bruder. Kurs geht raus an dich. Hab geschickt, Kurdis, Kurdis. Ja, ich nehm's an, Bruder. Okay, hab angenommen. Maurice, komm, komm, komm. Wenn du mich 205 Mal tötest, kriegst du. Spannend. Hörtlich. Oh, ja, auch so zu tanzen, ey. Aaron, ich komme lieber nicht rein mit meinem Duo, ey. Arty, war aber nicht so. Akron, Ehre, Mann. Weiß nicht zu schätzen, Bruder, dass du nicht reinkommst, damit wir ein bisschen Chance hier haben. Das sind, das sind echt. Wann? Oh, ich hab nicht mal Dings gemacht, lad. Oh, Gott. Oh, Kimi. Wie geht's dir? Nein, ey, Akron, ohne Spaß. Danke dir, Bruder. Dass du, wenigstens ein Typ, der da wirklich ein bisschen sympathisch ist und der sagt immer, ja, ich geh nicht bei anderen Leuten jetzt rein und vermiesel alles. Weil er sagt von Anfang an, er ist ein guter Spieler und er wird keine anderen Leute damit nerven oder den Spaß verderben. Weil so kennt man das anders, ne? Die Leute kommen rein, wollen immer flexen und so. Die ganze Zeit gewinnen. Dass die anderen Leute keinen Spaß mehr haben. Danke, Kimi. Mir geht's auch ganz gut, das soll sein. Oh, Mann. Wohin baut ihr, bitte? Nein, du kannst dich gegen Arda verlieren. Was ist das bei Arda? Nein. Er feiert sich grad. Warte. Er hat sich diesen komischen Tanz genommen. Wala, du feierst doch nichts. Wie waren deine letzten angenehmen Tage? Wieso? Woher weißt du, dass die Tage angenehm sind? Die waren scheiße ohne Stream. Ohne euch? War scheiße. Ey, was ist das, Mann? Irgendwas stimmt mit meiner ganzen Einstellung. Ich bin viel zu langsam. Ich bin einfach viel zu langsam. Ich spür's dir. Es läuft nicht mehr so flüssig wie damals. Wie geht's denn? Er ist den scheiß Shit. Was für ne Scheiße, Bruder. Ich bin schon fast tot hier. Ich bin vielleicht ja verloren. Richtig reingeschissen jetzt. Geh mal, ey. Ich trink was. Jungs, wer pisst euch? Geh mal, ey. Keine, gell? Mann. Ja, wieso sind hier auf einmal so viele Leute drin? Wo sind die Leute überhaupt? Was geht? Was geht? Was geht? Bei dir? Mann. Voll der Übertreiber. Ja, ja. Die 25er Hits, Junge. Du Hacker. Weil du keine Freunde hast. Ja, ja. Komm aus der Ecke. Durchbruch. Ehre, GG. Was geht? Oh. Hab ich gar nicht gehört, Stani. Hä? Wieso hab ich sowas nicht gehört? In Osnabrück hat jemand so eine Bombe gebaut und seine Hand weggesprengt? Dein Ernst jetzt? Kimi, nein. Du kannst uns nicht verlassen. Wie? Ey, warte, wenn ich meine Chips richtig gut... Ja, diese Chips schmecken mich ja nicht an die anderen Packung. Schon ein bisschen älter. Mann, so zweite Chips packen. Richtig fett, Sackstyle. Ey, warte, wer mich tötet, ist hässlich. Oh. Ja. Weißt du Bescheid, Adler? Bist du hässlich? Boah, frag gar nichts, Stani. Ganz ehrlich. Eigentlich kein Bock, weißt du? Alles wegen diesem scheiß Silvester. Hab ich wieder zum Freundchen ein paar Pringelsdosen gekauft. Das geilste. Er wollte es gar nicht haben. Er so, ey, Junge, Alter, ich fress sowieso so viele Chips. Und der hätte selber... Diese Orangen, was du immer gesagt hast. Das ist Sweet-Dinger dabei. Er so, na, na, nimm mal mit, Bruder. Ich wüsste, ey... Er ist schon ein bisschen so pummeliger drauf. Er meinte dann so, mehr will ich nicht. Er so, ich hab vorgenommen, dieses Jahr abzunehmen. Ja, gut, okay. Wer ist dein Bruder? Oh, Roling ist auch hier nicht. Gar nicht schon streamen gewesen, aber hier drüben. Irre. Ey, wann fängt die Schule wieder an? Weißt du, ist einer? Weißt du, ist einer? Du weißt, weiß einer, wann die Schule wieder anfängt? Ich hab eine Frage gestellt und keine Antworten. Ja, wann die Schule wieder anfängt? Ich werde das zwei, drei Wochen noch verlängern. Sicher? Äh, guck mal. Ich hab die krasseste Waffe, Bruder. Arda! Bruder, hallo! Was ist das da? Ein bisschen nachdreht ist schon krass, ne? Wohin, ist die Runde vorbei, Junge, ein bisschen nachdreht. Ich hab keinen Bock. Ich hab gar keinen Bock auf diese Waffe. Guck, guck. Mach nur. Geierrohine, Junge. Sagst nicht mal frohes Neues und tötet mich. Ehrenlos. Oh mein Gott, Cryptic, wie geht's dir, Bruder? Der eine heißt einfach Ella Mendelssohn. Was ist das denn? Wo ist das? Wie ist das? Oh, es geht doch okay. Was geht bei mir ab? Danke, danke, Stein, dir auch. Ähm. 10. Januar fängt an. Ich dachte, wie es verlängert ist. Ey, wer ist dieser Mendelssohn, Junge? Ey. Also, seine Neujahrsvoraussetzung. Er so, ab jetzt werde ich kreativ jede Runde gewinnen und Loser-Tanz machen. Da steht doch, äh, sein Epic-Name. Das ist sein Epic-Name. Man sieht das nicht. Guck mal, jetzt, ey. Jetzt läuft das voll flüssig bei mir. Jungs, ich hab manchmal so einen Fehler, aber läuft das nicht so flüssig? Ohne Spaß. Woran hängt das? Ich brauch Hilfe. Wo muss mir einer irgendwie erzählen? Hä? Guck mal, ey, wie flüssig. Oh mein Gott. Ohne Spaß. Ja. Oha. Ja, ja. Volle Übertreiber. Naja, Mann, da können. Tschüss. Und bei anderen gehen die 6 Stockwerke höher, Alter. Bei uns. Dieser perfekte Hut hat mich gekillt. Was ist da los, Junge? Tschüss, Leila. Schau mal noch. Ey. Zwei bis drei Wochen verlängert. Ja, ich denke, wird auch bestimmt verlängert. Ich muss mal diesen Ella Mendelssohn gucken. Ich muss den warten. Auf jeden Fall, der ist gut. Ja, der übertreibt seine Runde mit seinen Korbgeben und so. Das tust du, als ob er es ein Mädchen wäre. Gib die ganze Zeit Körbe. Haltkörbe. Hm? Haltkörbe. Na, er... Das ist Marlon, der Geier, Mann. Hä, wieso heißt du hier Mendelssohn? Was heißt das? Ist das sowas wie ein Pimmelkind, oder was? Aber wieso Ella? Ist das ein Mädchen? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist ein Mädchen. Weil er verteilt ja die ganze Zeit Körbe. Die Weiber verteilen auch Körbe. Guck. Da ist doch ein Mädchen. Hm. Er hat keine Körbe. Er hat keine Körbe, aber er hat sich hintergegeben. Ihr würd dir ja glauben, dass das ein Freund von dir wäre, aber ich weiß, dass du keine Freunde hast. Ich glaub, die Runde wird das Ganze anders gehen. Bonne. Bonne, Alter. Ja, Bruder. Scheiß Sturm, Mann. Einfach beide gestorben, Alter. Was bringt das nix? Tschüss, das ist auch schon cool. Bei mir läuft es auf jeden Fall jetzt viel besser irgendwie, aber ich weiß nicht warum. Ich muss mal gucken, warum das so ist. Ich kauere. Ey, ich muss mir was zum Trinken jetzt holen. Scheiß Chips essen, ich hasse das. Soll ich kurz runter gehen? Shop kommt gleich. Halbe Stunde noch. Ich glaub, ich lauf kurz runter. Oder? Ja, ne? Ihr seid doch nicht lauf. Ja, ich spiel dich ein. Na, ich hol kurz was zum Trinken. Dann komm, spiel dich ein, bitte. Ey, falls jemand kommt. Ey, wartet auf mich. Oh mein Gott, André, nein! Wie geht's dir? Frohes Neues, Bruder. Was ist los, André? Ich musste letztens an dich denken. Ich dachte, wir wollten mal zusammen spielen. Du hast doch dein PC. Aber ich hab alle aus dem Freundesliste gelöscht, André. Ich weiß nicht, ob ich dich auch gelöscht hatte, ne? Muss mal gucken. Also, ich hab dich, glaub ich, auch gelöscht. Oder, ich weiß, haben wir schon wieder Freundschaftsanfragen geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Danke, André. Wünsch ich dir auch. Ehre. Oh mein Gott, Arda ist gleich hops genommen. Geh auf, es ist Schlaf und Zeit. Gute Nacht. Wer ist dieser Agro? Danke, Abdullah. Ich wünsch dir auch auf jeden Fall frohes Namen. Haben schon mal gezockt. Nein, haben wir nicht. Das ist hart. Ich glaub, da war doch was. Du bist doch rausgegangen. Ich hab dich doch eingeladen, aber du konntest nicht. Ähm, warte, warte, echt hier. Doch, ich glaub ich, ich bin einer Nutzscherregel. Wer bleide ich da lang so hässlich? Ich bin einer Nutzscherregel. Akim, bist du da so lang? Ich hab ein Stembruch. Ja, muss ich da nicht sein, oder? Was beschuldigt du nicht, ich bin einer Nutzscherregel. Ich bin nicht dein Vater, chill. Ah, die Schnurzscherregel. Beschuldige andere Regeln. Du, die, eben alles, was du weißt. Obst du, geh zu schnitzel. Wenn du gerade eben reingekommst, seid ihr erst, das Lachen. Ganz andere. Oh, ne, Alter. Oh, ne, Alter. Ah, diese Heilverbindung ist wieder. Ah, ist egal. Ich hab die jetzt erstmal stumm geschaltet. Ich konnte das leider nicht rausführen. Wer, wer, wer eigentlich dafür, äh, wie geht's? Bin neu, äh, CriX, wie geht's dir, Bruder? Willkommen im Stream. Äh, ich hoffe, alles gut. Bei mir geht's gut. Äh, ich hoffe, bei dir auch. Ich wollte leider jetzt was, kurz was zum Trinken holen. Aber ich bin mal für zwei Minuten weg. Adin, dir auch schöne Grüße. Ja, Adin, ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt war. Leider, ich dachte erst, diese Akten und so, aber leider hab ich die stumm geschaltet und die waren das, ne? Und die haben dann leider schon aufgehört. Vor allem das Ganze, ich hasse das bei Kreativ, wenn du die ganze Zeit in diesem scheiß Menü reingegrihst. Du wirst die ganze Zeit, weil es neu startet, rausgekickt, dann nochmal rausgekickt, nochmal raus. Boah, immer wieder rein, ey, so ein Scheiß. CriX, wie geht's dir eigentlich nicht? Groß Neues auf jeden Fall. Ey, hör mir ja kurz was zum Trinken. Wallah, ich kann nicht mehr diese scheiß Pringles, Alter. Vor allem diese originalen neuen, äh, so, diese Pringles, die ist ja mit Salz ganz normal. Äh, ich hab mega gedacht. Adin war, echt jetzt? Ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's wirklich nicht gesehen. Ich weiß nicht. Na, ich guck mal ganz kurz. Jungs, alle, die grad neu im Stream sind, ich würd mich auf jeden Fall, bin mein Freund von Pixel, lol. Ehre. Grüß dich mal, wenn du sinnst, auf Ehre. Mach mal die 40 Likes voll, Jungs. Alle, die grad im Stream neu sind oder keine Ahnung, länger dabei sind, vielleicht noch vergessen, ein Like da rauszuhauen oder sowas. Ich wär auf jeden Fall anders nice. Ähm, ich geh mir kurz was zum Trinken holen, hab ich, glaub ich, zehnmal schon gesagt, ne? Scheiß drauf, ich geh aber jetzt weg. Ja, ich geh mir kurz auf jeden Fall. Ich bringe'. Ich bringe's hin. Ja, ich geh mir kurz an, haz não d Offenwere jullie. Kas Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was haben wir keine Sounds hier? Was ist das? Genau, ey, ey, ey. Ich schwöre es dir, ne? Ab nächstes... Oh, ich besuche... Was? Hallo? Er redet ganz ruhig und geht wieder weg. Schade. Jungs, wir machen bis zum Shop, nach dem Shop, keine Ahnung, mach ich vielleicht wieder meine Ranten runden. Ich weiß es nicht. Soll ich die Woche da nicht... Ähm, du weißt schon, er kommt nicht mehr wieder, das hat er dir schon, glaube ich, vor einer Woche erzählt. Echt jetzt? Echt jetzt, warum? Warum? Warum kommt ein Pixel-Loll nicht mehr wieder? Ich weiß es nicht mehr. Warum hat er das dann geschrieben? Laufen die Runden nicht, Pixel-Gun? Was ist blöd, Mike? Was ist blöd, wenn was weg ist? Warte mal, guck mal, Cry... Cry schreibt, dass Pixel-Loll nie wieder kommt. Ich weiß aber nicht, warum. Hallo? Hallo? Nix, nix, Bruder, was geht bei dir? Guck mal, mit zwei... Mit zwei HP, ähm, Tracker sind da noch rein, irgendwie, ey. So, jetzt wird's interessant. Ähm, er ist oft beschäftigt, hat keine Zeit und ist in letzter Zeit etwas... Was heißt denn etwas reviert? Wie meinst du das denn mit etwas... Oh mein Gott, ich hab wieder so eine Tracks-Laff, ey. Gar keinen Bock. Äh, auf einmal... Es läuft flüssig. Ich muss ein paar Random-Runden starten hier. Guck mal, ich treffe jetzt wieder alles. Guck mal, wie geil ich bin. Was ist da los, Jungs? Ich muss wieder... Ich muss... Kreativ. Ey, die Team da. Bin hat oder was? Was ist das denn? Was ist schlimm eigentlich? Ganz gefährlich hier. Ha! Ey! Ratten-Effekt oder was? Junge! Ratte geholt. Arda, Junge! Ratte geholt. Ja! GG auf jeden Fall. Ey, was denn mit... Guck mal, die Spielen... Ey, merkt ihr das? Guck mal, was für einen fetten Arsch die Opfer hat, ne? Die spielen mit den Skins rum. Ohne Spaß. Die spielen mit den Skins rum. Ich hab doch letztens gesagt, hier... Ähm, die Farbbomber... Also, die Strandbomberin... Da haben die den Ass richtig klein gemacht. Und okay, bei dieser Weihnachts-Skin haben die wieder voll dicker gemacht, ne? Die spielen wirklich... Achso, ja. Boxfights ist immer was für Mimis. Warum nehme ich? Keine Ahnung. Ich hab's jetzt einfach so gesagt. Arken fragt, wie alt schätzt du mich? 53, wenn das in deinem Namen steht? Nein, keine Ahnung, Arken. Du warst doch, glaub ich, irgendwie 17 oder was? Ach, die Spitzacke meinst du, bruh. Etwas anders drauf? Also, meinst du, ist er in der Pubertät drin oder... Oder meinst du, ist er krank? Das war's, Arda. Rest in Peace. Oh mein Gott. Und der gibt dir auch diesen Tanz. Oh, bruh. Guck mal. Seitlicher Arschschwung auf dich, Alter. GG. Ich würde schätzen, dass du 30 bist. An Acken? Acken ist 30. Wie alt bist du denn, Acken? Komm, erzähl, Bruder. Übertreib mal. Jallah, nach oben bauen. Bruh. Nee. Sieg her, blöd. Das ist ja auch ein Türken-Skin, eigentlich, ne? ACTV müsste eigentlich diesen Skin hier haben. Bruder, was ist los? Hä, Alter. Ey, wer ist das? Hört doch auf, Jungs. Seid ihr hässlich? Lass. Lass. Ey, Schick, Junge. Ehrenlos. Weder noch, aber er ist halt nicht so wie immer. Vielleicht, weil er alter und vernünftiger wird. Kann sein, Kyrix. Ich weiß jetzt nicht. Ich meine... Was heißt das, wenn man älter ist, guckt man von mir den Stream nicht mehr an, oder was? Willst du mich beleidigen? Achso, Acken, du bist zwölf? Laber, ne. Boah, Acken, ne. Ich hatte dich wirklich auch schon so... Ich bin ja nicht übertreib, aber ich dachte immer so 15, 16 oder so. Hamburger ist 13, leider fett. Ja, Bruder, wenn du 13 bist, du hast Zeit ohne Ende, mach doch ein bisschen Sport. Und isst nicht so viel Pringels. Und isst nicht so viel Pringels. Wie ich. Was ist denn Pringels? Magi schreibt, es macht nur Spaß. Was ist Pringels? Chips, Pringels. Was heißt Pringels? Pringels! Wie heißt das? Hallo? Ja. Äh, das heißt Pringel, nicht Pringel. Ich scheiße auch, ich nenne das Pringel. Jetzt wegen dir nenne ich das Pringel, Junge. Das war's jetzt. Dann nenne ich das S raus. Ich gönne mir jetzt Pringel. Auf jeden Fall. Oh Mike, Bruder, du wärst... Oh mein Gott, er tanzt einfach diesen hässlichen Tanz. Mit den Jungs, gell. Ähm. Ja, ey, Mike, ey, ich schüsse dir, Bruder. Boah, mein Kopf, Junge. Ui, ey. Ey, das ist mega flüssig geworden aufhör. Aber was passiert? Was? Ich hab noch nichts geändert, oder nicht? Also, ich bin zwar nicht besser, oder so, aber... Ich merke das. Ich fühle gerade, wie alles auf einmal schneller geworden ist. Nein, geh mal weg, Mann. Voll der Übertreiber, Junge. Ich bin gleich, äh... Ich bin gleich, äh... Plan! Warte mal. Ja, ja, nachher gleich so. Oha, hier ist einer. Oh, dieser komische Mendelssohn. Oh, Junge. Was, du ein Mensch, Mann. Machst du die ganze Zeit Aufgaben, oder was, Skills? Guck mal, der, der, der... Bruder, er spielt so krass, als ob der Weihnachtsmann ihm gesagt hätte, wenn du Fortnite-King bist, dann kriegst du nächstes Jahr ein besseres Geschenk. Ja, der Tatsache, er schüttet mit seinem Kopf. Er kennt den Weihnachtsmann. Guck, 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 guck. Einfach ohne Sinn. Oh, my, Bruder. Du hast ja bis zum Weihnachten immer... Was hast du mit den ganzen Bugs gemacht? Erzähl mal. Also, ich bin 30, äh, Oliver. Also, dieser Pendel-Hut. Oder, keine Ahnung, geil. Ach, Mann, ey. Bockst du dich gar nicht, Alter. Er hat keine Vivas. Ey, Mike, ich hab dir doch letztens... Ich hab dir doch mal schon mal was geschenkt. Bruder, ich... Vielleicht hat der mich falsch verstanden. Ich hab... Voll der Übertreiber, ihr... Tschüüüüüüüüüüu. ich töd den jetzt mir doch scheißegal vermisst du ihn ja was heißt vermissen also ich auf jeden fall sympathisch aber ich fange jetzt nicht an zu weinen oder ja er hat wieder die hässliche waffe wieder oder was das ist ja geil guck dir das mal an das sind doch keine menschen mehr jungen schmeiß die dinge an bevor die umbringen und das selber benutzt solche leute hat man sowieso keine chance machst du da laden was geht laden übertreiber der übertreibt unten geh unten was willst du von mir nein also war schon auf jeden fall sympathisch aber keine ahnung was dazu sagen soll mike ist schon am weinen ja also nicht nein mike hä bruder sei mir bitte nicht sauer mal oder ich bin ganz ehrlich wenn ich wibachs scheißen würde ich sag mal okay vielleicht lade ich bis zum wibachs auf und so aber es sind immer allgemein nicht wenige zuschauer da oder allgemein keine wenigen leuten da wo ich nur ein zwei leute kenne wo ich dann sage kommen jeden monat schenke ich diesen bestimmten leuten einfach mal irgendwas ich kann nicht die ganze zeit einfach jemandem was schenken komme ich aus der ganzen nummer gar nicht raus ist das ganz ehrlich so wie es ist ist halt ein bisschen schwer auch ninja to go wie geht es dir bura Nein, wer war das jetzt der gewonnen hat? Das ist doch so, wie er dachte. Hä, wie kommst du auf sowas? Das ist cringe. Guck mal, voller Übertreiber. Das ist dieser komische Mendel so. Müssen wir alle auf den drauf gehen hier. Nein, die gehen lieber auf mich drauf. Mal ein bisschen ehrenlos jetzt. Guck mal hier. Hä, 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 wer ist das? Ja, diese ganzen Reflexe auf einmal, ne? Wer muss denn jetzt? Ich spiel mal hier den Opferstyle jetzt hier. Ah, damit ich bis zum Schluss überlebe ihn. Hä, wollt ihr mich verarschen oder was? Hä? Der schießt auf ihn, trifft mich und ich sterbe. Ey, ohne sind die Schüsse. Das ist so hässlich, Junge. Der, der gewonnen hat, ist mega bad oder was? Ja, Mike, ich verstehe schon, dass es nur 500 V-Bucks sind. Aber guck mal, ich muss doch... Ich schulde eigentlich voll... Ist Magic noch drin oder? Magic, bist du noch drin? Ich schulde ja noch so ein Kilo oder was, ne? Ich weiß nicht, heute nicht im Stream gewesen. Ich muss ja noch letztes Mal von diesem Custom Games Turnier Solo muss ich ja ein Kilo oder 800 V-Bucks noch was sehen. Also die V-Bucks, die werde ich schnell los. Hä, Stani, die muss ich auch noch geben? Warum das denn? Guck, jetzt kommen die ganzen Sachen hier raus. Da war auch noch was hier. Stani muss ich auch noch 800 geben, guck. Kilo auch? Scheiße. Skills auch noch... Was? Ist da was, oder? Ich glaube, das ist gelogen. Ich denke, das ist gelogen. Ja, ich muss ehrlich... Es sind schon einige da, die man was geben muss. Jetzt, was geht bei euch? Gleich stoppt, ne? Oh Gott. Guck dir vorne, ne? Guck dir vorne, ne? Oh, jetzt bin ich gespannt. Nein! Was? Ah, grüße Fasche. Ich hab zugebaut, er schießt und trifft trotzdem, Junge. Was für Menschen, Junge, 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 Junge. Hey! Ich lasse die Waffe. Oh Gott. Ist da oben noch einer, oder was? Dein Ernst, oder was? Voll der Übertreiber. Tschüss! Es sind noch keine Menschen mehr, was machen die da? Tschüss! Tschüss! Hey! Das geht! Oder ich check die Lagerräder hier gar nicht. Der eine übertreibt es. Was macht der da oben? Komm doch mal runter Junge. Justice Junge. Wie geht's Rhylocs? Ohne jetzt auf Arsch zu machen, aber Pixlr fragte sich, ob du ihm was schenken würdest. Weil du ja glaube, ich habe nicht allen was geschenkt. Aber ich glaube, Pixlr hat auch schon mal was gewonnen bei mir. Sieben Minuten noch. Was? Nochmal. Dieser Ella Mendelsohn ist ja... Keine Ahnung, ob er der Beste ist. Könnte ich jetzt nicht behaupten. Sie meinen sieben Minuten Schocken rein. Fatih, machst du auch nochmal? Wie meinst du das? Ja, ja, ich werde noch ein bisschen gleich random drohen und so. Scheiß doch. Vains ist in die Gruppe, glaube ich, reinkommen. Na, Vains, was geht? Fatih. Ja. Habe ich doch. Rhylocs, was geht? Bei dir, Bruder. Ey, der so sich... Dein Ernst ja. Im Stream habe ich deine Begrüßung auch nicht gesehen. Könnte ich eigentlich. Ich grüße dich immer, Junge. Ja, dann habe ich dich nicht gegrüßt. Ja, ich schwöre, ich kann nur seine Fresse treffen. Ich kann nur seine Fresse. Ein 40er Hit, Junge. Arto, ich schwöre, du hast so viel Glück, du hässlicher. Echt unglaublich. Du wärst schon zweimal tot. Guck mal im Stream, was passiert ist. Du guckst doch nur mit deinem Gesicht raus. Arrr. Er schreit. Au. Das hat Alter verdient. Uka-Umba-Tanz, Junge. Wow, Alter. Wenn meine Frau das wüsste, was ich wirklich hier an D-Bucks auflade, ich glaube, da gibt's wirklich, äh, Streitereien. Na ja, ist ja auch scheiße. Pixel hat noch nie was von mir bekommen. Okay. Ja, keine Ahnung, ich bin ganz ehrlich, ich schreibe die Namen natürlich nicht auf. Wenn jemand was bekommt von mir, ich schreibe das nicht auf oder speichere das nicht ab oder so ein Scheiß, ähm, ja. Ich schreibe ihn ab und er darf was für, ja, genau. Wieso ist er nicht gestorben? Schade. Hey, hab ich noch, hab ich überhaupt noch Lust auf Kreativwinken, wie gar nicht, meine? Hallo. Alter, ich schieße, mit One Drop, mit Attack holt der mich? Sag, wann geht das? Hallo. Traurig. Was, ja, ich höre dich auf ihn. Kann ich joinen, äh, Letquick, wie geht's dir? Willkommen in den Stream, Bruder. Kurs geht raus. Auch an Richards Bobo Roffs, auch willkommen in den Stream, Bruder. Ja, ich muss mal gucken, wegen des Freundschafts-Anfragen. Ich hab so viele Freundschafts-Anfragen wieder und, äh, ich hab keine Ahnung, wer die Leute sind wieder, ne? Jawoll, danke. Ich hab keine Ahnung, wer die sind, deswegen lehne ich ab. Oh mein Gott, Effie, danke, Bruder, mir geht's gut, wie geht's dir? Willkommen in den Stream. Ja, Rocket Launch, da. Wer ist dieser Divis? Ist S-X-N-T-X. Ist das Richard? Keine Ahnung, wer das ist. Fake Mischi. Jamie hab ich, glaub ich, die Runde gezockt. Johnny HD, ich weiß nicht, wer das ist. Ey, Jungs, ich schwüsste, ne? Wer ist das? Ach, das bist du, Acke? Boah, ey, ich, ich verlasse jetzt, ich verlasse jetzt, pechgal. Doch, ich geh gar komplett kurz raus. Ja, komm mal wieder. Echt jetzt? Weiter kreativ, oder was? Ey, was guckt ihr da hinten? Oh, ey, ich verlasse kurz, ganz komplett, ne? Jetzt wird's aber richtig interessant. Prima. Das ist nur ein Shop, sagt er. Das Ding ist, jeder wartet nur auf diesen Scheiß-Shop. Wer hat sich halt nicht diesen Tanz alles gut? Das Ding ist, mit männlichen Skin kannst du's knicken. Guck mal, wie das aussieht. Heutzutage, die Tänze, das ist schon krass, ne? Also, dass sowas in wird, so als Tanztechnik, also ich denke mal vor ein paar Monaten, wenn ich so irgendwie tanzen würde und sagen würde, komm, das ist mega geil, das ist ein Move Fakt. Ähm, die Leute, also die ganze Masse konzentriert sich wirklich nur noch auf die Kinder. Das war schon früher so, aber jetzt ist mega Katastrophe, weil die können auch schnell erreichen. Das ist ja nicht nur bei den YouTubern so. Selbst bei den YouTubern ist das wirklich so, ob du YouTuber bist oder sonst wie was so ein Scheiß. Oder wenn Spiele rauskommen oder diese ganzen TikTok-Scheiße-Tänze und so. Das ist eigentlich alles so ein bisschen mehr oder weniger so auf diese ganzen Kinder spezialisiert. Stellt euch mal vor, die Kinder hätten sowas nicht. Das wäre alles gar nicht erfolgreich, ne? Oder nicht? Also, erstmal ohne Spaß, weil ich denke mal, auch zum Beispiel bei Instagram, bei Instagram sind mehr so ältere, nicht ältere, aber so über 20 Leute, denke ich mal, so ein bisschen heftiger unterwegs, weil dort sind mehr oder weniger diese Blogger da, ne? Die wirklich auch Tipps und Tricks so auf professionelle Ebene so geben, so weißt du? Also auf anderen Plattformen ist es mehr so, ich kenne dich oder scheißegal. Mir kommt das so vor, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Breh, Schneefuß ist drin, hab ich. Was soll ich damit, will ich nicht. Himmelsjäger, hier, Lennart. Das wäre doch mal ein Skin für dich, Bruder. Komm auf dir. Nachtglanz wieder drin, hab ich bei heute im Tanz gesehen, in diesem Scheiß-Tanz. Eli Ronaldo, wie geht's dir, Bruder? Willkommen im Stream. Danke für deinen Gruß hier. Gewitter, oh Gott. Der Shop ist immer noch, oh Gott sei Dank, Weihnachtsartikel sind raus. Gott sei Dank, die Weihnachtsdinger sind raus. So ein Shop, ey, jetzt ist wieder Kratos immer noch am Start. Alle mitsingen ist immer noch am Start hier. Oh mein Gott, das kann ich noch jemanden kaufen für 0 V-Bucks. Hat das jemand nicht? Das kann ich ja jemanden schenken hier. Ganz komisch. Noch kein Geschenk. Oh, Kingmaster, wie geht's dir? Den hat doch bestimmt sicher jeder, oder? Oder gibt's da jemanden, der den noch nicht hat? Noch keinem was geschenkt, oder? Hier das einzigste Ware hier im Shop, was auch ein bisschen Sinn ergibt. Ich finde, dieses Gewitter ist so sinnlos. Also es war ja mal, ähm, da war ja, das war ja, ein Tag war ja dieses Nullpunkt im Shop und danach kam dieses Gewitter im Shop. Ich weiß nicht, war ja die so null. So null. So hässlich. Und dann 2000 Vibas. Ich verstehe nicht, an was die, also, ach, an was haben die gedacht? Wer bist du dein Cry-X? Ich muss sowieso mit dir zwei Tage befreundet sein. Wie soll ich dir das schenken? Ja, ich hab verstanden, Mike. Du kannst dir keine, ich muss ganz kurz was hier gucken. Ja. So. Hä? Ich wollte schon sagen, der Skin ist nice, ne? Ich schwör's dir. Wo ich so geguckt hab, ich wollte gerade sagen, der Skin ist mega nice, nur wird die Hose ein bisschen enger sitzen, so nicht so breit, sondern enger, weil der hat oben, ähm, so ein, ich sag mal, so einen längeren Oversize, so ein T-Shirt, ähm, T-Shirt, ne? Und wenn er so engere, wollte ich sagen, der Skin ist mega nice, ne? Wo, der hat kurz gedreht, ja, was hat mit der Fresse passiert? Was ist das für eine Frisur auf einmal? Das tut mir anders leid, ne? Vor allem von dem, von diesem Optik hier ist irgendwas schief gelaufen. Ja. Von mir so gut. Hat sie, hat er die Haare auch, ne? Ja. Unnötig. Ja. Unnötig, was er sich dabei gedacht hat. Ohne die Jacke, guck mal, allein dieses Pullover, ne? Dieses, Symbol, die ist auch mega nice hier. Ja. Was ist eigentlich, wenn Pullover weg, wär auch eigentlich ganz cool, denke ich. Nachtglanz hier. Ah, die, der Skin ist nicht schlecht, ne? Stief, lass mal mal weggehen. Ja, Alter, der Skin ist geil. Also, der Skin ist nice. Gefällt mir. Verhältlich. Finde ich. Nicht schlecht. Oh, du scheiß Lappen, sagst mir, wenn es mich juckt, du Virgi. Also, Shop ist Müll schon wieder. Ja, der Shop ist schon wirklich Müll. Gibt's nichts Besonderes hier. Ich, Schneefuß, ich gönn mir den, glaube ich. Ich, ich setz mal den Schneefuß auf. Schneefuß. Oder, ne, ich spiel mit dem. Jungs, ich spiel jetzt alle, die gerade im Stream da sind und hier mitgemacht haben, wirklich den ganzen Tag hier bis jetzt. Ähm, danke. Jungs, ähm, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr vielleicht ein Like da lassen würdet. Ähm, Black Lives Matter. Was, Mann, Mann? Guck mal hier, Krixis, das ist Pixel, Leute. Komm, ich schenk dir Pixel, Leute. Damit's nachher nicht heißt, ja. Habe ich dich denn als Freund noch? Habe ich dich in meiner FA drinnen, Pixel, Leute? Ich geb dir das. Ich dachte, das ist, ich denk mir so, was ist das? Du musst dir rausgeben hier, Pixel, Leute. Ich hab dich, glaube ich, gar nicht mehr in meiner FA drinnen, kann das sein? Na, ich seh dich, Leute. Alles nicht. Reitschuh. Das war der Typ von Gartinen, Mann. Der Ehrentyp hier. Ach, meine Ohre, Alter, die jucken schon so hässlich. Was ist das für eine Stimme, Alter? Ne, ich finde den nicht. Pixel, Leute. Achso, achso, ja, okay, dann weiß ich bestimmt. Ich hab Pixel, Leute nicht mal in meiner FA drinnen, glaube ich, denke ich. MJ, wie geht's dir, Bruder? Wir kommen in den Stream, es geht raus an dich. Jungs, was wollen wir? Wollen wir Custom Games machen? Wollen wir Custom Games machen? Gucken, wie viele Leute mitmachen auf Duo-Ebene. Komm, wir gucken mal, wie viele Leute mitmachen. Ganz kurz. Ich guck, wie viele Leute mitmachen. Wenn es zu wenig sind, dann scheiß drauf. Ähm, Hallo ist Code. Alle, die mitmachen wollen. Hallo, Duo wird gezockt. Falls die... Nein, nicht Teams, mein Mann. Und heul doch mal nicht, Junge. Mach ich Solo, wollen die Duo. Mach ich Duo, wollen die Teams. Mach ich Teams, wollen die Duo. Mach ich Duo, machen die Solo. Ey, warum? Ey, musst du dich da verstehen, oder was? Ja, MJ, warte mal hier. Ähm, Hallo ist, äh... Code. Ich muss nicht frohes Neues machen, ne? Shop ist richtig behindert, MJ. Guck mal, hier ist Schneefuß drinnen. Habe ich mir geholt damals. Ich weiß nicht mal, warum. Ich glaube, wegen dieser Pick... Äh, Rückenassessor. Ich weiß es nicht. Das Weibliche gab es damals nicht. Sonst hätte ich die geholt. Alleine wegen diesem Schwert vielleicht. Was ist da mit ihr Arsch los? Hä? Die hat gar keinen. Was ist da denn falsch? Hä? Ist das bei dem auch so? Hä? Also, Undercut. Zack. Als ob die so ein Brett drin hätte. Gerade. Ohne Sinn. Ist ja mit der Spitzhacke los. Ist auch nicht schlecht, ne? Keiner kauft das, aber... Ist nicht schlecht. Alter, wir haben es verstanden, Bruder. Alter, war drei Beine. Äh, nichts. Schwitz rein. Wie geht es dir, Bruder? Willkommen ins Team. Komm schon, du hast noch viele... Das ist auch nicht schlecht, ne? Wenn man mit diesem Skin spielt. Mit diesem Rücken hast du das Spiel. Und dabei hat man diese Charge Pump Gun. Ich glaube... Das ist doch... Dann bist du gezwungen, diese Charge Pump Gun auch zu spielen, ne? Nein, scheiß doch. Nein! Oh, Nils, Junge! Ey, der scheißt voll rein, Bruder! Dein Ernst jetzt? Kuss geht raus. Oh, nee, Alter. Ach, du scheiße. Nils, Mann! Oh, Junge, du... Ey. 14 Leute. Match wird gestartet. Wir landen alle bitte bei Lazy Lake. Einer ist wieder raus. Nils, Bruder! Danke, 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 danke dir! Warum? Ey, ich schwitz dir, ne? Ich muss das mal... Nils, ich bedanke mich irgendwie... Ich muss ihm mal so eine kleine 5-Euro-Spende oder so mal geben. Aber leider kann ich das jetzt noch nicht machen, weil ich verstehe nicht, warum. Ich wollte das irgendwie letztes Mal machen. Das ist eigentlich traurig. Leider funktioniert irgendwie meine YouTube-Dings... Oh, mein Gott, ich bin mit einem Pixel-Gun an mir. Oh, nee, die Schüsse. Ich fühle mich sowas von unterdrückt. Es ist scheiße. Ich weiß... Oh, Mann! Ey, Jungs, echt danke. Alle, die gerade rübergekommen sind und beim Raid hier beteiligt sind und mitmachen. Das ist echt... Ich komme mir schon so blöd vor. Hör auf damit, Bruder! Ganz ehrlich! Ey, der übertreibt seine Rolle voll mit seinen Raids, Junge. Danke dir, danke, danke, danke. Ich muss den... Ey, was sagst du so der Aktion, dass Nils mich wieder hier... Raid? Alles gut, Krixx. Weiß ich Bescheid, Mann. Oh, Venom Nils. Wie geht's dir, Bruder? Willkommen im Stream. Ich hoffe, alles gut bei dir. Er ist gerade on Stream. Malon, er ist gerade on Stream und guckt kleine Streamern an. Der echte. Oh, mein Gott. Wer denn, Malon? Oh, mein Gott. Amar. Oh, mein Gott. Der echte Amar. Was? Busfahrer Kai. Hey, Malon, bist du doof oder was? Hey, Malon, bist du doof oder? Ey, ähm, nicht vergessen, wir landen alle bitte bei Lazy Lake auf ihrer, okay? Komm, lass mal dort hin. Meinst du auf Twitch oder was? Ja, Amar ist sowieso auf Twitch, glaube ich, unterwegs, ne? Der labert nur Scheiße. San, Avaka, Patty. Ähm, San, gute Nacht. Äh, Nils, Nils. Nils, Fort Homer. Danke, Fort Homer. Nils, ich wüsste, ich weiß nicht, du hast noch nichts reingeschrieben, aber danke echt für deinen Raid und, ähm, Bruder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Echt, so fassungslos. Ich glaube, ich habe von einer Person so oft, würde ich gar nicht, glaube ich, keine Ahnung, wieso macht er das. Oh, da ist er. Herz geht raus. Jungs, bitte mach mal ein Herz für den. Nils, echt danke dir. Aber warum immer ich, Nils? Sag mal, sag mal, sag mal auf Ehre jetzt. Warum? Ich meine, warum? Ach Gott. Echt nice, danke dir. Er könnte tausend andere machen, er macht nur nicht. Patty, gute Nacht, Bruder. Danke, dass du hier mitgemacht hast. Wie geht's dir, Pexelkan? Ja, alles gut soweit. Okay. Wie war, ähm, Silvester? Silvester? Wurde viel geböllert da oben. Wurde gebellert? Wurde gebellert? Hast du auch geböllert, oder? Also, ich bin, ich bin ganz ehrlich, bei uns wurde auch viel geböllert. Ich habe nur zugekuckt. Ich dachte mir, habe ich was verpasst? Jeder hatte... Von letztem Jahr... Mein Bruder war ja so geil. Er hat... Er hat einfach... Ich hatte letztes Jahr mal zwei Packungen meiner Schwester gekauft. Also, so Raketensets. Und... Die hat er einfach, einfach, ähm, mitgenommen. Oh, dankeschön, echt, Nils. Er sagt, andere machen Fake Customs oder Skin Contests oder haben schon... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, viele machen wirklich, ähm... Okay, dieses Skin Contests. Da bin ich auch irgendwie strikt dagegen. Ich bin ganz ehrlich. Dieses, ähm... Man kann ab und zu Skin Contests machen. Kein Ding. Natürlich, ne? Irgendwie muss es natürlich auch mal ein bisschen was anderes sein, ne? Also, dass die Leute sich vielleicht nicht langweilen. Oder du selber als Streamer. Aber es gibt wirklich so bestimmte Leute, die machen ja nur diesen Skin Contests. Und wenn ich das sehe, dann habe ich auch keinen Bock. Also, diese Leute, die zu raiden oder so. Ich raide sowieso generell gar nicht mehr. Also, dich, Nils, ich muss schon sagen... Ähm, danke dir, echt. Das Ding ist, ich starte mal meine Streams so hässlich spät. Sonst... Oben sind zwei Fahrzeuge. Ja, ja, wollen wir hin, oder was? Ja, ja. Oder wollen wir unten uns verstecken? Ja, die kämpfen alle unter uns. Oh, ne! Komm, wir gehen wieder rein, glaube ich. Ich hab' die paar Mal angehittet. Tschüss! Oh, der kommt mit seiner P90 rein. Voll der Dackel. Oh, was willst du machen, Mann? Okay, weiß ich Bescheid schon jetzt. Ähm, wünsch dir auf jeden Fall schöne Nacht. Ey, ich muss auch mal meinen Schlafrhythmus in Ordnung bekommen. Das war Veins und Nike. Schade, halt nicht. Achso, okay, weiß ich Bescheid, Pixel... Äh... CreeX. Aber ich nenne dich trotzdem Pixel-Lol, wenn du auf diesem Account bist. Okay, Pixel-Lol. Okay, Mike, ich hast es verstanden. Dein Team landet bei Scythe. Scythe. Ja. Ehrenlos. Jungs, wir sollen alle bei Lazy Lake landen. Vor Thomas schnappt auch, weil du ein Ehrenmann bist. Oh, Gott, Alter. Wenn ich solche Sachen lese und dann... Nein! Hä? Marvigno! Nöe. Ich wollte den Typen doch auch irgendwann mal raiden. Und der kommt jetzt. Nein, Alter. Jungs, echt, danke. Marvigno, kurz geht raus an dich, Bruder. Ich hab dich doch nicht mal zur Sorge geraded von letztes Mal. Kurz geht raus an dich, danke dir. Mach mal bitte ein Herz rein hier im Stream. Außer Veins, der Abgehobene. Hier. Muss unbedingt noch was trinken, anstatt mein Herz reinzumachen Fetter Panda, Marvino Marvino, Bruder, danke dir Echt, echt, danke Nils, Marvino, ey Jungs, warum? Kuss geht raus, ehrlich Frohes Neues an jeden Jeden einzelnen Frohes Neues Danke euch, ehrlich Ich hab nicht mal zurückgeradet Ich hatte doch mal gesagt, ich muss das eben nochmal gut machen Meine Streamzeiten Warum streame ich dann bis zum Schluss, Alter Das ist echt bescheuert, ich kann irgendwie Ich muss irgendwie was anderes machen Warte mal, spielt der Typ noch Das funktioniert halt nicht, ich muss mal gucken Was für ein Fehler da ist Irgendwann vielleicht für einen kleinen Fünfer zurückspenden oder so, dass ich irgendwie Mich bedanken kann, aber ich hab Ein Problem, hab ich Dass Marvino Hier Leider ist er nicht mehr, der ist schon aufgeladen Aber Ich guck mir das morgen mal an Ich muss das mit meiner scheiß, nicht Paypal Sondern hier mit meiner Apple ID Karte, ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert Ich wollte schon letztens bei ein paar Leuten mal so ein bisschen kleine Spende Raushauen, aber irgendwie funktioniert das nicht Also Der sagt zu mir Der schickt mir einen Code Und wenn ich den Code eintippe Akzeptiert der nicht Der sagt dann immer ja, der Code ist schon abgelaufen Obwohl Das steht Das ist länger Scheiße Marvino Bruder Trotzdem Herz geht raus an dich Echt danke für den Danke, danke Ohne Spaß Crazy Gamer Das geht raus an dich Da ist er Von 23 bis 1 Aber brauchst nicht spenden Nein, warum denn nicht Bruder Ich wollte das Es geht nicht um Spenden Also Es geht ja ein bisschen darum Ich beende nie den Stream Das ist scheiße Ich wurde gerade eben noch von den Schniels Also von diesen Niels dort Jungs, hallo ist der Code Alle die mitmachen wollen Du Tweet gezockt Wir landen alle bitte bei Lazy Lake Bitte nicht vergessen Bei Lazy Lake Alle landen Oh mein Gott Tristan, wie geht's dir? Danke Bruder Mir geht's gut Wie geht's dir? Auch frohes neues Tier Ja, weiß Bescheid Danke Alice Für dein Like und Abo Auf jeden Fall Nein, Marvino Ich wüsste Irgendwie muss ich das irgendwie Gut machen Das Ding ist, ich hab ja Niels Hat mich auch so oft geradet Dann hab ich ihn onstream Hab ich mal geradet Zum Shop Ey, vielleicht mal gucken Wenn ich morgen mal Ähm Also Falls du live bist Und ich live sein sollte Bei mir ist das natürlich Jungs, wir warten bis zwei Minuten Okay Hallo ist Code Alle die mitmachen wollen Wir sind 16 Leute Oh mein Gott Man könnte so fast ein giveaway starten Aber scheiße Ja Ja, schnielt Ist nicht schlecht Ich muss schon echt sagen Kuss geht raus An diese Typen Ich kann natürlich Nicht schlechtes Oder schlimmes Gegenüber Diese Leute Wenden Die machen Raid auf mich Von Niels so oft Oh mein Gott Berat Irre Danke dir Bruder Ey Jungs Mach mal ein Herz rein Danke Ich küsse dein Herz Bei der Ehre Mann Um 500 V-Bucks Das könnte man Ich weiß Wie soll man das machen Aber Das Ding ist Nikeft und Wayne Zu uns Die Team bestimmen Wie die Karottenköpfe Wollen wir das ändern Wollen wir Turnier starten Oder was Mir ist das egal Wollen wir das machen Bei 25 Leuten Wird dreimal gewinnen Ja Marvino Ich sag's mir ganz ehrlich Marvino Ich werd versuchen Morgen auf jeden Fall Raid zurückzusetzen Ich hoffe ich komm vorbei Ähm Was Wenns Ja So ein Turnier starten Oder was Mit 25 Leuten Kumai Sangari Was geht ab Bruder Wie kommt Was da für ein Name Kumai Sangari Ja Marvino Hat ein Bann verdient Für sein Spam Marvino Hör auf zu spammen Bruder Das ist echt schade Ähm Naja Aber ich versuche auf jeden Fall Rum zu kommen Morgen Sagt Naja Sagt mach ich nicht Ihr hört auf Bitte zu spammen Bruder Okay wir ändern Ähm Ändern auf jeden Fall Komm Den Titel Ähm Skills bist du drinne Kannst du kurz den Titel ändern Oder Arda Bitte mach mal einer Na ich mach kein Sagt Ich mach kein Phase Ich bin nicht gut Bitte Ich kann das nicht Ich kann das ehrlich Ich könnte es zwar Aber ich hab's noch nie gemacht Und ähm Ich weiß nicht Ah ich muss aber den Code ändern Jetzt Warte mal Ähm Wir gucken mal wie viele Leute mitmachen Vielleicht bei Also bei 25 Leuten Ähm Neues Neues ist einfach der Frohes Neues Weißt du Ich hab nicht gedacht Frohes Neues Voll übertrieben lang Wir machen Oh mein Gott Alice Ehre Kuss geht raus an dich Herz geht raus Danke Cool ist das denn Haut ab Aber lässt den Stream laufen Ehre Genau warte Ich pin das mal an Und ähm Jungs Alle die gerade da sind Kannst du den Titel kurz ändern Dass wir hier um 500 V-Bucks Ähm Custom Games machen Solo Machen wir zweimal Oder dreimal Wer dreimal Oder zweimal gewinnt Schreib mal rein Ey Arda Ich schwör's dir Du bist fast wie Can Du machst einfach Guck mal Can hat deswegen Seinen Mod verloren Und er übertreibt einfach Ähm Junge Alter Boah Ich Junge Warte Arda Bitte Hör auf Spam ja Aber dieses Reinkacken nicht Das ist krass Zweimal Duo ist besser Sag dir Ja Arkan Ich weiß was du meinst Aber wir wollten jetzt einmal 500 V-Bucks Jan denkt sich so Bestimmt Bruder Du sprichst mit Herz Meine Zuschauer Haben dich empfohlen zu raiden Ohne dass ich was gesagt habe Das erste Guck mal Ich würde mich auf jeden Fall freuen Wenn jeder mitmacht Macht mit Jungs Es geht um 500 V-Bucks Okay Bei 25 Leuten Wer zweimal gewinnt Bekommt was für 500 V-Bucks Ähm Kilua Schuldig noch 800 V-Bucks Vom letzten Mal Für die Leute Ich habe ihnen das auch noch nicht gegeben Weil ich Beim letzten Mal Ähm Jetzt heute wieder online war Aber ich habe den Typen leider noch gar nicht hier Ähm Danke dir Kumai Sangari Ähm Für dein Abo Bruder Kuss geht raus an dich In dein Herzen Ähm Echt Herz geht raus an deine Community Marvino Dass die so über mich gedacht haben Ist echt äh Ist schon so ein bisschen bewegend Sag ich Boss da nichts Was geht bei dir? Willkommen im Stream Ich hoffe alles bestens Nike Master Hör auf Was für Discord und so Genau Stani Stani Willst du was aus dem Jungs Ich starte Wir sind leider nur 18 Leute Wir sind nur 18 Leute Das ist echt schade Also es fehlen noch 7 Leute eigentlich Ich denke mal In Stream sind gerade genug Leute am Start Aber Keiner zockt Denken wir Okay komm Wir warten mal Noch eine Minute Warte ich Ob sich das erhöht Auf 4 Minuten Falls nicht starte ich Wir landen alle eben bei Lazy Lake Nur so damit die Leute Sie ein bisschen aufwärmen Oder Ist doch Ehre Ja Berat Das ist wenn du Zum Ende Wenn die Zone sich Geschlossen hat Can you add me You stop best Kurt Kohle Oh Gott Alter Bro Mein Englisch ist nicht so gut Und ich kann nicht Add you Aber wir spielen Custom Games Ey ich hasse das Englisch zu reden Das ist echt Ich höre mich richtig Beschissen an Bestimmt Oh mein Gott Summit Machst du mit Nein ohne Heal Off Heal Off Verboten Mach ich gleich mal Okay Jungs ich starte Wir sind weiter Wir sind nicht immer noch 18 Leute Code ist neues Es geht um 500 Wimax Solo Zweimal musst du gewinnen Zweimal Wenn du zweimal gewinnst Kriegst du was für 500 Wimax Das geht eigentlich ganz schnell Ich tinker Englisch 1 plus Mach dich nicht lächer Match wird gestartet Wir sind leider nur 18 Leute Bin mal gespannt Wie viele Leute Nächste Runde werden Lass alle zusammen Bitte nach Lazy Lake landen Damit das schnell geht Bin mal weg Muss noch einen Bericht schreiben Lass dich aber nicht mal auf Oh mein Gott Torn Army Fortnite Bruder Ganz ehrlich Danke dir Er muss noch einen Bericht schreiben Aber der Typ ist Ach was soll ich sagen Ich bin ehrlich Ich hab das so viele Leute Ohne Spaß Jetzt Ich wurde jetzt geradet Und so auch Danke viel An meine Community Mir fällt das immer auf Manchmal hab ich so 18, 19, 17, 16 Zuschauer Oder so Und es sind eigentlich Nur 2, 3 Leute Die im Chat Aktuell dabei Aktiv dabei sind Die anderen lassen Irgendwie glaube ich Gefühlt Den Stream einfach laufen Und Das ist echt geil Echt ohne Spaß Kuss geht raus An diese Leute Die wirklich Nachts mich dazu unterstützen Weil ich irgendwie Andere Uhrzeiten Wirklich keine Zeit habe Ähm Ja okay Die Zeit wär schon da Ich muss echt sagen Ich werd die Woche Wirklich auch Ein Turnier glaube ich Starten Mittagsstream nochmal machen Weil In Zukunft wird das Sowieso zeitlich Alles noch begrenzter Bei mir Was natürlich Wirklich mega schade ist Weil ähm Ja ich fang ja Ihr wisst ja Bescheid Wieder fest mit arbeiten Ich weiß nicht Wie meine Streamzeiten Dann werden Also die eine Spätschichtwoche Klar die wird auf jeden Fall Bleiben Dass ich nachts Wieder um 10 Uhr so Also 22 Uhr 22 Uhr 30 Live kommen Und danach bis 2 3 Uhr Ähm Streamen werde Die wird auf jeden Fall Die eine Woche bleiben Aber was mach ich Die andere Woche Ich denke die andere Woche Werde ich 5 Tage Gar nicht streamen können Aber ich hab mir vorgenommen Vielleicht kann ich ja die 5 Tage Immer so ein Video Mal hochladen Oder so auf Lust Und Laune Oder so Keiner Mal schauen Paul Schmidt Wie geht's dir Oh mein Gott Kiki73 Wie geht's dir Bruder Ich hoffe alles gut bei dir Schöne Grüße an dich Fetter Panda Bin auch erstmal weg Viel Spaß euch noch Fetter Panda Kuss nochmal an dich Danke dass du hier Mitgeradet hast Hier drüben warst Ähm Echt nice Oh mein Gott Ehrentie Oder 10 Euro Ich weiß es nicht Was für ein Turnier ich starte Danke nur Torn Army Dass du ähm Dass du mich sympathisch findest Äh Es sind viele Die kommen und denken Sagen immer Oder denken Keine Ahnung Aber manchmal bin ich nicht Sympathisch Also Ich sag mal so Dann Manchmal hab ich so Tage Manchmal hab ich so andere Tage Klar das hat jeder Mensch Das hat jeder Mensch Man kann nicht Man kann nicht behaupten Dass einer der gut ist Jeden Tag gut ist Das geht nicht Das geht nicht Man hat immer mal Irgendwie seinen schlechten Man hat einen schlechten Schlaf Keine Ahnung Ist es was Schlechtes passiert Oder Die Eltern waren nicht nett Oder keiner Der Freund flex mit irgendwas geiles Und man ist eifersüchtig drauf Oder so Dann ist man einfach Dann ist man anders drauf Denke ich persönlich Keine Ahnung Alles gut Lara Ähm Kuss geht raus Wünsche dir auf jeden Fall Einen schönen Abend Danke dass du da warst Ihre Ach nö Nö Das ist dein Ernst ne Och nö Ja ja Ich weiß nicht Welcher Waffe Ich spiele Ich spiele Habe ich gar keinen Teammate Ach wir spielen Ja Solo Bruder Dann bin ich ja komplett raus Jetzt Da brauche ich gar nicht Hier nicht Schlecht Mal hier verstecken Danke dir Oh mein Gott Lisa Wie geht es dir Wo warst du Lisa Sag dir du was Bosna Hier bei Lazy Alle Alle bei Lazy Wir sind leider keine 25 Leute Wenn wir 25 Leute sind Dann geht es um 500 V-Bucks Und wir landen überall Guck mal hier ist einer Anders Typ der Oha Der hat nur Glück Junge Nikev Du hattest so viel Glück Dass deine Freunde von hinten Wurde ich gesnipet Junge Nö Ey Der hat so Glück Junge Nur weil ich one shot war Ehrenlos Die Typen Die wir von hinten Gerade gesnipet haben Echt unglaublich Boah Schmisschrift Uff Spielst du noch eine Runde Bitte Bitte Äh Kumail Ich werde jetzt Bisschen länger Custom Games machen Klar spiele ich noch Hä Wie meinst du das Kumail Public oder was Da oben ist noch einer Wieso Ich wollte schon sagen Team die oder was Der Typ hat mich einfach getroffen Kennst du mich noch Klar Kiki Kenn ich dich Warst du auch ein Alter Guter Also ist nicht so lange her Wo du immer Eigentlich live dabei war Also immer öfters da war Wie geht's dir eigentlich Frohes neues Kiki Nike was ist los Geh doch drauf Sonst gehst du immer aggressiv Oder hast du Fortnite vergessen Oder ist das dein Freund Oh ein 40er Die beste Waffe von mir gefallen War noch nicht sein Ernst Das ist ja hier Das ist ja hier Gerade mit der Ah mit MP Spray Spray Modus Oder was Schade eigentlich Wen hast du überhaupt geholt Justus Ja Justus Ist eigentlich auch Ein guter Spieler Sag ich mal Oh mein Gott Berat Hä Berat wohin Danke nochmal Für deinen Euro Berat Echt Kuss geht raus Berat Bist du nicht gerade Aufgestanden Meintest du Hast du auch im Stream Reingeschrieben Aber weiß ich Bescheid Gute Nacht Berat Kuss geht raus Achso du bist nicht reingekommen Nein wir machen auf jeden Fall Noch paar Runden jetzt Ich mach ja nicht nur Eine Runde jetzt Wir wollen doch Die 25 Leute erreichen Jungs alle die gerade Im Stream sind Macht mal gleich Auf Ehre mit Ich würde mich auf jeden Fall Anders freuen Wir haben 70 Likes erreicht Mit Zwei Raids Ich muss schon echt sagen Das ist Auf jeden Fall Nice Ich kann das wirklich Nicht schlecht reden Hier Ich muss echt sagen Das ist nice Ich guck mal kurz Wie lange ich schon streame Ich streame gerade Wo steht das denn Wieso sehe ich das denn Hä Sonst war doch Was auch immer drin Schade Leider wird es nicht angezeigt Leider wird es nicht angezeigt Toll Egal Scheiß Passiert halt Jungs 25 Was für ein Titel haben wir Soma Später neuer Shop Skills Was ist da mit dem Titel Kannst du es nicht ändern Danke dir Kiki Echt Danke für deine Schönen Wörter Bruder Wünsche ich dir ebenso Echt Deine Familie Und dir Viel Gesundheit Auf jeden Fall Alles andere ist sowieso Scheißegal Aber willst du denn Hier in Deutschland Verhungern wir nicht Wir erkälten hier nicht Wir sollten nicht alle Dankbar sein Dass wir in so ein Schönes Land Leben dürfen Ohne Spaß Ist so Können jetzt Die ganzen Ausländer Schreiben was die wollen Aber es ist die Wahrheit Der Code ist neues So wie Frohs Neues Kleingeschrieben Neues Oben ist angepinnt Skills Schreib nicht rein Ey Oh mein Gott Muss ich den Titel selber ändern Ich hab keinen Bock da drauf Komm Scheiß doch Bearbeiten Achso doch Nein es steht doch Wieso Ey jetzt ist das geändert Okay okay Ehre Kuss geht raus Ich seh es gerade Solo-Turnier 500 Wie was Ah Einfach nur Ehren Bloß dass ich das Jetzt nicht gerade gesehen habe Das ändert sich bei mir Wie zu langsam Warum ist das so Naja Wer hat gewonnen jetzt Ella Mendelssohn Unsympathisch mit dem Loser Tanz Er hat den auch nicht Wo ist der Rest Ich hab's erstanden Bruder Er denkt sich das neue Jahr Fängt ganz gut an Ach du Scheiße Wie alt ist der Typ Der kann nur 12,5 sein Einmal Loser Tanz Einmal Loser Tanz Okay aber der macht dreimal Wahrscheinlich macht der den nochmal Jetzt Komm mach noch einmal New Star Schade eigentlich Ich hab gar nicht gesehen Hat wer den geändert hat Was willst du du Hamburger Typ Junge Ja Warte Hat den überhaupt Veins geändert Jetzt Danke an Veins Ehrlich Kuss geht raus An dich Ich hab das dann übersehen Ich bin ganz ehrlich Ey Mendelssohn Übertreib nicht Okay wir geh raus Was ist da los Jungs Bring dich um Das hat Das hat keinen Zweck Die Leute sind einfach irgendwo gelandet Die sind nicht bei Dings gelandet Das ist Schrott Oha wer ist denn Fickstecker Okay halt Wir gucken das Wir noch ein bisschen Malon landet In Misty Ja Keine Ahnung Ich frag ihn doch Warum er dort landet Wie oft willst du noch so schnell schießen Bruder Wer war das Jamo TV Schade eigentlich Ich hab keine Ahnung Wieso landet ihr dort Vielleicht haben wir anders Du und passiv gegen mich Und wo Seid ihr alle wirklich so komisch gelandet Ja ich geh jetzt raus Ich weiß nicht wo der letzte ist Bring dich um Oder keine Ahnung Lande mal Mal gucken wer Wo ist Wo der letzte ist Get down my skill Kingmaster Warum machst du da Bruder Was machst du da Dann ernst jetzt Kingmaster Boah Malon Ich muss immer noch dein Video anschauen Scheiße Was hast du da getrieben Wieso warst du woanders So Jungs Ich guck mal Wir schauen mal Wie viele Leute jetzt hier mitmachen Auf Ehre Ich hoffe jetzt nicht Dass die Zahl sich verringert Sondern Dass sich das erhöht Dass wir wenigstens 25 Leute schaffen Auf Ehre 25 Das sollte man glaube ich Hinbekommen Stunny Ich wüsste jetzt Achso Hast du gedacht Man darf überall landen Ne war nicht Jungs Ich schreib mal kurz rein Code ist Neues Es geht um 500 V-Bucks Wenn wir es schaffen 25 Leute zu sein Also 25 Leute Ich glaube Es Ja Macht mal alle mit Wir warten 4 Minuten 4 Minuten wird gewartet Mal schauen wie viele Leute Hier mitmachen Ich hoffe wir kommen Ich an die Grenze 25 Wäre auf jeden Fall mega nice Mega nice Wir schauen mal Warte ich war doch Manon ich hab keine Ahnung Ich bin ganz ehrlich Kann sein dass du lazy warst Auch Misty warst Muss jeder für sich wissen Wenn jemand woanders war Ehrenlos Stunny sagt Ich soll das obere Code ist Neues Okay okay komm Ich pin das mal an Komm hier Bam Angepin Stunny Ghoul Trooper war in Misty Ja welcher Von grad eben Oder was Jungs Code Neues Alle dem Oh mein Gott Kira Wie geht's dir Willkommen im Stream Alle die grad neu im Stream sind Neues ist gut Wir waren grad eben 18 Leute Leider sind hier zu wenig Leute am Start Daniel du warst am See Ja dieser See ist sowieso ganz krass Der See glaube ich wird öfters benutzt Jungs 4 Minuten noch Wo sind hier Es streiten mehr Leute Wie hier am Start sind Ey wir waren grad eben 18 Leute Ist es doch wirklich so traurig Mach doch keine Scheiße Jungs startet auf jeden Fall fort Nein 12 Leute am Start 2 Minuten noch Wir waren grad eben 18 Mann Und jetzt wieder so wenige Traurig halt nicht Finde ich jetzt persönlich Wenn es so weiter geht Mach ich gleich Skin Contest Leute Ne Gleich Skin Contest Machen alle wieder mit Auf Ehre Die denken sich so Oh geil Guck hier kurz Skin Contest gesagt Schon 13 Schade Schade 13 Jungs Gibt euch doch mal einen Rock Macht doch mit Wo sind die ganzen Leute Die gerade Ey ich glaub mal Nicht die ganze Community macht Ne Summit Und Pixel Gun Alter Ich hoffe ihr seid grad alle dabei Macht mal auf Ehre nur mit Damit die anderen Leute auch sehen Jungs Das ist ganz wichtig Das ist wichtig an der Community Das wird nicht jeder hier Gerade draußen einfach mitmachen Damit wenn neue Leute kommen Damit die sehen Oh da sind 22 Leute Es wird nur noch auf 3 gewartet Damit die auch mit einsteigen Wenn 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 die Anzahl nicht so hoch ist Weißt du die sehen Oh 11 Leute 25 Leute Äh Bockt sich nicht Ihr müsst wirklich dranbleiben 3-4 Runden Muss das hier Fluffig laufen Sag ich mal Oder flüssig Keine Ahnung Okay 4 Minuten warten Wir nicht vergessen Nichts egal wie viele Leute wir sind Wir landen alle bei Lazy Lake Bitte nicht vergessen Wir müssen erst 25 Leute sein Dann beginnt dieses Turnier Es geht um 500 V-Bucks Zweimal musst du gewinnen Wir landen dann auch überall Aber Heel Off Also es ist verboten Es ist verboten sich außerhalb der Zone Sich zu heilen Und wie ein Mädchen Sich zu verstecken So wie ich das meine Okay Ich bin drehen Jungs 10 Leute müssen noch mitmachen Ey Malo Ich schwör's dir ne Warten Okay wir warten Scheiße wir warten Oh Stani Das liest sich eh kein Arsch durch Die gucken die ersten Nachrichten Und das war's Richard Bobroffs Neues ist der Code Neues Also ich schreib mal kurz Neues rein Schreib mal hier da ganz kurz Ein paar Zahlen rein Mach mal 25 Schreib mal 25 alle rein Damit wir 25 Leute werden Aber nicht so reinscheißen Arda Bisschen 25 Jeder so 3-4 mal 25 Reinschreiben Dass vielleicht einige neue Leute Dazukommen Und sich denken So okay Ähm Pass doch auf Ehre oder so Ey was mein Fortnite ist aus Nein Was ist denn jetzt passiert Hä Was ist denn jetzt passiert Scheiße Oh Gott Mein Fortnite ist abgekackt Schade halt nicht Passiert Ey warum aber Einmal so Einmal so abkackt Machen wir nochmal auf Oh nein Ich wurde gehackt vielleicht Kann auch sein Wir schauen uns das mal kurz an Wäre natürlich auf Ehren los Wenn das passiert Boah ich hoffe nicht Dass sowas passiert ist Warte mal ganz kurz Mein Fortnite startet nicht Habe ich kein Internet gerade oder was Wie letztes Mal Internet weg Aber gut okay Internet weg Und Fortnite abgestürzt Das ist ja keine Ey was ist das denn Richtig reingeschissen Danke lieber Gott Dass das passiert Bro Bin ich noch live Nein es startet Fortnite startet Okay Ey meine Ohren Die tun so anders weh Oh mein Gott Ey ich wüsste Ich seh wie Ich seh mich ganz ehrlich Ohne Spaß Wie ein anderer Mensch Ich seh mich wie ein anderer Mensch Wenn ich in diesem scheiß Dings reingehe Wenn ich diese Kopfhörer Raus nehme Seh ich mich wie ein komplett neuer Mensch Ey ich weiß gar nicht wie das bei euch so aussieht Gerade Ich hab mega das Problem Und zwar Meine Haare Ich hätte eigentlich so ein Undercover Friseur Ne ich könnte zu ihm hingehen Und mir die Haare irgendwie schneiden lassen Aber ich mach das irgendwie Keine Ahnung warum Das so ist Ich denk mir so scheiß drauf Ich behalte es einfach so wie es ist Ich will die irgendwie Manchmal denk ich so Soll ich die mega lang wachsen Weil eigentlich Guck mal die Seiten Und vorne Guck mal die da aus Oh mein Gott Ja Die sind jetzt platt gedrückt Ach Gott wie das aussieht Ich muss die Die sehen jetzt so aus Als ob die abgefallen werden Aber ich hatte ja letztes Ist aber auch nicht Aber das ist normal Hier wenn die Seiten So ein bisschen runter gehen Das ist Mit dem Alter kommt das Aber was willst du machen Kann man nicht liegen angehen Ist halt so Passiert Warte Fortnite läuft wieder Geht hoch auf Ehre So sieht man das wieder Guck mal ganz gut Aber jetzt mal ohne Spaß Wer nicht dazu mal was sagt Jetzt mal ohne Spaß Erzählt mal bitte Ich finde zum Beispiel Wenn ich Wenn ich diese Kopfhörer aufsetze Sieht es doch einfach Sieht es beschissen aus Oder Neu ist es gut Schreib mal Michael wie geht es Wir kommen zurück Oder warum machst du nicht du es Ja weil Oh mein Gott warte mal Ich muss mal gucken Ob wir den Code noch haben Annehmen spielen Ich starte mal neu Ich hoffe ihr habt gerade aufgehört Warte mal Er ist richtig reingeschissen Neues Ich hoffe der Code ist auf jeden Fall drin Was Ja wir haben den Code wieder zurück Also ich habe den Code Code ist neues immer noch Alle die mitmachen hier Trakt auf jeden Fall Hat dich eingeladen Wenz hat mich eingeladen Was ist da Logo 500 Vibas geht es Wir spielen Ey Wenz komm Wir spielen mal nachher eine Runde Falls das alles hier nicht klappt Wenn du Bock hast Mal lange kein Public Game Also eine Runde mit dir gezogen Ach Leute Ey wir waren gerade eben 15 Leute Ich denke Ich hoffe Dass diese Leute wieder einsteigen Wir warten auf jeden Fall wieder ein bisschen Schade dass mein Fortnite einfach abgestürzt ist Verstehe ich gar nicht Warum das so ist Schade eigentlich Pixel Gun Junge Ehre Achso Wenn jetzt Ja kann ich auch jetzt gerne Kann ich auch jetzt tun Ich habe es gelesen Ach ja Nennts Ähm Skills Bitte time out Die Leute Nicht mehr ohne Grund Ähm Und ich muss ganz kurz was sagen Auch an Can Can wo bist du Bist du noch im Stream da Marlon richtig ohne Sinn Ey Yusuf Was geht ab Neuestes Code Jungs Wir warten 25 Leute müssen jetzt da sein Ey wo sind die ganzen Fortnite Gamer Kann doch nicht sein Alter Das kann doch nicht sein Dass hier 17 Leute nur Mitmachen Neuestes Code Alle die mitmachen Jungs wenn wir 25 Leute sind 25 starte ich das Game 25 Es geht um 500 V-Bucks 500 V-Bucks Zweimal musst du gewinnen Also nur zweimal gewinnen 500 V-Bucks kannst du dann gewinnen Ähm Bei 25 Leuten starten wir Dieses Turnier Oder keine Ahnung Wie man es nennt Ne Scheiß drauf Hat noch gar nicht Iceurf Wie geht es dir Wir kommen in den Stream Bruder Kurz geht raus Ähm Hat noch nicht angefangen Ähm Fehlen noch 7 Leute Dafür eigentlich Ich denke Ich weiß es nicht Warum Wo sind die ganzen Schmarotzer hier Das ist eigentlich Ich müsste noch Ach Gott Was sind da Ich muss mal kurz auf den Ranking gucken Ich bin mal so einer Guck mal ob ich überhaupt Dort angezeigt werde Doch ich werde angezeigt Sogar ein Fünfter Ja gut was willst du machen Solo Turnier 500 V-Bucks Die Leute scheinen das nicht zu glauben Weil auch mein Thumbnail eventuell nicht so reizend ist Wie die anderen hier Mit 10 Euro Preisgeld Skin Contest Oder 20 Euro Preisgeld Skin Contest Es treibt die Leute nicht so an Denke ich Naja was soll's 16 Leute 2 sind wieder raus Schade eigentlich Einer kommt wieder rein 17 Leute Jungs Macht alle mit Auf Ehre Alle die gerade Nimm FH an Yusuf Bruder Mach ich später Okay Du musst erstmal gewinnen Wir machen hier Custom Games Solo Ähm Code des Neues Soll ich warten Noch warten Ja okay Pixel Gun Weiß ich Bescheid Also sind wir 18 Leute Pixel Gun Hat gerade einen Game Crash Wenn er gleich kommt Sind wir sogar 19 Leute Fatih Ruf Yassin an Nein Was ist Yassin Mann der schläft doch bestimmt Soll er selber in den Stream Ready Start Soll ich starten Leute Einmal Lazy Lake landen 4 Minuten Schade eigentlich 17 Leute Ich rufe meine SQP Ja Nein Warten Warten Alle Nein Warten Komm wir warten noch Warte kurz Ey Fort Thomas Warte bitte Bruder Wir wollen noch diesem Turnier starten Mit 25 Leuten Wie sind Die Runde gilt sonst nicht Wenn ich starte Komm Vielleicht mache ich sogar Bei 20 den Start Komm wir gucken mal Da sind noch ein paar Leute Sind noch da Die Lass alle spammen Ja Ja komm Spamm mal alle 25 Vielleicht wird mal ein bisschen Höher gerankt Und die Ein paar random Leute Kommen mit rein Ich weiß nicht ob das klappt Letztes Mal hat es glaube ich Bisschen geklappt 25 Wenn jeder Das ist aber normal Wenn jeder kurz was reinschreibt Schreibt rein Schreibt alle mal ein bisschen 25 Vielleicht kommen die Leute Hier Macht mit 25 Leute Dann starten wir auf jeden Fall 25 Leute Es geht um 500 Pixel Gun Wo bist du Wir sollten eigentlich Jetzt 20 Leute sein Wir sollten doch mindestens 20 Leute sein Komm bei 22 starten wir Das Duo Ehre Dass du noch im Stream dabei bist Kuss geht raus an dich Was für ein Mensch Ehre Ich stößt dich Küsse deine Seele Was für Ähm Jungs Neu ist es der Code Solo wird gezockt Bei 25 Leuten Landen wir überall Aber Komm Wisst ihr was Bei 20 Komm Scheiß auf Wir starten das Turnier Bei 20 Wir machen die 25 Ich sehe es gerade Das hat keinen Sinn Mit 20 Bei 20 Okay Schreibt 20 rein Nicht mehr 25 Bei 20 starten wir das Okay Wir sind 20 Leute 5 Minuten sind um Ich wünsche jedem viel Glück Wir landen überall Okay Das gilt schon Egal Wir kriegen das nicht voll Mit 25 Kriegen wir nicht voll Ich will die Leute Jetzt hier nicht Nein Jetzt starte ich Und der eine geht raus Was willst du machen Scheiß drauf Die Runde gilt trotzdem Okay Die Runde gilt trotzdem Der eine ist einfach rausgegangen Wir sind leider nur 19 Leute Aber trotzdem gilt die Runde Wir landen einfach überall Und Zwei Wins musst du holen Wir schauen mal Zwei Wins musst du holen Ja Falls du scheiß Passiert das schon Oh Gott Viel Glück Und ich Stream snipen Direkt Ich kriege Krise Wenn jemand Stream snipen Lass mich Bisschen leben Auf Ehre Abonniert alle Justin Was für ein Mensch Bruder Änder mal deinen Namen Wallah Ohne Spaß Dein Name ist einfach Viel zu krank Das macht doch eh keinen Arsch Justin Bruder Dein Name ist doch Ganz viel zu krass Wer soll denn So einen Namen abonnieren So echt Viel zu lang meine ich Also Allein diesen Namen zu finden Ist schon ganz schwer Finde ich jetzt persönlich Ehre Ey ich schüsste das Du Ich hab den Typen Ich vergiss das nicht Ich hab den Typen sogar versprochen Glaube ich Dass wir mal Ich muss erstmal ernst mitspielen Wir sind leider nur 19 Leute Trotzdem landen wir überall Und die Runde wird gewertet Okay So Wo lande ich denn auf Ehre Denk mal Ich geh lande hier Oh Hasim Wie geht's dir Frohes Neues Bruder My friend Hört Justin He is already taken And he is cracketed For not my guy Uhuhu Okay Paul Ähm Ich weiß nicht ob er cracketed ist Aber Sein Name ist ganz krass lang Ich meine Stell dir vor Du hast wirklich Bock Jetzt ähm Ihn Oh was ist dein Name los Wieso kommt der überhaupt zu mir Alter Waaaaaah Ich wusste es einfach Skills Junge Stier Waaaaaah Ich wollte schon zubauen Ich dachte Ich wusste ganz genau Der Esel Der wird mich umbringen Oh Mit seiner goldenen Verfluchten Skar Alter Ja Trink mal meine Getränke Nimm die mal mit Oh Junge 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 Brunutz Schreibt Big Mac Bann mich Weg Warum Brunutz Was ist los Bruder Kriegst du zu wenig Liebe Dass du sowas reinschreibst Schade Skiz Jetzt beobachtet alle dich Aber naja Egal was Kumai Können wir auch Skin Contest spielen Boah Kumai Kumai Im Stream Da sind Da sind wir nicht ohne Spaß Ne Da sind zwei Leute die grad Ohne Flags Die grad Dings machen Hier wie heißt das Ähm Skin Contest machen Sogar drei Drei Leute machen Drei Streamer machen grad Skin Contest Ich finde also Ist kein Hate Aber Ist doch ganz ok oder Wenn ich dann keins mache Hier guck mal Eins Zwei Drei Alle Drei Streamer machen Gatschen Könnte Boah ich kotze gleich Naja Wenn er meint Ey ich hoffe mein Fortnite stürzt nicht ab wieder Boah Das kann ich wirklich nicht Das letzte Mal Ey Big Mac Band Okay Land Bro Nutz Junge Bevor der Bleidigt Junge Ich band dich schon Bruder Band mal diesen Bro Nutz Jungs Jungs Ach ne alles gut Was willst du machen Ist doch Ist doch nicht schlimm Ey Bacht mal diesen Bro Nutz Jungs Er kriegt schon Krise Er denkt Das schon Er will sich umbricht Wer war das Nike Heft umgebracht Man haut da noch den ehrenlosen Wie heißt das hier Den Losertanz raus Alter Komisch Mods Ey Lisa Ich spür's dir Lisa komm Wo ist Weißt du was Wie geht das hier Lisa gönn mal den Scheiß Band den mal weg Kommst du bitte morgen um 5 Uhr oder 4 Uhr Oha Meinst du morgens oder was Weg damit Irre Hast du Wie meinst du morgen um Meinst du 17 Uhr oder was Meinst du Ist das jetzt die Mittags Uhrzeit Oder Boah Ich weiß nicht Ich versuch mal Morgen auf jeden Fall nicht Aber ich werde auf jeden Fall Die Tage mal versuchen Ähm Früher zu kommen Ich will mal so ein Frühstream wieder machen Also so ein Turnier wieder starten Ich glaube ich mach so ein Duo Turnier Ja Mit 20 Euro Ist glaube ich aber wieder krass 20 Euro Mach mal diesen Headset weg Ja Oh Gott alter Unsuper Jungs ey Ich will noch dieses OmeTV mal machen Ich will die ganzen Leute hier mit OmeTV Irgendwie richtig rein flexen Aber ich Mit 30 Ohne Spaß Soll ich da rangehen Und den Leuten sagen Boah Die Leute zu verarschen Da fühle ich mich wirklich Bisschen scheiße Wenn man dann bei dem OmeTV Irgendwie unterwegs ist Deswegen streike ich mich Eigentlich gegen Also dagegen Dass ich das nicht mache Ach Ist halt ein bisschen scheiße sonst Ne Also wenn man das macht Ja Scott Turnier Junge Genau Jeder kriegt ein Zehner oder was 40 Euro Skills ganz aggressiv Ne So Dann geht auch auf jeden Fall Was war das denn Rhylogs Junge Oh Ferdi Wie geht's dir Erstmal Salam Aleikum Bist du ein Türke Ferdi Ey oh mein Gott Mega geiler Name Bist du ein Türke Kramp Gut dir Danke Bruder Mir geht's auch ganz gut Wie alt bist du Wie alt bist du Ich weiß nicht ob ich morgen Mittag online bin Ich weiß es ehrlich nicht Ferdi ist 19 Ok Aber bist du Türke Landsmann Oder Bruder Bruder Dein Vater ist doch Safe Felde Taifu Fan Wie kommt der sonst auf den Namen Oder Oma Äh Opa Heißt so halt Ne Dass man den Namen von Opa holt Das ist auch so ne Tradition Dass man von Ähm Von Opa den Namen gibt Keine Ahnung Schreiben Wie keine Ahnung Redest du nicht Mit Papa Oder was Ich hab mal gefragt Meine Mutter Ich hab mal gefragt Ich heiße ja Vater Und ich hab mal gefragt Wie kommt der auf den Namen Und so Und äh Den ersten Mein Vater hat auch schon gemeint Den ersten Namen Also von meinem Bruder Ähm Von meinem Bruder den Namen Das ist von mein Von seinem Vater Also von meinem Vater Der Vater Der Name So heißt mein Bruder jetzt Und bei mir Meine Mutter sagt Du Ich hab keine Ahnung Sagt er ne Sie war noch im Krankenbett Sozusagen Und mein Vater ist einfach Mich anmelden gegangen Mit dem Namen Und meine Mutter Wusste gar nicht Bescheid Klar kannst du doch Aber Doch Aber ne Gefragt Okay Komisch Das fragt man doch Oder nicht Da draußen An den Streamen Gerade Alle die draußen sind Frag Keiner Hat keiner mal Seinen Eltern gefragt Irgendwie Wie die auf den Namen kommen So dich So zu nennen Okay Hast ihn Bruder Weiß Bescheid Ja klar Das ist ein schöner Name Klar Äh Ferti Du kannst mitmachen Ähm Du musst zweimal Gewinnen 500 V-Bucks Kriegst du dann Wenn du zweimal Solo gewinnst Kannst du 500 V-Bucks Gewinnen Aber das ist schon die erste Runde Also hier wird auf jeden Fall gleich bestimmt einer gewinnen Und dann kannst du wieder einsteigen Aber einer hat dann schon einmal gewonnen Und du musst zweimal gewinnen Also es hat noch keiner gewonnen Es hat noch keiner was gewonnen Also bis jetzt hat man Wir haben gerade eben angefangen Du musst halt zweimal gewinnen Wie das erste Mit H am Ende Ich bin in Deutschland Ja Meine Mutter war glaube ich Im sechsten oder siebten Monat schwanger Da ist die hier angekommen Und dann bin ich hier geboren Was ist denn mit meiner Nachnamen Ist da nicht Jungen Guck in Instagram Was ist denn mein Ist dem nur 13 Ey Jungs Nicht vergessen Alle die gerade zocken Ähm Heal auf Mega verboten Jungs Bitte Nicht gleich mit Fisch hineindecken Oder so Wenn die Zone sich geschlossen hat Ist es verboten Wenn die Zone sich geschlossen hat Und ihr Jungs mal Internet Was passiert Hä Nein Was ist das denn Ja ich seh das ja nicht Wie seh ich das denn jetzt Kein Wens Kannst du irgendwie Oder in Discord starten Dass ich über Live über Discord gucken kann Geht das Klar zählt die Runde nicht Voll hässlich Oder so Warte ich guck mal kurz Discord rein Aber warum Was ist denn los Mit meinen Warte ich geh mal kurz Discord rein Ja Ryloks Nur weil du schon tot bist Malon Ich bin Ich hab doch nicht Verlassen Bruder Was erzählst du da Was mach ich denn sowas Mach neu einfach Na die Runde zählt da nicht Kommt mal alle raus Alter Kommt mal alle raus Zum Glück sind da noch 14 Leute am Leben gewesen Boah Stell dir vor So ein Finale hin Das ist echt schade Kommt mal alle raus Ey und ich weiß nicht Was los ist Ich wurde jetzt heute Zum zweiten Mal Von Fortnite rausgekickt Ich weiß nicht Warum das so ist Ja 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 was soll ich denn machen Malon Nein Skin Contest mach ich nicht Guck mal Ey jetzt hab ich gesagt Kommt alle raus Junge Ja keine Ahnung Sind die 14 Leute Noch drin Mach mal Komm Schick mir das mal Dieses Skinsharing Ja dann Schick mal jetzt Hier Marlon Hier Anruf Beitreten Party Hallo Ja Wie geht das Was machst du da jetzt Ja warte Guck auf Discord Ja warte Wie kann ich das Wie kann man das Größer machen Wie kann man nicht Das größer machen Das ist voll klein Hey du kannst ja Groß machen Ja wie denn Ja einfach Unten Unten rechts Auf diese Ecke Die Pop Out Ja Nein nicht Pop Out Dann bist du auf deinem Bildschirm Doch doch Was ist da Dann bist du auf deinem Bildschirm Achso Ja da gibt es aber Nichts anderes Aber es ist jetzt Größer geworden Und der sieht einfach Scheiß aus Aber egal Wir machen Echt Ich weiß auch nicht Ob jetzt wer verlassen hat Aber Vains Oh ja aber Die sind raus Du hast gesagt Keiner hat verlassen Da sind alle schon verlassen Vains hat gestorben Ja aber Weil ich gesagt hab Geht raus Nein nein Vains ist komplett gestorben Der wird komplett geklippt Äh Hat die verlassen Hab verlassen Brass Daniel hat auch schon verlassen Sag ich jetzt verlassen oder was Ja verlassen Mal lieber Scheiß noch Ach man Guck mal mein Loot Ja ich seh es gerade Was soll ich da machen Ich weiß nicht Zum zweiten Mal ist es jetzt Irgendwie so passiert Aber wie wird das Warte mal Steht mal nicht Mal gucken ob das klappen würde Fürs nächstes Mal Warte mal kurz Ich finde Ja es zählt ähnlich Warte mal ganz gut Tatsache doch Ja ich glaube anders Anders kann ich mir das Nicht vorstellen Das wäre dann so Ungefähr So wird man das sehen Hört man auch deine Stimme Dann oder was Kann sein Ich kann mich aber stoppen Also Gott sei Dank Ich kann dich eh nicht ertragen Hallo Malo Ben Oh Wer war das Ich bin tot Das war Justus Okay Okay komm verlass mal ey Komm geht mal raus Ist das Wurpsgut Warum willst du den Hör mal Nein Okay das tut wie Das tut Ich würde an deiner Stelle Schlafen Tschüss Wie mache ich die Scheiße Hierzu Da raus Ich weiß Discord Discord raus Ja soviel zum Thema Skills Wenn man anfängt So irgendwie groß zu reden Dann passiert auch Ey Jungs Ich führe es dir Ohne Spaß Ich weiß es nicht Was Warum das so ist Aber Es ist irgendwie ganz komisch Zweimal ist das Wetter Ich wurde zweimal heute schon Von Fortnite gekickt Was natürlich irgendwie Bisschen traurig ist Egal Ich drück mal jetzt kurz Wieder spielen Falls es wieder passieren sollte Werde ich natürlich Werde ich nicht mehr Die Runden starten Dann machen wir es irgendwie An einem anderen Tag Oder so Ich weiß aber nicht Warum das so ist Okay Der Code ist neues Alle die gerade im Stream Da sind Würde mich auf jeden Fall Mega freuen Wenn ihr mitmacht Aber da waren auch Irgendwie andere Leute Die Ja ich glaube Ich hoffe Dass das nicht ehrenlos Jetzt wird Ist ein bisschen Scheiße halt Auf der anderen Seite Aber witzel machen Ist halt so Kann man nicht ändern Das kann man nicht ändern Sieben Leute Äh 20 müssen wir Trotzdem sein Okay Alle die gerade im Stream sind 20 müssen wir Trotzdem sein Neuestes Code Alle die mitmachen wollen Und mitmachen Auf Ehre Ähm Bedanke ich mich jetzt schon mal Ich hoffe die Beteiligung Ist einfach ein bisschen größer 20 Leute Das ist schon echt Ich sag mal Es ist schon mies Dass wir nicht mal 20 Leute vor Ort kriegen Ja die Runde hat leider nicht gezählt Das ist Schade eigentlich Die Runde zählt natürlich nicht Aber ich hoffe Ganz ehrlich Ich weiß nicht Jetzt kommen da neue Leute rein Wie dieser Felde und so Nicht dass die denken Ich scamme oder so Gott Oh mein Gott Adam Wie geht's dir Neues ist Code Bruder Adam Neues Stani fragt Du Boot Rico Wie geht's dir Willkommen im Stream Wieso Boot Bruder Was ist denn los Rico ist sauer Was hab ich dir angetan Oh nein Bruno Zersort drin Hier der Typ Der Unbedingt Du Boot Rico Was ist los Jungs Drei Leute noch Auf Ehre Drei Leute noch Code ist neues Wir brauchen noch Drei Leute Dann bei vier Minuten Werde ich starten Okay Drei Leute noch Zwei Leute noch 18 sind am Start Zwei Leute noch Wichtig Aber bei vier Minuten Starte ich Okay Also wenn wir gleich Zwanzig sind Werde ich nicht direkt starten Wir werden trotzdem Bis vier Minuten warten Damit ihr Bescheid ist Aber wir müssen mindestens Zwanzig sein Damit die Runde Bewertet wird Auf Ehre Ähm Rico Eventuell ja Ich versuch's auf jeden Fall Wie heißt die Code ist neues Jungs Alle die gerade im Stream sind Schreibt den Typen mal Der Typ der über mir war Er schaut dich an Warum Rico Bist du dann am Start Einer noch Ey Jungs Einer noch Auf Ehre Einer fehlt noch Bei vier Minuten Starte ich erst Und wir brauchen noch Einen Typen Damit die Runde Bewertet wird Macht mit Zwei Runden gewinnen 500 V-Bucks Wir hatten leider gerade Eine Runde Und ich weiß nicht warum Irgendwie Fortnite heute zweimal Schon bei mir Disconnected Nein wir müssen noch Einen Jungs Kommt einer noch Neues ist Code Tut den Gefallen Den Leuten Die hier gerade Ja Ehre Trotzdem Bei vier Minuten Starten wir Zwanzig Leute Die Runde wird bewertet Okay Alle die gerade dabei sind Die Runde wird bewertet Bei vier Minuten Starten wir Wir haben noch Die Möglichkeit Natürlich Dass andere Leute Hier noch mit einsteigen Dass die Anzahl An Leuten Die hier mitmachen Erhöht wird Aber 30 Sekunden noch Neues ist Code 21 Leute Ehrlich danke Für die Leute Die hier gerade mitmachen Wir landen überall Die Regel ist Wenn die Zone Sich schließt Healoff ist verboten Also bitte nicht mehr Irgendwo Wenn die Zone Sich geschlossen hat Irgendwo in den Ecken Sich verkehren Und sich hochheilen Oder durchheilen 15 Sekunden noch Wird die Runde gestartet 15 Sekunden noch Bei vier Minuten Starte ich die Runde Ich hoffe die Runde Wird diesmal Wirklich nicht Disconnected Wenn das wieder passiert Hasse ich mein Leben Ich gehe dann raus Echt Ich hoffe das passiert jetzt nicht Ich weiß nicht warum Ich mache so oft Irgendwie Turniere Und zum Match Wird gestartet Viel Glück an jeden Einzelnen 21 Leute sind am Start Warum dann Stani Was meinst du Lisa Lisa ist Neren Zuschauerin Sag ich mal Die ist immer ruhig Die hat sich glaube ich Noch nie mit jemandem Gestritten Ich weiß es nicht Du Brot Nick Wie geht's dir Nick Willkommen im Stream Ja Mit 4K Irnix Bruder Was war das denn Jungs ich werde auf jeden Fall Ey ich wüsste ich hab Angst Irgendwie das Was stimmt hier nicht Es stimmt hier Bei mir stimmt was nicht Wurde ich irgendwie gehackt Oder so ein Scheiß Nein Passt auf ihr Abo ist da Danke dir Bronut Wie kommst dass du jetzt Erst Abo gibst Also wieso musstest du Eine längere Zeit Überlegen Big Mac Du bist Ehrenmann Warum Bronut Wer bist du überhaupt Kennt man sich Oder bist du wirklich Neu im Stream Danke für dein Abo Auf jeden Fall Guck mal Er dachte Er kann mich zumachen Und jetzt schießt er Wie ein Esel Also Jungs Also Jungs Die Lobby wieder zurück Wieder zurück auf ihre Was natürlich anstrengend wird Ich sag mal so Ich weiß Ich bin nicht der Beste Aber trotzdem Ohaha sieben Jungen Neues 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 Da oben ist auch angepinnt Code ist Neues Stani Nein Nein Wenigstens Immerhin Der schießt schon direkt Alter Hey Jungs Stani hat hier eine Frage gestellt Und es ist eine berechtigte Frage Finde ich Es ist auch nicht traurig Ich sag's Ich sag ganz ehrlich Warum Bei Lisa Hab ich wirklich das Gefühl Dass sie nicht wegen Irgendwie Giveaways Oder wegen Streitereien Hier ist Was ist das Auf dem Dachboden Oder Ist doch nicht dein Ernst Bruder Was hab ich dir angetan Oh Tschüss Land Ein Mensch mehr gewesen Alle im Stream Rad Oh mein Gott Was Brunus Junge Hä Ein irgendwas Der spendet einfach irgendwas Danke Bruder Herz geht raus an dich Schweiz Oder was ist das Danke dir Mach mal alle bitte Ein Herz auf Ehre Brunus Junge Erst kommt der rein Will gebannt werden Und danach Haut der noch irgendwas Ein Frankliches Irgendwie Irgendwas Schweiziges Raus Auf Ehre Kurz geht raus Auf jeden Fall Mega Ganz sympathisch Dafür muss ich Irgendwie jemanden töten Aber Ja Allah Wo ist der Typ Ich dachte auf Da Oha Er kommt direkt auf mich Oha Ich habe gar keine Mets mehr Oha Oha Er hat Blue Life Ey Die 26er Hätten Die sind einfach ohne Sinn Bruder Was geht Ich habe nicht so viele Mets Bruder Übertreib die Runde Holla Er trinkt noch Mann Ehren Mann Schaukelst du hier Auf Iiii Einfach hinterm Gebüsch Chillen Und jetzt haut der ab Was für ein Mensch Was für ein Mensch Ich wüsste Ich dachte Ich bin alleine Aber egal Der andere ist voll schlecht Eigentlich Ganz ohne Spaß Wenn du gegen den Stierbst Dann weiß ich auch Nicht mehr Panda Homa Ich hoffe Ich wüsste Ich mache nichts Ich halte meine Hände Hoch glaube ich Damit die Leute wissen Dass sie irgendwie Nicht extra Irgendwie Die Lobby schließe Ohne Spaß Oder Soll ich mal so chillen Black shoe Bruno Stanken Echt Herz geht raus Danke für die Ehre Ich hatte mal Früher ein Ich Wisst ihr noch Diesen Adi Diesen komischen Adi FN Oder so Ich halte die Hände hoch Ganz ehrlich Ohne Spaß Die Leute nachher Denken die noch Irgendwie Oder ich chill So wie Merkel Weil nachher Denken die wirklich Ich beende irgendwo Den Stream Oder also Fortnite Irgendwie Damit das Gibt es noch nicht Shivan Shivan Das sind Kurde Shivan Ist eigentlich Ich hatte mal ein Ein paar Wörter Er kam aus Irak Also der Hat in Türkei gelebt Früher aus Irak Und Wie hieß der Vielleicht kommst du ja Kann leider nur Nein er war ja auch Irak Weil Shivan Das ist ja so ein Name In Türkei gibt es das nicht Also ich sag mal so Es gibt es ja in Türkei Diese Ich weiß nicht mal Ob das ein arabisches Vielleicht Name ist Shivan oder so Ich weiß es nicht Oder ist das ein offiziell Richtig kurdischer Name Weil viele In Türkei War es ja natürlich verboten Damals Kurdischen Namen Und so Verboten gewesen Deswegen haben natürlich Die türkischen Kurden Hat türkische Namen Sag ich mal Sag ich Keine Ahnung Syrien komm ich Okay Ja dann Aber da kannst du doch auch Arabisch oder nicht Warst du Wie alt bist du Hast du nicht Schule gelernt In der Schule In Syrien Da Ich meine Gab es doch Kurdisch oder was Der haut ab Achso du bist 14 Achso du bist hier geboren Okay Weißt du Bescheid Alles gut Shivan Weißt du Bescheid Ja kann ja sein Warum War eine berechtigte Frage Oder Finde ich jetzt Versuch Könnte ja sein Bruder der ist schon längst weg Oh Hinter diesen Steinfelsen Da in den großen Da hinter den Bergen Da guck mal auf den Berg Hinten rechts Sie Hä Guck Links weiter Panda Homer Da siehst du Nein Ja genau der Berg dahinter Oh Der ist schon über alle Berge dahinter Ich check das nicht Ich will gar nicht so hilfreich sein Aber Also ein bisschen weiter nach Osten Bisschen Bisschen weiter Nach Osten Da hinten Genau dahinter ist er Abgehauen Hinter dem Berg Bruder Berg Guck dir die Bergspitze an Dahinter ist er ab Ach scheiß drauf Mach was du willst Hör nicht auf mich Weiter links Auf dem Berg wo du bist Links Ja vielleicht ist er auch In Stadtabgehauen Das kann auch sein Mittlerweile Scheiß drauf Such einfach weiter Aber der Aber der ist Weiter so in die In dieser Scheiß egal Ich gehe pennen Sag dir Okay Bruno Das weiß ich Bescheid Oder danke für die Ein Franken Keine Ahnung was Wie das heißt genau Schade Schade Nö Niemals Never Boah nä Alter Von Oh nä Bro Nutz Junge Bruder Was machst du da Echt danke Ehre Kuss geht raus An dich Danke Er haut noch Noch sowas komisches Eins raus Danke dir Ey Das ist doch nicht nötig Kein Übertreiber Aber trotzdem Vielen lieben Dank Vielen lieben Dank Ich hasse es Meine Hand so hoch zu halten Das ist echt Bisschen nervig Ich muss ein bisschen was trinken Ich trinke so selten was Wenn man immer streamt Oder zockt Allgemein Wenn man zockt Vergisst man eigentlich Das trinken immer Da jetzt hat er dich Jetzt hat er dich Aber du holst den Nein Was ist denn jetzt passiert Das ist ein anderer Na schade Bruder Dein Aim hat nicht gesessen Skills war das Schade Echt Panda Homer war eigentlich nicht schlecht Ich denke mit Bauen und so Hat er es gut eigentlich Aber das einzigste Was natürlich ein bisschen scheiße Bevor ich meine Hand einfach frei hoch halte Esse ich jetzt einfach ein bisschen Dinge Aim war halt ein bisschen scheiße Was machen eigentlich Ein CHF Wie viel Euros sind das Vielleicht ist das einer Oh man ist ja Ich verstehe gar nicht Skills warum du so aggressiv spielst Das ist ein bisschen ruhiger Oh nö Das ist doch Dieser eine Typ Jetzt Um gehts viel Warte Wie ist das Johnny HD Warte Ich wusste jetzt raus An dem Typen Danke John Achso Bis erst vorhin Weiß du Bescheid Du bist dieser Panda Homer Ja wenn man nicht eingespielt ist Ich kenne das auch Wenn man nicht eingespielt ist Das ist wirklich scheiße Bei mir ist auch immer Die ersten 3-4 Runden Ich bin einfach Katastrophe Bin ganz ehrlich Ich bin zwar immer Katastrophe Aber die ersten 3-4 Runden Die sind ganz katastroph Ey mir ist so kalt Diese scheiß Heizung Das ist echt Bei Mama Papa war das immer geiler Weißt du Das war das nicht mein Geld Heizung immer auf 5 Jetzt Ja ok Habe ich auch unten Diese Heizung ausgemacht Weil ich hasse das Früher habe ich das nie gewusst Ich hatte so oft Immer so Kopfschmerzen Morgens wenn man aufgestanden ist Weißt du warum Weil immer die Heizung Sozusagen lief Wenn du schläfst Und die Heizung Die ganze Zeit Durchgehend am Laufen ist Dann hat man wirklich Kopfschmerzen bekommen Und ich habe das Später haben das Irgendwann mal Bei der Arbeitsstelle Ein paar Leute gesagt Ja kannst du doch nicht machen Und so ist scheiße Die Heizung Luft Ist doch Katastrophe Ich weiß jetzt nicht Inwiefern das stimmen sollte Achso mit der Aufladbaren Boah Okay Dann kann ich wohl verstehen Dass du keinen Aim hast Wenn du mit der Angewöhnt bist Ist natürlich Ein bisschen schwieriger Zwei Man braucht zwei Aber ich verstehe gar nicht Warum das man so aggressiv spielt Ne breh Okay Roman Weiß Bescheid Ehre Schivan schreit Das sind voll die Schwester Du schwörst dich Schivan Oha 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 Wallah Er holt dich Boah Dieser Herr Irgendwann Ich hab halt nicht Keinen Hunger Aber ich fresse Keine Ahnung Ey Ich sag euch was Ne Dieser Ich wüsste Ich werd das Ich werd sogar das machen Also Hoffentlich Ich will mir ein Ich will mir so ein Ja so ein Fitnessraum machen So wo ich dann jeden Tag So ein zwei Stunden Wirklich ein bisschen Fitness machen Was killt sie Was passiert mit Dein Aim Hast du Weihnachten ausgenutzt Ghost Treyhard Brehh Schade eigentlich Der haut wieder den Losertanz raus Der Typ ist mir so richtig unsympathisch Dieser Elamende So Warum was durchdustest Toter Wow Marlon kommt aus dem Haus Und gab es dort noch Ist das Marlon oder was Der Elamende So Oha Suivant Valla Suivant Du Da musst du Eins gegen Eins gegen Mich machen Ey ihr wisst bescheid Mit dem Heeloff Jungs Wenn die Zone Sich komplett schließt Ist heilen verboten Oha Abwort Thomas Danke Gut Ich weiß nicht Ich habe bei Keinem anderen Jetzt irgendwie Giveaways mitgemacht Ich weiß nicht Ob die lügen Oder nicht Aber Ja manche Manche sind ja krass Die so 100 Euro Und so Und ich denke mir So tschüss Übertreiber Dieses Skin Contest 100 Euro Und danach streamen die Immer mittags Das ist schon ein bisschen Abartig Denke ich mal Ich weiß auch gar nicht Warum sowas Man nicht gebannt werden kann Dass die sofort rausgehen Oder das ist schon ein bisschen Echt komisch Aber da draußen Sind doch trotzdem noch einige Oder Was für Ja bei mir ist das immer So eine Sache Ich muss jetzt gucken Zum Beispiel Wir machen jetzt Diesen Scheiß hier Keine Ahnung Ich muss ja irgendwann Mal offline gehen Machen wir vielleicht Morgen dann weiter Ich gucke mir die Leute an Ich schreibe auf Und wenn ich morgen komme Können wir es weiterführen Wir haben auch viel zu spät Damit angefangen Ich weiß auch nicht warum Hier waren nur einige Leute Die gerne machen wollten Ich dachte okay Machen wir locker Jetzt hat die erste Runde Schon reingeschissen Mit diesem Dass es nicht funktioniert hat Dass sich irgendwie Fortnite Sich aufgegangen hat Und danach haben wir 25 Leute Haben wir irgendwie Gar nicht geschafft Was natürlich auch Viel zu lange gedauert hat Dann zu warten Danach auf die 21 Das ist ein Scheiß Wende Hamburger Wende Die Zone Die Zone sich schließt Wenn die komplett zu ist Wenn er dann irgendwo In der Ecke rumsitzt Und sich heilt Ja Erzählt nicht Aber Nicht am Ende Also wenn die Zone Sich komplett geschlossen hat Dann erst Okay Was los Jan Was ist cringe Ich bin schlechter Schieber Du spielst zwar seit Season 2 Chapter 1 Aber Ja Willst du machen Der Lack ist ab Malon bekommt gleich Ein random Sniper Schuss Und danach ist er tot Saura ist Heil Hi Anna Schneider Die auch schöne Grüße Warum machen Jetzt alle Hi Mit A I Ey Malon Hör doch mal auf Danke ganz gut Jungs Guck mal Keiner von denen Schreibt irgendwas In den Chat rein Alter Da muss ich aber Echt grad Recht geben Malon Du mit Bots Mods Und so Hör doch mal bitte auf Sowas in den Chat Rein zu schreiben Wer ist denn Anna Schneider Ist das nicht Eine Freundin von dir Oder so Laura Hätte ich jetzt gedacht So Moin Wie geht's Schneider Malon Bitte vergiss Bitte nicht Okay Wegen dem Heal Auf Wenn die Zone Sich komplett Geschlossen hat Nicht mehr heilen Blue Life Ist scheißegal Aber Kein Green Life Er freut mich Anna Danke mir geht's Auch ganz gut Eigentlich Ein bisschen Bisschen erschöpft Muss ich echt sagen Ich weiß nicht warum Ich war in den letzten Tagen Bin ich echt Dieses Jahr hat für mich Irgendwie Mit einer Erschöpfung Angefangen Ich weiß aber nicht warum Ich schlaf wie ein Keine Ahnung was Also Ja ich glaub Das hatte was damit zu tun Dass ich nichts mache Da früher war ich ja Das ist so Eine Bewegung ist so wichtig Und vor allem für mich Ich hab Mein Leben lang Hab ich Sport gemacht Jedes Leben lang Seitdem ich Fünf Also fünf Jahre alt war Hab ich Fußball gezockt Und Ja und Ich hab jetzt Vor knapp Schon bald drei Jahre Scheiße Vor drei Jahren Hab ich ungefähr aufgehört Im Fußball Weil ich dann meinen Fuß gebrochen hatte Meine Hand gebrochen hatte Und meine Frau hat dann gesagt Ey Kein Bock mehr drauf Kann ich auch verstehen Mit Kind und so Ist natürlich schwer Stell vor Ich brech mir noch was Ich brech mir noch was Lorenz Hot Paprika Ja ich halt mal ausschauen Kann ich nicht versprechen Aber wenn ich das sehe Haule hulle ich mir das mal Justin Gamer Wie geht's dir Willkommen Was tun Dreifachen Kieferbruch Was passiert Junge Bist du auf die Fresse geflogen Oder was Krass Äh Ellen Wie geht's dir 999 Willkommen Klar kannst du Gleich Gerne mitmachen Wenn die Runde zu Ende ist Kannst du Gerne mit einsteigen Mit dem BMX Oh mein Gott Gibt's noch Leute Die BMX fahren Oder wie hat Bist Gehoben Viel zu gefährlich Ich hatte damals In meiner Klasse Mal jemanden Der ist auch Viel mit dem BMX gefallen Aber der hat sich Mit dem Skateboard Halt Ging er auf Hat er sich irgendwie Auf die Schnauze Da hat er sich irgendwie Sein Knie Fuß gebrochen Knie auf Keine Ahnung Hat er mir Gezeigt damals Da war so ein Loch Drinnen In seinen Knie Ganz komisch Ja was ist das los Oha Ist das Offenliche Öffentlicher geht's Aber mein Vater geht's besser Jungs Alle die gefragt haben Er hat Gott sei Dank nichts Ihm geht's gut Das ist hart Das ist echt Die Sportarten Sind schon Ey Ah die Zone Ist noch nicht zu Okay die Zone Ist noch nicht zu Die Zone Ist noch nicht zu Wir sind ruhig Wir sind ruhig Ich hab's gesagt Die Zone Ist noch nicht zu Oh Schade eigentlich Veins Yeah Zone ist zu Wer ist das Nightcap Gut GG Äh Ehre Die Zone war auf jeden Fall Nicht zu Kurz geht raus An jeden einzelnen Die hier mitgemacht haben Nightcap Ganz ganz oben Wie ne Pussy Kreativ oder was Name wurde auf jeden Fall Jetzt erstmal kurz reingeschrieben Äh Yusuf schreibt Veins teamt Hast du Beweise dafür oder was Match verlassen Wie teamen jetzt auch Einfach teamen Warum teamen die Aber wer weiß das Yusuf Oh mein Gott Und schön Stream noch Pixelgarden Junge Kuss geht raus Was mit meinem Screen Deins Ja Es ist ganz komisch So wir drücken mal spielen jetzt Jungs Alle die gerade da Neu im Stream sind Würde mich auf jeden Fall Mega freuen Der hier mitmacht Äh Code ist neues Jungs Hört doch mal auf zu streiten Wie im Kindergarten Jedes Mal dieselben Jedes Mal dieselben Es ist echt Jusuf schreibt Hab geschickt Was hast du geschickt Wer bist du überhaupt Ihr kennt schon mein Insta Das ist wieder so ein Typ Den man kennt Du bist krass Schreibt Anna Danke Oha Jusuf Jungs Shivan schreibt Starte mit neu Neuestes Code Jungs Alle die Ey wir müssen 20 Leute sein Kommt Wehe jetzt sind die Leute raus Oder sowas Ich will hier keinen sehen Der auf einmal rumhäut Und sagt Ja Wenn es so aussieht Dann bin ich raus Jetzt hier Alleine hier für den Skin Den ich habe Keiner feiert den Skin Verstehe ich nicht Hätte ich jetzt OG Ghoul Trooper Oder so Oh mein Gott Wieso wird dieser Skin Jetzt habe ich mal Endlich mal so einen seltenen Skin Aber keiner kommt in den Stream Und sagt Ey oh mein Gott Du hast ja den Skin Haji wat Der ist ja seit 3 Jahren Fast nicht im Shop gewesen Volley Ihr seid im Boom Circle im Call Was ist ein Boom Circle Jungs 15 Leute machen mit Bei 4 Minuten werde ich starten die Runde 20 müssen es sein damit überhaupt die Runde bewertet wird Okay also 20 Leute müssen auf jeden Fall Am Start dabei sein Code ist Neues Solo wird gezockt Vielleicht auch die Leute die meinen ja Ich bin nicht so gut ich bin schlecht bei der Sache Könnte ja trotzdem vielleicht Durch diese Zockerei bisschen besser werden Oder so 17 sind gerade am Start fehlen Immer noch 3 Leute Bin dabei glaube ich Ära Allen 999 Kurs geht raus Naikafjan Spaß Issa hat das mir gerade geschrieben Einer fehlt noch Leute Einer fehlt noch Einer auf Ehre fehlt noch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Mikael endlich Junge Wenigstens Wenigstens einer der hier mein Skin Danke Ghoul YouTuber Äh Für deinen Abundenlein Ehre Jungs einer fehlt noch Bitte macht einer noch mit Damit die Runde bewertet wird Kommt schon Eine Minute Bei 4 Minuten Bei 4 Minuten Start Wir sind nur 19 Leute Bei 20 Leuten wird die Runde bewertet Zwei Wins müsst ihr holen Einen Win hat schon der Nikef 99 8 oder 999 Keine Ahnung was Einer fehlt noch Leute komm Drückt euch Justin Geh mal Einer noch Ey da draußen noch so Bestimmt noch einer Der hier kurz mitmachen will Und mitmachen kann Und danach wieder rausgehen Aus der Gruppe Jungs Mach mal keinen Scheiß Neuestes Code Ehre Ehre an den Typen Der gerade mit Eingesteigen tut Danke Anna Wir lieben dich Anna Wir wollen ein Kind von dir Ehre Äh Ghoul Ähm Du musst zwei Winz holen Solo zwei Winz Runden bei 4 Minuten Wird gestartet Oh Justus Bruder Wann habe ich dann gesagt Dass du Mob bekommst Also Du bist sympathisch Ich liebe dich Aber Match wird gestartet Ich wünsche auf jeden Fall Jeden viel Glück Und viel Spaß Ich werde auf jeden Fall Ernst versuchen mitzuspielen Also Streams Neib mich nicht direkt Weil dann wirst du Auf jeden Fall In eine Beobachtung reingeschickt Dann sehen die Leute dich Nicht vergessen Was ist das denn? Er hat eine Werbung von Moin Hast einen neuen Abonnenten Wie meinst du Skiwan? Mann Du hast auch Eher Du sollst auf Oh Ryloks Oh mein Gott Nightcap Isa hat es mir geschrieben Fertig Oha Isa Wenn du das geschrieben hast Krass Wallah Ich sag nichts dazu Jungs hört darauf zu streiten Wallah Was ist denn los bei euch Der Typ macht bei 500 Vivacs mit Ist auch nicht schlimm Jeder Hier gerade Dabei ist Machen gerade bei 500 Vivacs mit Kannst du ganz kurz was gucken Okay Jetzt aber So Kopfhörer auf Wenn ich jetzt nicht mindestens Drei Kills mache Dann weiß ich auch nicht mehr Marlon Keine Beweise Gleich kein Team So ist das Prinzip Kleiner Mann Ich weiß gar nicht Wie groß ist halt nicht Marlon Ich weiß gar nicht Jetzt ist Das ist interessant Ich würde mal gerne wissen Wie groß bist du Jad Und wie groß bist du Marlon Gibt es Regeln Ja einzigste Regel ist Zum Ende Wenn die Zone sich geschlossen hat Darfst du dich nicht mehr heilen Also Heal of Verboten Okay Also Heal of Verboten Nox Ey Oder Nox Nein Ich bin Ich bin ganz locker Fluckig hier auf Mein PC Und spiele Ich bin kein guter Spieler Also Nicht dass ihr denkt Ich werde natürlich ernst mitspielen Aber Ich werde eh nicht gewinnen Also da draußen sind einfach Andere Leute die anders spielen Als ich Von daher passt Ich bin auf PC Aber mit Controller unterwegs Früher habe ich auf der Playstation 4 Gespielt Seitdem ich Ja seitdem ich mit Stream angefangen hat Habe ich mir Ähm Ja Habe ich mir ein PC geholt Geht mal weg ihr Geier Tissms Junge Mindestens einer Guck mal hier Gott sei Dank Bin ich wollte hier nach Retail Junge 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 Macht was ihr wollt Ja Gott sei Dank Wollt ihr Ey Wir sind 20 Leute 4 landen da Und 3 landen da Ja Was ist denn los bei euch Ich glaube ich gehe lieber hier vorne Das ist glaube ich ein bisschen geschmeidiger Ruhiger unterwegs Keinen Bock direkt immer zu stehen Aleikum salam NXT Wie geht's dir Willkommen im Stream Stunny Ich wüsste Letztens habe ich mir wirklich überlegt Ähm Einfach so aus Prinzip Ich habe mir überlegt Stell dir vor Fatih Wenn du auf äh Monster Statue Wechselst Ich werde wahrscheinlich kein guter Spieler sein Aber stell vor Ich werde so voll gottgleich So was ist denn los So voll der krasseste Spieler überhaupt Wer weiß Weiß man doch nicht Vielleicht ist das Fühle ich dieses Maustastatur Weiß man ja nicht Freut mich eher nix Danke Bruder Mir geht's auch ganz gut Hast du ein Sympath Oh mein Gott Jetzt habe ich die behinderte Waffe überhaupt gezogen Und das in Gold Schade Ähm Hast du ein schönen Profilbild Hier ist das Patrick Oder sehe ich da falsch Nice Ich liebe den scheiß Stern Ey mach den weg Ich Ich will diesen Der Pumpkan ist keine Ahnung Ganz komisch Ist zwar geil aber Man muss glaube ich damit umgehen können Wenn man damit nicht umgehen kann Dann Hast du nur einen Schuss Dann brennt alles Seht mir ganz cool Das ist einfach alles Asoziale Bruder Oh jetzt wird es aber richtig interessant Was nehme ich denn mit hier Ach nice Ja locker flucke ich erstmal weiter hier Ich hab Bock richtig zum Ende der Zone zu überleben So weißt du Das Ding ist die Zone endet einfach hier irgendwo Nice alter Felsspielmaustatur ist besser Bruder Ich echt jetzt Ja ich brauche aber jemanden Der mir das immer so Also Der mir kurz das einweisen könnte Also der mir zeigen könnte Wie ich drauf zu spielen hab Ich muss sowieso mal Neuen Maustastatur Ich hab meine Maustastatur Hab ich von Action geholt 7,95 Euro Hat glaube ich auch Die Scheiße 7,95 Euro Hat meine Tastatur gekostet Und irgendwie 5,95 Euro Oder so hat die Maus gekostet Ehrenhaft Ich will mir halt nicht neue holen Aber ich spiel Ich mach gar nichts mit Maustastatur Ganz komisch Das ist angeblich Gaming Guck mal es funkelt Es sieht wirklich echt Es sieht schon Ach du Scheiße Bevor ich hier etwas kaputt mache Na lass mal lieber Sieht man das Guck mal es ist so mit Beleuchtung Und so Ich denk mir so Der hat Der hat 10 Knöpfe oder so Ich denk mir Junge Alter Warum kostet der so günstig Wie Game Crash Nein Yusuf Hör auf Echt NXT Würde mich echt freuen Ich weiß nicht Bist du morgen abends Wieder auch online Also bist du unterwegs Ich kann das ja mal Auf Ehre versuchen Scheiße auf diese Dragon Scheiße Oder Jungs ich lass das hier weg Ich hasse das goldene Waffen Weg zu lassen Die sieht so brutal aus Ist aber irgendwie voll behindert Guck mal Man denkt so One Shot Man denkt Die ist krass Als wie die spasst Schießt vier Schüsse Auf einmal ApoRed ist echt Was ist deine Meinung Zu Yo Oli Oder Yo Oli Keine Ahnung Wieder ausgesprochen Ich sag mal ganz Ich sag mal ganz ehrlich Was meine Meinung Zu ihm ist Ist einfach Ich find's natürlich Richtig asozial Was Braucht man keine Meinung Zu sagen oder Wenn er an Minderjährigen Aber es ist Ich hab das natürlich Nicht ganz verfolgt Ich muss echt sagen Ich hab nur mitverfolgt Dass er sie irgendwie Mit einem Mit anderen Also mit kleineren Leuten Ich weiß es nicht Es ist ganz schwer Ich muss echt sagen Okay So eine 16 jährige Zum Beispiel Er ist 24 25 So eine 16 jährige Da sagt man auch schon Minderjährig Aber es gibt's eigentlich Auf der Welt So viele Leute Die 24 23 Sind mit einem 16 jährigen Zusammen sind Es ist Es ist kein Es ist Es ist eine Tatsache Es ist wirklich so So Aber die lieben sich dann Verstehst du Das ist ja wirklich Eine Liebe Aber der Typ War ja ein richtiger Arschloch Der hat die ja wirklich So ausgenutzt Video machen und kurz Ja das ist Das ist ein bisschen scheiße Weil mit 16 Dann ist man ein Kind Wenn man als ein Ich weiß gar nicht Wie alt war der denn 21 22 Wie alt war der Gigi Wie 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 Sagt Ja Scheiß Game Game Crash Du Wie sagt jeder Von euch Game Crash Warum machst du das Ich könnte noch Freunde werden Was macht er das Jetzt Wenn ich jetzt Jetzt gar nicht Kennst du mich noch Pantera Bruder Wieso Habe ich dich vergessen Das ist ja Mensch Ja Aim Habe ich nicht Ich bin ganz ehrlich Ich spiele ich lieber Mit der AK Weil irgendwie Mit dem scheiß Ding Hier Gar kein Aim Das ist der Typ Das ist der Typ der Unternehmer Kennst du mich noch Mich hast du vergessen Buri Nein Hä Ah das ist das Fake Accounts Oder was You Boy Samuel Wie geht's dir Willkommen Stream Bruder Ey Jungs Dieser Pantera FN Und Buri Lounge Grüße Gehören Raus an Buri Bruder Aber wieso Sagen die Sowas Ey Dieser Typ Der unten Ist Der ist krass Anders Scheiße Voll hässlich Oh mein Gott Guck Guck Ey So Ich bin Weihnachtsmann 24 25 Der baut Schon Er denkt Wer war Da Hau mal Lieber An Esel Der der Unter mir Ist Der Macht mir Ein bisschen Panik Das Muss ich Mal Verpissen Ihr seid Jetzt Echt Buri Und Pantera Ich hatte Mal Jemanden Der hat Alle Viele Leute Gefaked Das war Ein bisschen Problematisch Auf mich Oder Was Baut Doch Hoch Ich bin Sowieso Nicht So Ein Guter Spieler Der Eine Kassit 24 25 Der Ist Schon Komplett Abgehauen Er Denkt Sich So Scheiß drauf Aber der Übertreibt Seine Runde Hier Unten Ich Mach mal Ich hab Keine Metz Ich muss Farben Was bringt Das Jetzt Wir sind Gleich Endgame Und wir Chillen Hier Ohne Metz Ja Willst Machen GG Aber ohne Metz Kann ich Jetzt Nicht Sagen Dass Ich Krass Geholt Hab Vielleicht Wird Der Ganz Anders Spielen Wenn Er Bauen Könnte Ist Leider So Ist Da Jemand Grad Ich Bin Fake Schreibt Bui Nein Okay Ich glaub Mal Schon Dass Du Nicht Fake Bist Das Komisch Beide Kommen Gleichzeitig Rein Beide Schreiben Fake Beide Schreiben Bin Da Also Kennst Du Mich Noch Das Ist Echt Komisch Ich Weiß Es Nicht Ob Ich Vertrauen So You Boy Samuel Wieso Antwortet Keiner Martin Samuel Wie man Gewinnen Kann Samuel Du Musst Zwei Runden Gewinnen Wir Haben Aber Schon Eine Runde Mit Einen Gewinner Also Nike Falls Er Die Runde Gewinnen Sollte Hat Er 500 V-Bucks Gewonnen Aber Du Hast Natürlich Die Chance Nächste Runde Falls Die Falls Dieser Typ Nicht Ein Zweites Mal Gewinnen Sollte Hast Natürlich Die Chance Mit Ein Zusteigen Ich Spiele Ernst Mit Ich Bin Kein Guter Spieler Ist So Aber Trotzdem Ich Mach Bisschen Ich Will Bisschen Faxen Mitmachen So Weißt Falls Ich Gewinne Wird Es Natürlich Gar Nicht Gewertet Nächste Runde Geht So Aber Wenn Ich Gewinnen Sollte Dann Schuldet Ihr Mir Alle 500 V-Bucks Ist Namen Dort Drinnen Ich Nimm Die Auf Jeden Fall An Und Wenn Du Lust Und Laun Hast Morgen Früh Bruder Was Wie Früh Abends Meine Ich Um Diese Uhrzeiten Wieder Komme Ich Vielleicht Eventuell Wieder Live Wenn Du Da Bist Kannst Du Mir Ein Bisschen Zeigen Wie Man oft Maustastatur Spiel Weil Wer Weiß Vielleicht Oh Mein Gott Vielleicht Bin Ich Dieser Andere Maustastatur Spieler Weißt Man Weiß Es Halt Noch Irgendwo Metz Raus Bist Du Der Allerechte Pantera Der Allerechte Soll Ich Die Hose Runter Ziehen Oder Was Damit Du Mir Glaubst Scheiße Auf Die Minis Aber Hier Einfach So Ja Du Hast Keine Metz Bruder Ich Hab Es Aber Eine Bedrohung Ist Auf Rot Was Heißt Das Ist Er In Meiner Nähe Oder Was Ist Er Bei Mir Wo Ist Er Na Jetzt Ist Nicht Mehr Rot Als PSV Spieler Keine Chance Die Kriegen Alle Wände Schivan Bruder Ich zeig dir Jetzt Ich Beweis Obwohl Ich bin Auf PC Aber Skills Du Spielst Doch Auf Nein Das Kannst Du Nicht Sagen Man Dieser Skill spielt Auf Playstation Der Ist Wie Wie viel Muss Ich Dir Spenden Um Stream Zu Beenden In Ernst Jetzt Machst Du Sowas Boogie Ach Du Scheiße Jemand Ist Bei Mir Verpiss Dich Was Das Ey Tsch Wie Wie weit Gehts Hier Runter Oh Hä Und Dann Die Eine Kiste Wo Scheiße Weil Raus Kommt Hä Mega Weit Runter Gegangen Wie Komme Ich Hier Wieder Hoch Die Zone Kommt Gleich Nicht Hier Bruder Hör Auf Wallah Ey Wir Sind Hier Eingefangen Du Hast Richtig Scheiße gemacht Was Bringt Das Hier Verpiss dich Geh Ho Wallah Kann ich Den Irgendwie Versuchen Dass Er In der Zone Verreckt Wallah Verpiss Nicht Was Für Ein Mensch Verpiss Wallah Weg hier Was für alle ein Junge Bruder, was willst du von mir Dein Ernst ja jetzt, bin raus Okay, weißt du Bescheid Kuss geht raus Buri, komm, erzähl mal Wie würdest du denn nehmen, damit du deinen Stream beenden kannst Komm, lass mal handeln 50 Euro, ich bin raus 50 Euro Mach ich 50 Euro Giveaway, geil Haben die Leute auch was davon Oha, was wollt ihr alle von mir Ey, ich schwöre, ich höre nirgendwo Schüsse Ich bin irgendwie Aha 43 Wieso heile ich mich nicht Chill mal ey Ist da ja auch jemand drin Ist der ja nur drin Oha fort Oh man, nein, brauchst du nicht Bruder Kuss geht raus Guck mal, guck, guck, guck Na, wohin, wohin Oha, wo bin ich Also runterge... Ey, geh kaputt Nein Was ist passiert Internet weg Ey Ist kaputt jetzt, oder was Ist Internet weg Ne, das geht kaputt Hä Was ist da los Oh mein Gott Das ist eine Verarschungstruhe Nein, nein, alles gut Malon, ey Wallah, ich dachte Wegen diesem Scheiß Runterschießen Verpiss dich, Junge Voll über Treiber Was für ein Elm hat der Oha Wallah, mein Der läuft nicht Ey, ich hab immer so viele Probleme Ich hab immer irgendwelche Probleme Nein, der läuft nicht mehr Nein Das geht auch nicht Was ist das Ey, bin ich am Arsch, oder was Wallah, irgendwas ist voll Hä Was ist da los Ich kann nichts mehr kaputt machen Bruder Hä Nein, das geht kaputt Das andere geht nicht kaputt Wer bist du Was geht da Er baut sofort seine Welt ein Ey, bei mir ist auf jeden Fall Oha Irgendwas ist falsch bei mir Da, guck mal Der ist da so hässlich Land Ich höre ich auch Das ist ein komischer Sniper, ne Wo er alles sieht So Ja, ganz gut Ich kann Warte mal Ich hab Ah, jetzt geht das wieder Jungs, läuft der Läuft das Game bei euch flüssig, oder Irgendwie hab ich hier ein bisschen Probleme Ne Schieß mal auf den da Diese komische Sniper Ist flüssig, ja gut Fortnite, girl, YouTube Wie geht's dir? Willkommen im Stream Kurz geht raus Buri, Junge Ist so Ja, so 99 Cent Was für ein Mensch, Junge Guck mal, Buri Jetzt ohne Spaß Na, was hast du erwartet Für wie viel soll ich Also 50 Euro Dachtest du, sie Oder Wie meint Was hast du dir so gedacht Wo ich 50 gesagt habe Tschüss Pass doch auf Mal, oder Er liegt einfach Kopfschuss Ja, Mann Wo Kopfschuss? Er zieht Ich hasse, dass ich Die Leute Ja Ey, snipe den doch Mann Versteh ich das Immerhin Da habe ich die ganzen Ich habe gar keine Munition Keine Munition mehr, Bruder Schießt du viel, du willst Drei Schuss nur noch Bin ich hier noch in der Zone? Bin ich so in der Zone noch? Ich hoffe, ich hoffe Ich hoffe, ja Okay, Bruder Weiß ich Bescheid Musst du aber nicht, Bruder Aber danke, ey Mann, einmal treffen Junge Ein Schuss noch Komm, den letzten Schuss Den musst du ja auch Irgendwie treffen Ich hoffe, ich bin hier noch In der Zone Ja, immer noch Bitte Chill Chill Zone Bitte Mach kein Auge lang Tschüss Er geht einfach 5 Kilometer weiter Junge Bruder Übertreib doch Ich habe sowieso Keinen Loot Siehst du doch Im Stream Er hat nur 7 Leute Ich höre es dir Ein Schuss noch Ja, der Schuss Muss auf jeden Fall Sitzen Gleich Warte mal Hier, hier Da ist er doch Irgendwie Doch, ne Zone geht weiter Ich muss natürlich Jetzt auch noch Irgendwie versuchen Mich zu bewegen Das Ding ist Wo sind die ganzen Geiatisms hier Die Verstecken sich Wie die Schildkröte Ich bin der einzigste Der hier bisschen Mumm hat, ne Der Rest Denkt sich so Ey, dass ich bis hier Überlebt habe Ist krass Ja, ja, verpiss dich Mann Ey, so Ich bin Master Bruder Mann Verpiss dich Weg hier Jungs Haut ab Der Typ ist verrückt Oh mein Gott Den Biggie Den muss ich doch irgendwie noch trinken können Mann lass mal raus hier Bisschen Metz weg Aber was soll's Der Typ hat auch seine Metz verballert Schade Wenn du Abo wirst Ja Aber du kannst Das ist nur für einen Monat Diese Mitgliedschaft Das ist nur für einen Monat Oh mein Gott Was mach ich hier Das geilste Ich dachte ich bin hier in Sicherheit Über mir war ja offen Was geht denn Hä So schlecht bin ich auch nicht Trink mal was Ich trink auch kurz was Ich bin der Scherp Die Däne Bruder was geht Oha Mann Verpiss dich Scheiß Baum Er teamt einfach mit Baum zusammen Ihhh Viel Glück der Typ hat Bruder Heal auf Bitte nicht vergessen Okay Bruder Nox Wenn die Zone sich geschlossen hat Bitte keine Fische benutzen Nox Ich hoffe du bist im Stream drinnen Du kannst die Fische benutzen Aber wenn die Zone sich komplett geschlossen hat Keine Fische benutzen Okay Der Typ hört mich nicht Ich hoffe er hört mich Nicht dass er nachher so spielt Malon ist off Warum Ist er tot oder was Ich feiere den Skin 0 Den Skin den er hat Ich feiere den 0 Ganz ehrlich Ich mag den Ist nicht so meins Pantera und Dings sind weg Ah ja Ah jetzt hier Spende 50 Euro Für Superjet Holani Buri Bei diesem Pantera Hätte ich noch geglaubt Aber Buri Du bist ein Du bist ein Ausländer Bruder Bevor ein Ausländer 50 Euro Spendet Junge Nox Boah Er hat einfach Bazooka am Stand Hinter dir Was für ein Geier Er spielt nicht schlecht Ich weiß dieser 6y Nox BAM Wen hat der geholt hier Newstar Jungs Wenn die Zone sich schließt Nicht vergessen Dann wird es gefährlich Das sind die letzten beiden Bruder Du darfst dich nicht mehr heilen Wenn die Zone sich schließt Nox Bitte Nein Das ist doch einfach unfair Rainz Junge GG Das ist lacke Alter Okay gut Wenigstens diesen Tanz Aber Schade eigentlich Die haben beide den gleichen Skin Feier echt null Aber egal Boah Rainz hat gewonnen Aber ey Ich wüsste Ich weiß nicht Wer ist dieser 6y Nox Irgendwas Oh mein Gott Niat wie geht es dir Willkommen im Stream Was heißt dieses 999 Am Ende überhaupt Heißt das irgendwie Ich bin cool Oder Mal so nebenbei gefragt Schade alter Das ist echt knapp Nox Ehrlich Das ist Glück Das ist nicht knapp Das war Glück Weil Ihr habt euch beide nicht getroffen Oder so Das war ja jetzt wirklich Die Zone Und du Okay Dann hätte er auch Fische Natürlich Es ist verboten Ganz ehrlich Sonst dieser Vayne ist auch ganz krass Sonst läuft er mit 20 Fischen Durch die Gegend Was ist das für ein Wartet mal ganz Jungs Neues ist Code Alle die mitmachen wollen Ich muss mir kurz Den Backblink Gucken Was ist das denn Junge Ich fühle mich Passt ja gar nicht Spitzhacke feiere ich nicht Immer noch den Skin nicht Ne Lexa Ich feiere diesen Skin auch nicht so richtig Ne Muss ich sagen Also es sieht nice aus Ne Mal was anderes Das ist jetzt nicht so von Skin Wo ich sagen würde Oh mein Es gibt den ganzen Battle Pass Keinen Skin wo ich sage Oh mein Gott Den muss ich auf jeden Fall haben Keinen Das ist echt schade Ich muss sagen Die Season an sich ist geil Aber Battle Pass ist scheiße Und Ja Schade Jungs alle die mitmachen Codebit ist neues Line and lol oder so Aber ich glaube er hat geändert Was der nie hat Neun Millimeter So ich schreibe mal ganz kurz Den Code rein Jungs Code ist neues Alle die mitmachen wollen Einfach neues Frohes Neues Ich warte bis 4 Minuten Leute Und wir müssen auf jeden Fall 20 Leute sein Damit die Runde bewertet wird 20 Mann Macht auf jeden Fall Auf Ehre mit Oh mein Gott Leila wie geht's dir Willkommen im Stream Ich hoffe alles gut Ey yo Oh mein Gott Abdullah ist auch da Abdullah kennst du mich Frohes Neues Bruder Ne Er kommt hier rein Und schreibt nicht mal was Man schreibt mal Abi wie geht's dir Willkommen Willkommen Frohes Neues oder so Schreibt er gar nicht Nochmal Code ist neues Abdullah In dem Moment Ich hoffe der Typ kennt mich nicht mehr Oder was Deine PS4 Karte bekommen Was für eine PS4 Karte hast du bekommen Was hab ich nicht gemacht Leila Was erzählst du da Die Bedeutung der Zahl 999 ist die Vervollständigung Die Zahl 9 ist die letzte einstellige Ziffer Wenn du diese Zahl also überall wo du hingehst Endet etwas in deinem Leben Oder Okay Wenn der Wenn der dich fragt Was nochmal Richard 5000 5000 wie weit Was erzählst du da Bleistift AMK Code ist neues Lisa schreibt Lisa mit Doppel S schreibt Kommt Jungs Letzte Minute läuft Letzte Minute läuft Einer muss noch reinkommen Ich denke das schaffen wir Einen Ehrenmann haben wir da draußen Auf jeden Fall Nein warum Marlon Müde oder was Schade Kuss geht raus Marlon an dich Hast aber gut gespielt Okay Ich hab ein bisschen Spaß gemacht Hast gut gespielt Echt Wünsch dir auf jeden Fall 21 Leute Ehre Ehre Lennart Wie geht's NXT NXT Hast du jetzt ein FA reingeschickt Ich guck mal ganz kurz Wie heißt du überhaupt Hier Marvinio Warte den musst du hier annehmen Den Bruder hier Ardalos Okay den nehm ich an Allen ist der grad von eben Hat er nicht ne Das ist diese komische High Verbindung Hat er gar nicht Er hat gar keinen Bock Er schreibt warte So 5 Sekunden 4 Sekunden 3 Nein oh mein Gott Die Zeit Pech gehabt Match wird gestartet Ich mache ernst mit Landet wird überall Bitte ganz wichtig Leute Bitte wenn die Zone Sich komplett geschlossen hat Ihr könnt euch vorher heilen Aber wenn die Zone Sich komplett geschlossen hat Bitte Heal off Verboten Bitte nicht mehr mit Fischen Irgendwo rumcampen Und sich irgendwie Den Sieg erheilen Keine Ahnung Ich hoffe ich habe das richtig Hier durchgesagt Vati Tipp Schlaf mal darüber Um mich was zu machen Ich habe ein Ich habe ein Nuller Ping Was ist denn los Nuller Ping Einer Ping Zweier Ping Ich habe ein Auto gemacht Null Nuller Ping Krass Ey krass Nuller Ping Nein Fort Thomas Wo wohnst du Ey ich will auch Schnee Wir haben noch keinen Schnee Bei mir Ich will so gerne Das wirklich so Ah Von mir aus 20 cm Schnee Oder so Keine Ahnung Das wäre schon ein bisschen Nice Ich würde so gerne Mit meinem Sohn So raus Oh ich habe voll Bock Da drauf Ehrlich Vielleicht gehe ich auch Mal gucken Nächste Woche Irgendwie Ich gucke mal Wo es schneit Oder so Ich steige einfach Ins Auto ein Und ich gucke mal Wo gibt es Schnee Wo kann man irgendwie Ähm Ski rutschen Oder so Nimm ich meinen Sohn mit Gehe ich dorthin Alter Nimm ich so ein bisschen Schneemann machen Ein bisschen so Keine Ahnung Ein bisschen rutschen Auf ihre Bruder ich schwörst du Ich weiß nicht was Morsbach ist Er so Lichtenberg Oh mein Gott Nein Waze Der verlorene Sohn Wie geht es dir Willkommen Warte ich spiele Auf dem Econ Toxic Adam Wie geht es denn Den Kleinen geht es Elhamdulillah ganz gut Jungs ihr dürft Überall landen Okay Nicht zu vergessen Ich werde auf jeden Fall Ernst mitspielen Ich bin aber kein So guter Spieler Kannst du mir Dein altes Profilbild Schicken Mit Renegade Raider Ähm Welchen meinst du NX Warum Was willst du damit Achso Du meinst meinen Alten Achso Ich muss mal gucken Wo das ist Ja Bin Türke Niyat Oh Eben aufgeschaut Und kann nicht Mit Pen Ey das ist krass Ey Schwiss Ich will so gerne Wieder so einen Geilen Schlafrhythmus Haben Ehrlich Aber Allein meine Arbeitszeiten Sind wieder scheiße Ich hab voll Bock So 11 Uhr 12 Uhr ins Bett Gehen 8 Uhr morgens Aufstehen Ich hab richtig Lust Darauf Was ist das Lamm Verpiss dich Nein Ich so Geht mal weg Er kommt direkt Auf mich Lass doch gleich Heirat Hier ist noch Einer Wee Wee Oha Ja Und nie Das Das ist nicht sein Ernst Oder Dass da jetzt Dieses komische Rauskommt Einfach Leila Labaker Ich will das Bearbeiten So Enix Alter Bruder Ich kann das Nicht mal schenken Weil Das hat Dieser Savage Für mich gemacht Wo ist der Lamm Voll Übertreiber Ja Ey Ich bin schon wieder Hier Ich hasse es Wo ist der Lamm Panda Homa Junge Geh mal weg Du Streber Junge Ey Meins Ernst Ey Wir treffen uns Immer mit dem Typen Ne Wie Naja GG Auf was Spielst du Panda Homa Wenn ich Frage Auf was Spielst du Bist du Auf PC Oder Boah Hier sind Einfach Drei Kisten Auch wenn Ich Dabei Verrecken Sollte Jetzt Gehör Nicht Willen Scher Nein Atme Doch Nein Jetzt Kommt Er So Hässlich Ja Ja Warte Doch Ja Yusuf Junge Mistelzweig Ich hoffe Du bekommst Ja Das Das Liebe Karma Schade 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 Eigentlich Das Kind Sieht Nicht Schlecht Aus Eigentlich Naja Oh Kinder Brue Wie Geht Dir Auch Schöne Grüße An Dich Ich hoffe Alles Gute Ich will Das Bearbeiten Nein, nicht dieser Savage Land Dieser eine komische Savage Keine Ahnung Das ist so ein Typ Keine Ahnung Welchen Savage meinst du, Bruder? Jetzt kommt das eigentlich jemand mit 5 Millionen Abonnenten Du willst Psycho-Ritex Warte, ich schau mir das kurz an Oh Gott Sağ olasın Nihat Duncan Nihat Sana da hayırlı akşamlar İyi geceler Sağ olasın Danke echt für dein Abo und so Weiß Bescheid Weiß ich zu schätzen auf jeden Fall Oha, da ist was, ne? Was Blaues Mach mal kaputt Bin mal selber gespannt, was da drin ist Ein Biggie Ich fahre doch das Auto jetzt Jetzt hast du Räder kaputt gemacht Okay, vor Toma Okay, danke Bruder Echt, danke, dass du überhaupt beim Raid mitgemacht hast Danke, dass du so lange im Stream dabei warst Weiß ich ehrlich zu schätzen Echt, nice Wünsch dir auf jeden Fall schönen Abend Schlaf gut, schlaf schön Ey Fatih, wie löst man PS4 Karten Oha, ich habe noch nie eine PS4 Karte eingelöst Ich habe immer Kreditkarte benutzt Guck mal Google oder YouTube Oha Ich scherp, er stirbt da dran Schade Ey Jungs, guck mal, ne? Dieses komische Garage, was bei dem Typen jetzt bei Yusuf ist Was ist das? Letztes Mal war doch auch bei, ähm Wie heißt das hier? Oh mein Gott, ich habe schon vergessen Wie hieß der Wald damals? In dem Chapter 1 Das wurde ja nicht mal aufgemacht, ne? Wir, wir, wir ermitteln Wir machen morgen weiter dann Vailing Woods, ne? Hieß das Da war doch auch so eine Garage, ne? Jeder hat gewartet, dass das auch aufgeht Ist nie passiert Die Garage hat immer gechillt Tam Lan, wir verstehen, du Okay, dein Arsch Du stirbst noch Tschüss Ulan Yusuf Ulan Yusuf Du bist tot, oder? Kannst du nichts mehr machen? Wer war das? Das ist Abdullah Tamam Layla, mach ich mal Bin wieder da Willkommen zurück, Noob Town Army Hast dein Bericht zu Ende geschrieben Was machst du denn? Was ist das für ein Bericht gewesen, Bruder? Schule oder was? Oder bist du schon Im Ausbildungsmodus? Wollen wir dann nicht einfach Morgen weitermachen, Stani? Was hältst du davon? Ist doch ein guter Deal, oder? Wollen wir einfach Morgen weitermachen? Ich will gar nicht so Ja Ich weiß es nicht Sind die Leute Hey, hey Er freut sich voll Weil er zum ersten Mal Kühe gemacht hat Ulan Nox Ah Nox, ähm Jungs, ach nee Falls wir keinen Gewinn Ermittler haben Wollen wir morgen weitermachen? Sag mir mal eine Uhrzeit Was euch am besten Passen würde Also nachts Also nachts, ne? Elf, zwölf, dreizehn Wir können auch nach dem Shop Wieder machen nachts Falls die Leute Die gerade hier mitmachen Immer nachts unterwegs sind Elf Nein, nicht so spät, Stani Und dann ermitteln wir Wieder nicht den Typen Bueno, frohes Neues Du Opfer Oha Ich Oh mein Gott Ich dachte schon Das ist Der kommt geduckt Und dieser Kerem Checkt das nicht Weiß ich Bescheid Leila Warum bist du sauer Leila, ne? Was für die PSL-Karte Ist das denn? Wie viel Euro? Erzählbar Dann sind da bestimmt Draußen einige Leute Die dir helfen wollen Jetzt sag nicht 5 Euro Es gibt ja wirklich 5 Euro PSL-Karte, ne? Das ist krass Das ist echt Wo ich mir so denke Oha Was willst du damit? 50 Euro Leila Wollen wir heiraten? Ähm Ich zeig dir das gleich Komm Lobby rein Komm Alle denken Oh mein Gott Musst du ein Praktikum Oh ne Praktikumsberichte Sind so krass Für Fach habe ich Schreiben Bin aber Noch nicht fertig Okay Wir hatten damals In der 8. Klasse Also ich war auf der Realschule Ich habe damals auch Praktikumsberichte Musst du mir schreiben Und ja Ich hatte eine 4 Minus Das war ganz krank Also Man weiß gar nicht Was man da so Richtig Diesen Bericht So schreiben soll Irgendwie Du gehst auf die Arbeit Weil ich finde So Du kennst ja Deinen Job Noch nicht so richtig Weißt du Und die Leute Wenn du auf der Arbeitsstelle bist Haben ja nicht mal Die Zeit Um dir das so richtig Zu erklären Also ich weiß es Jetzt selber Keiner erzählt dir das nicht Du bist sozusagen Irgendwie gezwungen Irgendwie im Internet Rein zu recherchieren Was Sache ist Eigentlich Und ich denke mal Die Lehrer wissen das Die Lehrer Ich denke mal Checken das Oh Dass man so Keine Ahnung Bei mir zumindest Wo ich Praktikum gemacht habe Ich habe einmal damals Bei Plus gemacht Ich weiß Kennt ihr das noch Dieses Plus Diesen Laden Einkauf Einzelhandel Damit diese kleinen Preise Wo diese Euros Und so rumlaufen Waren Wisst ihr die Werbung noch Wo die Kleine Preise Gibt es das Laden noch Gibt es noch Oh mein Gott Plurex Wie geht es dir Willkommen im Stream Bruder Ich hoffe Hattest einen schönen Rutsch Frohes Neues Oh mein Gott Nein Asendetta Das geht Bruder Dir auch Schönen Frohes Neues dir Ne Freut mich Plurex Danke mir Geht es auch Im Jahr Vier Stück Schreiben Wie lange Wie läuft das denn Das Praktikum Bei euch Für dein Abi Welche Klasse Bist du Du musst doch Warte mal Damals war das so Ne Elfte Klasse Zwölfte Klasse Bis 13. Klasse Geht das Guck mal Nicht dass ich jetzt Zu gelost bin Zehnte Klasse Weg Elfte Klasse Elfte Elfte Bei Abi war das So Wie bei Realschule Wir haben Eine Woche Praktikum gehabt Bei uns war das Anders Ich weiß noch Ich hab einen Freund Auch gehabt Der hat auch Sein Abi Gemacht Bei dem war das Auch ein Jahr Oder so Ein Jahr Geht das Dieses Praktikum So ein Jahrespraktikum Was die da Komisch so haben Vati hast Abi Nein Was Bosna Junge Ich hab Realschule Abi Siehst du schlau aus Ah das ist lost Mach deinen Kopf Nicht wirre Noob 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 Ich hab damals Guck mal ganz ehrlich Ich finde Dieses Schulsystem Ich finde das echt böse Von den Lehrern Dass die Leute Ich hab einen Freund Er hat Ohne Spaß Er war Sonderschule Er ist Haupt gegangen Durch den Haupt Hat er seine erweiterten Hauptschule Sozusagen Realschule gemacht Dann ging er Zwei Jahre auf Schule Hat sein Fachabi gemacht Und danach ging er studieren Überleg dir Mein Freund Der ist Polizist geworden Ich weiß auch nicht Für Polizist brauchst du glaube ich Abi und so Alles schön und gut Aber damals Wo er Polizist geworden ist Ohne Spaß In türkischen Moschees Standen immer so Plakate Dass die Polizisten Gesucht werden Und Die wollten Dafür Einfach so wie ich Ein Realabschluss haben Hätte gereicht Ja Da haben die viele Ausländische Leute Gesucht Weil Ja Es ist traurig Aber die meisten Leute Die Scheiße bauen Auf der Straße Das sind wirklich die Ausländer Wenn man so Im Durchschnitt guckt Ist das schon ein bisschen Krass traurig Finde ich Aber halt Deswegen Wollen die auch Ich sag mal so Aber keiner Der ist In der ganzen Stadt Ich kenne keinen türkischen Polizist Nur einen Okay Einer gibt's Den ich kenne Der ist Türke Aber sonst Ist auch so ein seltener Warum mache ich dich sauer Leila Was ist los? Also Bosna Sagt doch Ich bin nicht dumm Ich sag's ganz ehrlich Also ich Ich würde auch Abi machen Also den Fachabi Nicht den richtigen Abi Also zum Beispiel Nur meine Sprache ist schlecht Also Deutsch Englisch Da bin ich richtig schlecht Aber sonst Ich hätte zum Beispiel Damals Dings Wie heißt das Mathe Hatte ich immer Eins Eins Zwei Das ist mein Notendurchschnitt Jetzt mittlerweile Seitdem ich arbeite Wie lange habe ich Dann keinen Matheunterricht Mehr gehabt Boah Überleg mal 30 Da war ich 17 16 Abgang Mit 16 bin ich abgegangen 16 17 13 Ja 14 Ja Ich glaub Irgendwie Die Zeitrennt ist krass Mathe immer 5 Ich verstehe Mathe ist mega lang Finde ich besser Vor allem später Wird's ja noch leichter Du hast ja dieses scheiß Taschenrechner Du hast dein Wie heißt das hier Dein Dein Formelbuch Hast du dabei Dein Taschenrechner Hast du dabei Das ist echt Hauptschule Neunte Klasse Hast du Haupt Weck Machst du die Zehnte Hast du dein Real So von der Real Gehst du irgendwie So ein Auf ne Wie heißen diese Komischen Wirtschaftsschule Oder keine Ahnung Was für Schule Das heißt Machst du zwei Jahre Hast du dein Fachabi Oder keine Ahnung Hast du es gar nicht Gesehen Guck mal Das ist ganz krass Du kannst zum Beispiel Wenn du dein Real Hast ne Kannst du ja irgendwo Ausbildung anfangen Oder so ne Wenn du eine Ausbildung Anfängst So Und wenn du deine Realschule hast Und Ausbildung machst Kannst du in Deiner Ausbildung Hast du die Möglichkeit Nachtschule zu besuchen Und innerhalb von Ein Jahr Dein Fachabi zu machen Und du lernst da nur Schrott Es wird eine scheiß Weil Es ist echt Unglaublich Ich könnte jetzt zum Beispiel Auch rausgehen Also was ich damit meine Falls es nicht klappt Ihr werdet im Leben So anders denken Irgendwann Deswegen Macht euch nicht traurig Falls ihr nicht etwas schaffen Sagt Oder so GG Der Reigns 99er Ferdi schreibt Willst du Vaga Gegen Piadi Habib Kuri Wie geht's dir Willkommen ins Dreambruder Piadi Der Esel Soll erstmal In den Stream Reinkommen Einen Gruß da lassen Ich bin hier auch Dreck gestorben Alter Scheiße Hä Dann Passt du nicht auf Malon Ganz ehrlich Mathe Das ist Guck mal Ich sag mal so Ich hab ja noch Vor allem das Ich glaube mal hier Der Dings kannst auch hier bezeugen Wie heißt der Noob Town Army Das was Bis zur 10. Klasse Das ist Mathe Glaube ich einfach nur noch 1 plus 1 Wenn ich so gesehen habe Was meine Kollegen so in Abi Also die Abi gemacht haben Wenn ich sehe Was die da Das ist doch gar kein Mathe mehr Später Ist so Später ist das gar kein Mathe mehr Also in der 11. 12. Also die Leute Die Abi machen Das ist krank Die haben ja nur noch Buchstaben Da gibt es gar keine Zahlen Das ist ganz komisch Voll hässlich Auf jeden Fall Jungs Alle die gerade neu im Stream sind Und vielleicht noch kein Like Da gelassen haben Würde mich auf jeden Fall Mega freuen Wenn ihr den Like da lassen würdet Kann man machen Warum nicht Was ist das für ein scheiß Tanzmann Hör doch auf Ja schon viel besser hier Und der Herz Die Behindert oder was Junge Realschule Real Junge Was ist doch Gymnasium Junge Das Ding ist Manchmal rede ich mir die Seele bunt Ich habe das Gefühl Im Stream ist wirklich Wenn überhaupt einer da Der überhaupt irgendwie zuhört Der Rest ist irgendwie Hört Musik Hat aufs Sturm Nebenbei hören die ganz kurz Realschule Gymnasium Und dann fragen die Warst du auf Gymnasium? Guli Youtube Ich denke 4 Uhr mache ich aus Die Leute chillen hier seine Seele ab Deutsches Schulsystem ist absolut Ah keine Ahnung Guck mal überlegt man Scheiß auf dem Schulsystem Mootown Army Guck mal ich habe Leute zum Beispiel Bei mir Die haben Realschule gemacht Dann sind die bei mir Haben die Zum Beispiel auf der Arbeitsstelle Machen die dann Ausbildung Dann machen die So einen komischen Nachtschule Machen die Abitur Und danach werden die von der Firma Zum Beispiel gehen die irgendwie Ich kenne mich da nicht aus Machen irgendwie den erweiterten Bachelor Keine Ahnung was Zu diesem scheiß Beruf Ich denke mir so Wow geil Der Typ kommt mit 26 wieder Hat alles in seinem Leben erreicht Hat seine Arbeitsstelle Ist er auf der Arbeitsstelle Hat er natürlich diese Bachelor Scheiße gemacht Hatte Weil das von der Firma Irgendwie bezahlt wird Dies das Ananas Bekommt er sogar seinen Vertrag Und ich denke mir so Ja warum gehen dann die Leute Überhaupt Abitur machen Voll sinnlos Der Typ geht 13 Jahre Da muss er irgendwie noch Studieren Semester lang Vier Semester Keine Ahnung Irgendwie 8 Jahre bist du da am Start Oder 6 Und Was war es da Da bist du irgendwie 30, 31, 32 Dann stehst du da Und ist ja nicht mal Gewährleistet Ob du es schaffst Aber die anderen Leute Die zum Beispiel nur real gemacht haben Ausbildung gemacht haben Nachtschule gingen Und ihnen Abitur gemacht haben Die haben ja wenigstens schon ihren Verstehst du Ihren Beruf Irgendwo haben die eine Ausbildung Und so Und wenn die Bock haben Und wenn du schlau bist Kannst du noch weiter machen Keine Ahnung Dann machst du noch einen Meister Dies das Das Ding ist Wenn du deinen Meister hast Ne Dann musst du dir mal googeln Wenn du deinen Meister hast Ne Das ist Das ist gleich zu Werten Wie Ein Abitur Ohne Spaß Googelt das mal Googelt das mal Wenn du eine Ausbildung hast Hast du Realschule Also wenn du keine Wenn du gar keine Dings hast Wie heißt das Gar keinen Abschluss hast Sage ich mal Gar keinen Nicht mal die Hauptschule Abschluss hast Aber wenn du dann irgendwo anfängst Deine Ausbildung zu machen Ist diese Ausbildung Gleich zu bewerten Wie ein Realschulabschluss Wenn du eine Ausbildung Abgeschlossen hast Und wenn du Meister machst Ist der schon fast wie ein Abitur abzuschätzen Das ist krass Party Party Okay cool Müsst du da kommen jetzt Wenn du gewinnst 20 Euro Aufgrund mehreren Verstößen Wird der Kanal von 4.1.2021 Bis zum 15.1.2021 Ähm Gesperrt Gesperrt wird groß geschrieben Bruder Falsch Gesperrt wird groß geschrieben Weißt du doch Das kommt vom Speer Weißt du Diese Damals Dieses Ist eine Tatsache Das wird groß Das kommt vom Speerwerfen Damals wo man Speer Bist du mal noch Bist du doof oder was Warum wird dich jeder hart Ich hab dich doch nicht hops genommen Ich hab nur gesagt Das Speer Gesperrt Wenn man Wie ist man Ich bin Gesperrt worden Das Sperrt Das Sperren Verstehst du Dieses Gesperrt Das Sperren Wenn man etwas sperrt Das Sperren Das Ist Nominativ Ist Groß geschrieben So So ist richtig Bruder Okay Weiß ich Bescheid Ähm Aber jetzt schreibt er richtig Gesperrt Passt Perfekt Nein Wo steht das Wo steht das Jo alter Kanal wird groß geschrieben Bin Lass Gönnst du mir ein Abo Bist auch der erste YouTube Berechtigung Dein Ernst Dein Ernst Bruder Wieso Was machst du denn Auf deinem Kanal Ey Hört mal auf Jungs Gesperrt wird Kleingeschrieben Okay Kanal wird Groß geschrieben Ich hab das jetzt Nur so gesagt Oh mein Gott Boxes bei Keine Ahnung was Lange nichts mehr gehört Wollah ich weiß nicht mal Wer du bist B-Boxes Bei Silo Wie geht's dir eigentlich Wie kommt Boah Wenns geht Ne Ey Wenns jetzt gewinnt Na hat er sogar gewonnen Jungs Er hat schon einen Win Er hat schon einen Win Ne Nicht euer Ernst Nein Leute euer Ernst jetzt GG GG Bruder Er hat sowohl seinen zweiten Win Er hat gewonnen Kleiner Lappen Junge Ein Spaß Gegönnt sei es dir Ich kenn ihn ein bisschen Darf ich auch mal sagen YouTube Berechtigung Hab ich schon Alles gut YouTube Berechtigung Ganz ehrlich Vor allem Berechtigung Jedes Wort mit U N G Am Ende Wird groß geschrieben Also Berechtigung Wird auf jeden Fall Groß geschrieben Da braucht keiner Was jetzt dagegen sagen Ähm Warte Alter Der Typ Er hat ja richtig Reingeschissen In seine YouTube Berechtigung Hätte auch wenigstens YouTube groß schreiben können YouTube Und dann Berechtigung Ja Ja die Berechtigung Aber Aber U N G Jedes Wort Wird Ung Heid Keid Das lernt man doch In der fünften Klasse Oder Heid Keid Keine Ahnung Ung Die Am Ende Am Ende Groß Geschenk Ach Ivan Du bist das Wie geht's dir Willkommen Wayne Gibt's was Nettes Im Shop Was du gerne Haben willst Oh Marlon Ich hab nicht mal Eine Nacht Darüber Geschlafen Guck mal Was da war Marvinio Ist auch Am Start Ich geh nicht In einer Schule Karte oder so Einlösen Oder du musst doch Hilf doch mal Jemand Leila Stunny Oh Jetzt kommt Front von Stunny Wurde ich mal Ähm Wayne Gibt's was im Shop Was du gerne hättest Alles Müll im Shop Okay Stunny 800 Jungs Alter Ich hab keine Lust Diese ganzen V-Bucks Aufzusammeln Okay Warte ich schreib mal kurz Wayne 500 Kilo Muss ich ja noch 800 Geben Okay Kilo War noch gar nicht Im Stream Da Ich guck mal Stunny Stunny Bitte in Zukunft Irgendwas aussuchen Bitte keine V-Bucks Ansammeln Okay Also Ich guck mal Jetzt tausend Ich muss auch wissen Wie viele V-Bucks Ich überhabe Einfach Leila Gucken Ist für den PS5 PS Store Erst einlösen Dann kannst du Was Leila Du gehst auf PS4 Shop Shop Ey Bruder Ey Jungs Wollen wir noch Custom Games Jetzt machen Oder Hier kommt Ein Wir machen mal Eine Wir machen Duo Runden Das Turnier ist vorbei Leute Ich sag's ganz ehrlich Dieser Vains hat gewonnen Glückwunsch an diesen Typen Ist auf jeden Fall Youtube Berechtigung Ich gehe nicht in eine Schule Bruder 14 Uhr Bis jetzt Youtube Berechtigung Das zu glauben Ist auch ganz hart Du musst in die Schule Das weißt du In Deutschland Bist du verpflichtet Sonst bist du ja Im Kinderheim Wenn sowas passiert Kommen die vorbei Und holen dich inside Abi Hab's gaffe Und bin richtig Cracket geworden Das glaube ich dir niemals Wie geht's dir Willkommen im Stream Alle die gerade Neu im Stream sind Und hier mitmachen wollen Stace Die auch schöne Grüße Willkommen im Stream Bruder Der Code ist neue Frohes Neues Neues Ich guck mal Wie viele Leute mitmachen Dementsprechend Gucken wir Ob wir nur an einem Ort Landen Oder mehr Ein Duo Wird gezockt Code ist neues Dieses Turnier ist leider vorbei Kann niemand den Titel ändern Bevor die Leute hier denken Dass ich das hier ausnutze Jungs Ich würde mich auf jeden Fall freuen Alle die gerade Neu im Stream sind Irgendwie wenn ihr wollt Könnt den Like da Lassen Und einen kostenlosen Abo Setzen auf Ehre Würde mich auf jeden Fall Anders freuen Irgendwie dass ihr Mich hier beim Stream Unterstützen könnt Mittags Ich weiß es nicht Oh mein Gott Lost Lord Wie geht's dir Willkommen im Stream Bruder Ich hoffe alles gut bei dir So wir sind 5 Leute Nur geil Neues ist der Code Macht mal mit Nein Eine letzte Runde auf Ehre Komm Ey ich wüsst ihr ne Noob Town Army Guck mal Die Woche habe ich jetzt noch frei Danach die Woche habe ich Spätschicht Okay alles gut Aber danach die Woche wird es ganz krass Montag Dienstag habe ich frei Und dann fange ich wieder fest an zu arbeiten Ich muss Um diese Uhrzeit aufstehen Ich weiß nicht mehr wann ich überhaupt abends um 7, 8 Uhr schlafen kann Ich muss um diese Uhrzeit aufstehen Dann muss ich um 2.30 Uhr los Damit ich um 3 Uhr nachts anfangen kann zu arbeiten Bis 11 Uhr morgens 11.30 Uhr morgens Dann komme ich nach Hause Dann muss ich Hände waschen Wie ist das Dann lege ich mich für 1, 2 Stunden hin Und dann muss ich meinen Sohnemann abholen Vom Kindergarten Und dann kann ich abends mich vielleicht Auf gut Glück mit meinem Sohnemann Ja hinlegen Okay warte ich lese das Okay lan Ivan Hab schon seit 3 Tagen 150 Euro Hör nichts aber von Kassen Achso okay Ja ist doch nice Ivan Mein Sohn ist Der wird Februar 22. Februar wird er 3 Also ist Noch ist er 2 Wird 3 Nein hab ich nicht Mano Sie schreibt Danke Dann kann ich sie zusammenrechnen Und dann hab ich Ja Stunny Das könntest du machen Aber ich will das nicht anholfen lassen Okay Das 101 Gegen mich Was Jungs ich starte jetzt die Runde Leider sind nicht so viele Leute am Start Match wird gestartet Scheiß drauf Wir landen bitte alle bei Lazy Lake 15 Leute Das ist uninteressant Ja du machst ja Praktikum Scheiß drauf Sagen die was oder was Werder am 24. Februar 15 Oh mein Gott Marlon Schon so reif und alt Guck mal Vor 15 Überleg mal Vor 15 Jahren Marlon Oh mein Gott Ich komm mit Lennart rein Ehre Vor 15 Jahren Also wo ich so alt wie du war Alter Warst du Ey da warst du nicht mal auf der Welt Warst du schon ein bisschen krass Ne Ey ich bin schon alt geworden Ich bin schon Ey ich schwör's dir Das geht so ruckzuck Das ist oh mein Gott Marvino Ich weiß nicht wie alt Oh mein Gott Was ist denn jetzt Hängen geblieben bei mir Marvino Wie alt bist du noch mal 24 oder 23 Ne Wenn ich mich nicht irre jetzt Ich hoffe jetzt bin ich nicht Kampel Aber irgendwie sowas in der 22 Ne Irgendwas war da mit 22 Ey ich schwör's dir ne Ohne Spaß Ich Immer die älteren sagen das immer Aber Lennart Junge red doch mal Was für ein Arsch Wie geht's dir Was geht Ja ich hab doch gelesen 150 Euro War auch bei Amar Warte mal kurz Rasieren und kassieren Dabei war du Mit Achso Okay Ehre Oh mein Gott Dionyx Wie geht's dir Bruder Dervish Ich hoffe alles gut bei dir Willkommen im Stream Frohes Neues Ja das ist doch gut Wenn jemand was sagt Okay bitte nicht vergessen Jungs Wir landen alle bei Lazy Lake Auf Ehre Alle die grad neu im Stream sind Würde mich auf jeden Fall freuen Wer dem ihr ein Like dalassen würdet Wenn ihr wollt Könnt ihr auch ein Abo setzen Müsst ihr natürlich nicht Scheißen Ehre Lost Lord Weiß ich zu schätzen Kuss geht raus Moin QXYZ Er hat einfach so Alphabet Wo landen wir Ja Ja okay Weiß ich Bescheid Ivan Komm mal öfters rein Bruder Kuss geht raus Und guten Hunger Drei Runden Soll ich noch Eh nicht viel Ja wir gucken Wo landest du Ich komm mit dir Tschüss Schaff ich das Brr Hier ist nix Brr Ich hab nen Schneemann Ist oben einer Ey so viel Pech Ne hab ich jedes Mal Bei Kassel Ich schüsse Guck dir das mal Mann Ey jetzt kann ich ohne Waffe Hier rum Oh mein Gott Wer ist das Mann Ich hasse das Keine Waffe Das kann es doch nicht sein Das Gebäude ist so riesengroß Oha Tschüss Verpisst euch ey Ich bombardieren die ganze Hütte noch ein Geil Achso Ski waren eins gegen eins Ne du und ich Aber aus Spaß war das Ne Oder nicht Echt Oh mein Gott Tite Tite haben wir nicht geändert Wo sind meine Mods Jungs Mach doch weg Nachrichten loslösen Boah Skills ist nicht mehr da Oder was Arda Titel Ah ich mach da einfach Das schreib ich da rein Mach ich den mal Fortnite Das Ding ist Meine Titels Sind immer ganz nice Fortnite Hier und da Nein Nein Hallo Ist er raus Oder was Nein Ich spiel Ich spiel Arena Wie wäre es wenn So ein Wenn es das Ich spiel Ja Die Ivan Gönn dir Bruder Ey um diese Uhrzeit Pizza ist auch ganz anders Hässlich Oder Ach Noob Town Army Bruder Ich küsse deine Seele Weiß ich Bescheid Was erzählst du da Klar Ich finde Ich finde sowieso Also Ich denke Also Die Ursache dafür Dass ich um diese Uhrzeit Ich würde auch Ganz ehrlich Ohne Spaß Ich würde diese Uhrzeiten Ich würde gerne auch Anders streamen wollen Aber Ich tue mir auch Eigentlich gar nichts Gutes damit Aber mal schauen Wenn ich fest anfange Zu arbeiten Und so Wie das alles Dann wird Ich Bei mir ist es sowieso Immer so Spätschicht Frühschicht Mein Schlafrhythmus Ist sowieso Scheiße Wenn ich Spätschicht Habe Was würde ich machen Ich schiebe an Aber heute wird das Nichts mehr Oha Adel Und du bist jetzt Erst wieder reingekommen Anstatt die ganze Zeit Dabei zu sein Oder was Kommst rein Gehst raus Voll der Ehre Was geht eigentlich Bei Yassin Adel Oder bei Leo Oder so Zocken die keinen Fortnite mehr Oha Adel Tschüss Dein Ernst Jetzt Natürlich Weiß ich Es nicht besser Du tust Als ob ich Jeden Tag Die ganze Zeit Mit ihm schreibe Oder was Ich schreibe Ich schreibe Ich schreibe Ich schreibe Vielen Dank. Ich sag mal so, wenn du richtiger Fortnite-Pro bist, klar kannst du natürlich deine kann man damit leben natürlich, ne? Das ist so. Vor allem, ich sag mal so, die Leute, guck mal, ihr kennt die ganzen Namen. Ich bin einer, ich kenn die ganzen Namen nicht. Da bin ich einfach uninteressant für mich, ne? Also ich verfolge das nicht. Wer hat gewonnen, wer hat nicht gewonnen. Aber da draußen gibt es wirklich viele Leute, die schauen sich das natürlich an und verfolgen das alles. Und dann kannst du zum Beispiel auch direkt mit Streamen und so anfangen, wenn du ein richtiger, keine Ahnung, irgendwelche Turnieren immer wieder gewinnst und du einen guten Namen hast. Dankeschön. Dankeschön. pitcher Hey das ist heute Mein letzter Stream den ich schaue Kann für den nächsten 6 Monat 6 Wochen nicht kommen Lost Lord Alles gut Lost Lord Weiß ich Bescheid Bruder Kuss geht raus an dich Danke dass du überhaupt In dem letzten Also davor die Streams Mal dabei warst Tja das kannst du aber Letztes Mal so mit Und hab mir so gedacht Komm ich geh fern so jetzt Ja ich Ich kenn das Ja das Ding ist Ich weiß auch nicht Ob das mit dem Alter kommt Alter letztens zum Beispiel Voll hässlich Ich dachte mir so Weil ich gar keinen Schlafrhythmus mehr habe Richtig beschissen ist Ich war letztens mal So richtig müde Weißt du es war so 11 Uhr Oder so Ich hab zur Frau gesagt Ey ich bin sowas von Schrott müde Und so das ist echt Katastrophe Ich hab gesagt weißt du was Ich geh pennen Ich geh einfach schlafen Bin auch schlafen gegangen Frau hat gesagt ich guck noch Fernsehen Und so mach mal Hat den Tag halt nicht gestreamt Und so Was ist das denn Und dann Stehe ich einfach um 3 Uhr nachts auf 3 Uhr 20 oder so 3 Uhr Also morgens oder nachts Keine Ahnung wie man es nennt Ja dann stehst du da Denkst du dir What the fuck Willst du mich verarschen Oder schlaf doch du Arsch Kannst du nicht Aufstehen Willst du nicht Ey dann stehst du im Bett Guckst die Decke an Die Decke guckt dich an Und nimmst das Handy Dann denkst du Oh wenn du jetzt Handy chits Gehen wieder 2 Stunden um Versuch lieber halbe Stunde Dich zu quälen Eine Stunde später Nimmst du wieder Handy Guckst du Oh es ist 4 Uhr Geil Später guckst du wieder Es ist 5 Uhr 6 Uhr Und irgendwann mal stehst du Um 9 Uhr wieder auf Oder so Geil Ich hab richtig hässlich Jungs wo seid ihr alle gelandet Hier Ein Team fehlt noch Der arme Reigns Was ist denn los Oh da sind welche Oder Mein Auge sehen Auch nicht mehr so richtig Richtig scheiße Wie geht's magisch Perron Willkommen im Stream Bruder Was geht raus damit Ja komm scheiß drauf Spring runter Junge Wer weiß wo die sind Karottenköpfe Junge Die schießen ja nicht mal Ja da wirst du nicht sterben Aha Da sind die doch Das sind die Die Eselstreicher Er freut mich magisch Perron Mir geht's auch ganz gut Bruder Was soll sein Toxikerem Junge Du hast Abdullah umgebracht Schäm dich Abdullah Was war los Oh MJ Willkommen zurück Ey Jungs worüber streitet Hier in Deutschland Verdient sowieso jeder Round to board Von 1800 bis 3k Ich glaube mehr Darf kein Arbeiter Gar nicht mehr verdienen Kommt mir zumindest so vor Klar gibt es da natürlich Auch noch andere Die höher verdienen Aber der Durchschnittseinkommen Ist immer irgendwo dazwischen Wir reden jetzt von Arbeitern Nicht dass die Selbstständigen Jetzt kommen Ja aber mein Vater Bekommt 10.599 Euro Und Merkel Nimmt immer Von uns immer Geld Komm Ein bisschen Enkenflexer Wird da kommen Manon sagt das Wenn man beim Amt arbeitet Und 2k Nein das ist gutes Geld Das ist gutes Geld Mehr Geld wirst du sowieso Nirgends woanders bekommen Du wirst zwischen Selbst Lehrer Bekommen ja nicht wirklich Polizisten bekommen Damals Ich weiß nicht was die Mittlerweile jetzt Natürlich wurde Damals auch Die bekommen auch nur 2000 irgendwas Also es ist Es ist in Deutschland Wirklich so ein Geregelter Satz Irgendwie Die wird nämlich Zu viel abgezogen Ich sag mal so Es gibt es natürlich Diesen Brutto Aber netto Das ist ganz normal Wenn einer zum Beispiel 2000 Brutto verdient Der bekommt 1600 Euro 1450 So wenig Brutto Bekommt eh keinen Arsch Aber ungefähr Ich sag mal so Warte Ich sag mal so Wenn du 2000 Brutto verdienst Bekommst du ungefähr Ja da bist du schon Ungefähr bei 1550 Euro Ne sage ich mal So und danach Wenn du Das verdient sowieso Keiner Minimum jeder Verdient schon Mittlerweile 24 Brutto Also 1600 700 Euro Ungefähr netto So und wenn du dann 3k verdienst Also 3000 Brutto verdienst Dann hast du irgendwie Knapp 2000 2000 So netto Und wenn du 3500 irgendwie verdienst Oder 3800 Brutto Dann bist du ungefähr Bei 2300 2400 netto Das geht 4500 netto Brutto hast Dann kommst du Ungefähr auf 2800 Also 2900 2800 Das ist so Das ist so Ne Und ja Keine Ahnung So ein Schema Desto mehr du verdienst Desto mehr Abzüge hast du Ja deswegen In deutschland Denke ich Zwischen 2000 Und 3000 Netto Das ist ein gutes Normales Einkommen Was da drüber ist Über 3000 Das ist schon Für mich Finde ich Ist ganz gutes Geld Und vor allem Musst du dafür Auch Ja viele Gibst Verkäufer Ich hab mal gehört So Verkäufer Provision Alles so mit Provision Und so Da kannst du Gut Geld machen Aber wir Reden jetzt Von dem Normalen Einnahmen Also vom Normalen Bruttolohn Klar wenn du Irgendwie so Ein Automobilverkäufer Bist oder sonst Wie was Gibt es ja So einen Kaufmann Kaufmänner Es gibt es auch Wie ich Zum Beispiel Ohne Spaß Die Leute die Zum Beispiel Poco Roller oder so Küchen verkaufen Bekommen ja nochmal Extra Provision Werden die eine Küche Verkaufen Dann haben die Im Monat Keine Ahnung Zehn Küchen Verkauft Dann haben die Ihren eigenen Bruttogehalt Und dann nochmal Lehrer die Beamte sind Habe gesagt Das ist Was redest Sauber Wo sage ich Das Habe gesagt Das ist Gut Lehrer die Beamte sind So bekommen So 5k Netto Wovon Träumst Du Dein Ernst Jetzt 5k Das höre ich Zum ersten Mal Kevin Wie geht's Willkommen im Stream 4,5k Aber wir reden Jetzt vom Normalen Lehrer Ich schaue mir das Jetzt an Ich google das Brutto Meint ihr Vielleicht Okay Aber nicht andersrum Nein Jungs Ey wir hören auf Ich werde jetzt Den Stream Gleich beenden Es ist schon 4 Uhr Morgens Sag ich mal Deswegen Kevin Lol Bruder Kuss geht raus Ich werde auf jeden Fall Jetzt keine Runde mehr starten Herz geht jetzt mal Jeden raus Hier der heute beim Stream Dabei ist Nochmal an Die beiden Leuten Die mich heute geradet haben Wie heißt der Marvinon Och Gott Und Schnielt Gott Ey diese ganzen Namen Die immer reinkommen Und rausgehen Bruder Wie konnte ich deinen Namen Jetzt hier Nicht aussprechen Marvino Genau Marvino Kuss geht raus Okay schade War ein schöner Stream Danke Kevin Lol Tut mir leid Dass ich keine Runde mehr Viel Spaß Schönen Nacht Du wolltest noch mit ihm spielen Ja ich wollte mit ihm spielen Das ist eine Tatsache Aber es ist leider viel zu spät geworden Ist halt so Lichy danke Danke an jeden Einzelnen Der heute im Stream dabei war Echt ohne Spaß War ein netter Stream Hätte ich gar nicht so erwartet Mein erstes Stream dieses Jahr Ich hoffe Dass mein Jeden Tag mein schlechtes Das Stream so wird wie heute Wäre auf jeden Fall nice Warum nicht Kuss geht raus Auf jeden Fall Bleibt sauber Veins hat die Runde gewonnen Habe ich aufgeschrieben Steini muss ich noch 800 geben Kilo Muss ich noch 800 geben 1.600 2.100 Weiß ich Bescheid Ich hoffe ihr seid morgen wieder dabei Ich hoffe ich werde morgen wieder streamen Falls nichts dazwischen kommen sollte Und ich nicht wieder verschlafe Ich bin in letzter Zeit so müde Ich weiß nicht warum Ist nicht beabsichtigt Aber ist halt so Okay Leute Noch eben Falls jemand noch keinen Like dagelassen hat Vielleicht schaffen wir die 90 Likes Kuss geht raus Was geht ne Mach kreativ Den Scheiß mache ich Ich mache den Stream aus Es reicht Geht schlafen Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht